COD gestartet, ich komme wieder in der Lobby rein, wo alle über 210 mindestens sind. Ne, über 220 sogar. Oh leu. Nicht der Einzige mit 122. In der nächsten Season geht der Level wieder hoch. Boah ey. Ja, wie immer. Prestige, ne? Geil. Komm, Marcel, mach einfach die Tarnungen. Na, echt? Äh, der nächste Season ist eh wieder weg. Wie? Wie viel? Ne, es kommen welche dazu. So. Ah ja, vielleicht irgendwann mal richtig Bock drauf hab zu witzen. Denkst du, die Leute krepieren sich so krass, um Interstellar freizuschalten, damit der Scheiß wieder weg ist danach? Ja. Nein, nein. Das hat vier Wochen meines Lebens gekostet. No, ich hab auch nicht so, so viele auf Gold gefetzt, um danach alles zu verlieren. Ich bin schon 139 Tage in Polo. So, jetzt ist meine Wand wieder repariert. Und ich hab schon die Absicht, ne Mauer zu bauen. Gott, ich bin brutal müde. Was machst du denn? Mann, was hockt hier denn alle hier drinnen? Mann, was machst du denn? Mann, was machst du denn? Ja, genau, Alter. Ist auch noch fast ein kompletter Clan. heute ist das ziel sehr viel eisen zu sammeln ich mache das selber gerade sehr viel eisen und ich muss ein paar elektro pokémon jagen geben damit ich langsam fließband bauen kann halte die leute einfach hat aber aufgehört zu fragen jane der typ von vorhin ja aber relativ schnell nachdem du was gesagt hat big man big mac bann ihn weg von den dinos krieg ich hochfettiges öl auch okay komm meine dinos ihr werdet sterben ich brauche euer öl pepo natürlich kannst du reinkommen warum kommt das denn was hat kevin gemacht als er frauen hast du denn wenigstens jetzt hallo geantwortet ist der dritte hallo kevin 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 weißt du das schnitt beholt dass der frohe muss doch doch mit der presse mit dem entsaftet okay du hast gesagt solange sie was zu essen haben wäre es in ordnung ich tröste auch mit dem mit der presse mit dem entsaftet na kevin der entsaftet wartet komm mal her man blöde antilopo ich glaube ich habe einen shiny gehört ich fange ja hier bunnies irgendwas hat hier geshinied da hast du gewiggelt also welber fang dir diese antilope die ist echt gut kann auch doppelspringe machen cool der andere hat die auch springt sogar über meine base und ab maximum wer kann hier bitte was ein bisschen feufeu machen bei feufeu oh meine rücken knackt du bist aus zu aus mein po tut weh und ich muss morgen den ganzen tag wieder hier sitzen ja da ist wieder ein dino komm her du wirst sterben meine poppa toll kekse sind noch hier ich habe noch hier smartes von kipp ah hast du den noch ja ja Ah, ich hab den Bonus fertig. Zehnmal Dino gefangen. Wollte ich noch den hier fangen? Ich weiss nicht. Heeeey. Ruhige dich, Bullock. Oh nein, wir brauchen schon mal zu fangen. Dieser Pol ist 18.000 Meilen süsser als Zuckerwaffe. Oh was? Oh weh, oh weh. Mammut! Oh mein Gott, Kevin hat das zu sehen, das Mammut angegriffen. Oh mein Gott, das ist normal. Das Mammut greift seine Base an. Du bist so tot, Kevin. Kevin sagt, tschüss Base. Ja, das war ne hübsche Base. Kevin zeigt's euch. Kevin macht ne Bildschirmübertragung. Das ist lustig. Das war's mit der Base. Ja, Kevin. Aber mit denen ist echt nicht zu spaßen. Mit kräftig Hila will er und russische Unbestuftung. Hast du ihn angegriffen? Ja. Ja, nicht extra. Das tröpfelt gerade hoch, wo sie einen Schockfall machen. Und das zerstört. Und alles ist tot, Peter. Nehmen wir ihn. Wen? Das tröpfel? Ja. Sie sind alle tot. Sie sind alle tot. Sie sind alle tot. Oh, er trägt die Leiche von seinem Kumpel. Kass umläuft. Da bringt's auch noch ein Bad. Sanitäter. Da bringt's auch noch ein Bad. Sanitäter. Alter, guck wie er den Hirsch schleppt. Alter, wie stark ist der denn? Gedonnet. Ah, die retten die anderen. Ja. Ja, ne, da brauch ich nicht mehr. Tod ist bei mir tot. Ob in den Endsoft. Genau. Boah, der ist ja mega, Mann. Der ist, der ist. Bro, Bro. Das Spiel wird mega von uns, dass ich von mir selber in den Endsoft bringen. Nein! Hast du die jetzt echt tot gemacht, du Idiot? Ich wollte die einfangen. Du bist so doof, Star. Echt? Boah, Kilometer daneben. Oh! Zehn Leute, die gesehen haben, wie ich hier brutals daneben geschossen hab. Bleib einfach im Ball drin, wenn du weißt, was dir gut tut, bleibst du. Guck, jetzt mach ich Pew und dann bist du fast tot. Bruder, bleib in dem Ball drin. Bring das Penguin um. Ich bin doch im Gebiet, wo die Elektro-Tiere rumlaufen. Wieso find ich nur Dinos? Und Hasen. Was für ein Tier suchst du? Ähm, weißt du diese Elektro-Antilupe? Eine Elektro-Antilupe? Ja. Ah, Volturin oder wie heißt der? Ja, so ungefähr. Warte, Volturin findest du? Eigentlich da, wo ich bin. Ich bin hier schon richtig. Univolt findest du da, wo Beacon und Krivan sind. Ja. Also da, wo Beacon ist, ja. Da müsstest du überall einen finden. Gestern hab ich auch überall hier welche gefunden, aber jetzt sind keine da. Aber es sind überall Dinos da. Die Dinos sind gut, die musst du auch töten, weil du kriegst von denen Öl. Aber warum muss man bei dir alles töten? Weil man sonst nicht an das Öl rankommt. Sag doch einfach, dass du gerne Tiere tötest. Alter, dein Ernst, jetzt? Lauf nicht weg, Dino. Du wirst sterben. Kyrie ist einfach nicht da reingegangen. Eww! Eww! Sehr guter Toottock. Der kämpft nicht ja mal. Der läuft einfach weg wie ne Pussy. Oh, mir darf Lacken musst du auch. Oh! Er hat ihn. Du kriegst Brodin und kriegst du vier Öl. Äh, 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 äh. Äh, wo laufen sie hin, junger Mann? Du musst dich nicht ertränken. Bleib einfach im Ball drinnen. Bleib im Pokéball, Sphärenball, was auch immer. Such dir den Ball raus. Meisterball. Jetzt kommt er wieder raus. Ich weiß es, der will geboxt werden. Der will sterben. Nee, der bleibt dran. Kommt her! Euch hab ich auch noch nicht oft genug. Komm her! Ja, davon fängst du mit Paul Will da. Gar nicht. Ich, ich fang mit Paar, Paar wird an, wenn der Hype vorbei ist. Nein. Oh, jetzt hab ich ihn getötet. Oh, nein. Das war bestimmt sein Bro. Tut mir leid, Mann. Er musste gegessen werden. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Da ist aber noch jemand geflüchtet von mir. Nicht flüchten. Wo seid ihr denn? Komm zurück. Ich mag es, wenn sie weglaufen. Dann kannst du denen in den Rücken schießen. Ich mag das, wenn sie weglaufen und in ihr Leben schreien. Da läuft er weg. Du kommst nicht weg von mir. Ich krieg dich. Ach, du kleiner Hurensohn. Komm her. Au. Komm her. Mann, lauf doch nicht weg, Brudi. Der läuft hier um sein Leben. Ella. Brudi, komm. Es ist nicht mal los. Gehst du dich jetzt ertrinken? Sein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich krieg ihn nicht mehr. Er ertrinkt sich. Er will lieber sterben, wie ins Arbeitslager zu gehen. Wie ins Arbeitslager zu gehen. Guck. Er ertrinkt sich im Wasser. Brudi, du wirst sterben. Brudi, du wirst sterben. Ich weiß nicht, ob du schwimmen kannst. Ich komm nicht mal bis dahin. So weit ist er jetzt weggelaufen. Vielleicht kommt er wieder. Er ist untergegangen. Oh nein. Der hat sich jetzt echt ertränkt. Ja. Der hat sich das Leben genommen. Der hat sich jetzt und streamen das Leben genommen. Das ist natürlich eine pikante Sache. Also wir haben ihn nicht dazu gebracht. Er hat diese Entscheidung selbst getroffen. Wir respektieren die. Wir respektieren die Entscheidung. Er hat sich gegen ein Arbeitslager entschieden und für den freiwilligen Tod. Das ist in Ordnung. Jeder hat sein eigenes Recht. Geh rein! Ja! Sein eigenes Recht. Bei mir liegen nur noch Dino-Leischen. Aber wir nicht. Die ertrinken sich ja halt alle. Oh, da sind noch zwei Dinos. Kommt! Dein Ernst jetzt? Mann! Nein, 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 nein! Ertrink dich bitte nicht! Nein, nein! Schon wieder einer, der in den Tod läuft! Nein! Das ist mein Headshot! Wollt ihr echt lieber sterben, als für mich zu arbeiten? Ja! Ah! Ah! Ihr sollt nicht mehr arbeiten! Ihr sollt mir nur die Bonus-Punkte bringen! Ihr werdet alle entsaftet! Doch! Die werden alle entsaftet nachher. Oh, ich hab'n Fwack! Du kannst dir nicht vorstellen, wie erfrischend ein guten Paul-Smoothie ist! Was hat Beppo gerade gesagt für was Krankes? Wie lecker ein Paul-Smoothie ist! Beppo, du bist eklig! Ach, Mann! Wenn die da pennen, warum kann ich die nicht abknallen? Du bist ja richtig sauer, wa? Ja! Ich komm' mir vor wie ne Behinderte, Mann! So! Bleib' jetzt in diesem verfickten Scheiß-Ball! Oha! 42 vom hochwertigen Öl! Sehr schön! Ich hab' auch genug Dinos getötet! Alter, hier wär'n Pauls gefangen, Mann! Als würdest du bei Tiki Maxx Sachen sammeln! Okay! Ich hab' wieder ein All gefunden von zwei Stunden! Die blauen Sphären kriegt ihr so oft, mein Gott, die könnt ihr verballern! Kannst du auch verkaufen! Nö, ich brauch' die schon! Oh, hier sind Depressos! Ich glaub' Depresso hab' ich auch noch nicht genug! Ich hab' auch noch nicht so viel Depresso gefunden! Oh, meins hab' ich ihn getötet! Dumm! Töte Depresso doch nicht! Depresso ist voll der Stream-Liebling! Ja, da brauch' ich auch noch ein paar! Abau! Na, scheiße! Oh! Hier hab' ich genug! Das sind Menschen! Da sind zwei Depressos, die sich hier saufen! Es ist immer einer, der bleibt drin und die anderen müssen ihre Doofen markieren. Warum, Depresso? Es geht ihr besser bei mir. Ich mach dich zu, Nespresso. Endlich. Stimmt, ich muss wieder zementisch. Uh, Nox kann ich auch mitnehmen. Ich glaube, Nox habe ich auch nur einmal. Ja, hör auf mich an zu schreien. Nox schreit mich einfach hier an. Ich fang hier alles auf der Map, was gerade geht. Ah, den möchte ich auch haben. Ja, du musst jeden Pole zehnmal fangen. Genau. Jetzt ist ein komischer Vogel. Komm her, wir gucken aus der Luft, wo wir diese Scheiß... Das ist ja gesagt, Glück, ich soll alles fangen. Hm. Ekel, die aber noch ihre Attacken immer ausfüllen. Ah, manchmal bleibt er drin, der Bruder. Manchmal nicht. Der hat echt keine Lust, der Junge. Ich soll mal mitnehmen. Ja, ich soll mal mitnehmen. Du bist ein Pinguin-gurkey-schwitz? Vielen Dank. Naja. Er geht sich wieder saufen. Oh genau, Alter, was hat denn der für ein AIM? Mann, der sauft sich wieder lieber, Mann. Der hat sich jetzt schon wieder fast lieber ersuppen. Mein Ruki schmerzt ein bisschen. Ich bin zu dumm, um zu treffen. Von dem komischen Vogel muss ich noch dreimal fangen. Bin ich da auch fertig? Ich bin zufrieden. Hat das Kevin gestorben oder was? Ich hab's gesehen. Er hat doch gewonnen, da steht doch erster Bossi. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, dann geh zurück in der Stunde. Wie kann der Bruder meine Sphäre zurückschlagen, wenn er sie nicht einmal sieht? Okay, noch ein Fwack. Ich brauch ein Fwack. Wo sind die Fwacks? Ich geb auch keinen Fwack. Ah, 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 ah. Ich brauch noch zwei, zwei Kativa. Okay. Jetzt war ich noch ein Kativa. Oh, oh, der Bruder, der Bruder. Der Bruder kommt, der Bruder kommt. Jo, Junge. Ja. Da kam der von ganz hinten gerannt, um hier eine rein zu flexen, hier. Oh, lelelele, chill dich. Chill dich. Was ist denn jetzt? Yay, Level 39. Ich brauch Fwacks. Uh, ich könnte die Pumpe freischalten. Ich hab keine Fwack, was zu geben. Wichtig. Dann patch ich dich nicht mal. Jetzt müssen wir was teilen. Komm Tele merengern. KörOs zum 나는 raus oder auf dieseniken. Schnell dich, 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 dich. Ich denk denements 상founded, ich sag immer, auf diese COM- Was deine arte. Ich deine LC- Ich hab keine Fwack zu geben. Stay drin! Was fällt mir denn noch? Hab ich, hab ich, hab ich auch. I got the fuck together. Ah, das Anton muss ich noch. Ah, ah, okay. Vier mal fangen. Was für'n Anton? Ja, den fuck. Fuck! Dann sag fuck! Der fuck! Dann das komische Pikachu sechsmal. I got the fuck together. Super. Kingu hab ich. Penking muss ich noch sechsmal fangen. Achtmal... Den gelben Igel. Und achtmal den... Ja, du kriegst ihn eben gelb und den blau. Ach man, du ekliges Vieh! Gibt es doch gar nicht. Ich hab Fixie nur einmal gefangen. Ich hab Fixie zweimal gefangen. Oh, Depressofind muss ich nur noch einmal fangen. Und Cremis muss ich einmal fangen. Und jetzt wird Robi aus? Robi? Was sind die, die ich gerade fange? Robi ist mein Salzhund. Die Wildsau muss ich fünfmal fangen. Nux, viermal. Die Wildsau? Ja, dieses braune Wildschwein. Futter hab ich genug. Kilomari hab ich auch genug. Mau muss ich noch fangen. Ah, von denen krieg ich auch Paulsaft. Oh nein. Guck schon gar nicht mehr, wie oft ich sie brauch. Tukatukas muss ich noch dreimal fangen. Und ich muss ein paar Kühe fangen. Mann, bleib drin! Du willst nicht sterben, wa? Na, ich hab aber genug. Okay, jetzt stirbst du. Tja, du hättest leben können, aber du hast den Freitod gewählt. Oh, hier liegt ein Ei. Manchmal lebt man, manchmal stirbt man. Oh shit. Wo es denn Kremes? Wie oft hab ich Kreme? Ah, Kremes hab ich schon hundertmal gefangen. Das Wildschwein. Das Wildschwein. Fehlt mir noch fünfmal. Ah. Los Tochter. Ich brauche Steine. Ich brauche Eise. War gut. Geil. Geil. Kevin, wenn du keine Anzeige von Nintendo haben willst, darfst du das nicht mehr sagen. Alter, bleib doch einfach drin! Du blödes Scheiß dreckiges Vieh. Okay, jetzt töte ich dich, weil du mich nervst. So. Tja, hättest du auch rein für den Ball gehen können. Ja, fangen oder sterben. Das ist ihre Notion. Du hast es die Wahl. Du hast den Freitod gewählt. Meine Schildkröte sieht übelst müde aus. Wie oft habe ich denn dieses blöde Chippe-Kippe da? Chippe, Chippe, Chabba, Chabba. Den habe ich genug, habe ich genug. Habe ich auch genug, genug. Fwack, fehlt noch einer. Sieben. Sieben. Vier. Fwack. Ich brauche einen Fwack. Ich habe keine mehr Fwacken zu geben. Beim Kevin-Hacken, Paul ist einfach an dem Bier schon fest. Ich habe keine mehr Fwacken zu geben. Alter, du bist Level 2. Du hast in dem scheiß Ball zu bleiben. Alter, was ist denn nur los? Warum bleiben die nicht in den Bällen drin? Level 2. Dann mach die grünen Bälle. Hä? Dann bau die grüne Bälle. Ich habe auch grüne Bälle, aber trotzdem. Level 2 soll doch nur so im scheiß blauen Ball bleiben. Dann fehlen noch zwei. Guck, es ist 21.47 Uhr, immer noch keine Moni. Ja, sie hat gesagt um 10. Hat sie gesagt um 10? Ich glaube um 10 hat sie gesagt, ja. Ja, ich gehe aber bald. Das heißt ja, du hast immer Mittwoch frei. Ja, Mittwochabend. Und Samstag, ne? Ja, Samstagabend. Mensch. So anstrengend, dass ein Level 5 war. Ich bin einfach nicht rein. Er ist tot. Hör auf, wenn sie mich schießen. Der wills mich verarschen, oder was? Da rennt er mir die ganze Zeit hinterher. Dieser ekelhafte Camper, Alter. Dann trägst du das ja so gut, die Schnee stimmst. Was? Meine Fresse, ey! Wie sind die Fokks? King Pucker. Ich hab King Pucker. King Pucker. Ja. Ich kann's auch auf ihm reiten. Er reitet sehr schnell, wie du siehst. Ja. Du bist wie Mosel. Er reitet wie der Wind. Und ich will den Menschen da. Den hab ich noch nicht. Wo sind denn die Fokks hin? I have no Fok to give. I have no Fok to give. I have no Fok to give. Yeah! Yeah! Levelaufstieg! Alter, zwei Level. Was? In zehn Minuten? Mann, ich bleib' drehen. Ja. I got no Fokks to give. I got no Fokks to give. Ah ja, ja. Ich mach das jetzt, Luke. Ich zieh' das jetzt durch. Und es wird gelevelt hier wie ne große. Oh. I got no Fokks to give. I have no Fokks to give. Oh, da fehlen wir sogar noch neun. I got no Fokks to give. Ah ne, noch zwei. Da stimmt aber nur einer. Wie viel ist das Mammuts 32? I've got no Fokks to give. Was wär's doch... Ich brauch dich nicht mehr. Da ist noch ein Wildschwein. Das könnten wir halt noch mitnehmen. Komm, wir kicken das nur ganz kurz. Aber das können wir nicht kicken. Oh, ich hab's voll auf den Arsch gebuckt. Nochmal. 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 Er hat gar keine Chance, der Boah. Ich steh' schon bereit mit dem Nächsten. Noch drei. Noch fünf. Liefmank haben wir. Wie ist das mit dem Foschal? Da ist die Foschal. Kannst du bitte runterkommen? So, noch einmal den Vogel hier, dann hab ich ihn. Fertig. Der bleibt nicht drin, Leute. Wieso sind die Tiere hier so aggressiv? I've got no Fokks to give. I got no Fokks to give. Vögelchen. Ist hier noch ein Vögelchen? Gut gemacht. Ja, besonders effektiv ist das nicht. Oh, jo. Wirst du von Kindern aus ernannt? Der bleibt nicht drin. Wer soll mal da rauskommen? Mei, oh mein. Dann will er wirklich Star hier wehtun, anstatt ein für den Ball zu bleiben. Da ist er. Egal, die Gammeln nur oben her, Mann. Was ist das? Zehn Kills. Die Runde ist fast vorbei, Alter. Nicht dicke, Marcel. Nicht dicke. Kommst halt nur in Camper-Lobbys rein zur Zeit, Alter. Meine Fris, wollen sie sich verstecken, sollen sie in ihrer Modus-Fotze wieder zurückkriechen? Oh, Mann. What the fuck? Okay, wir beruhigen uns. Marcel, was ist das hier für ein Sprachumgang, bitte, junger Mann? Mein. Mein Sprachumgang. Kommst du denn her? Digga, da hängt der ganz in den Hecke, oder was? Ach, Digga. Ja, ne? Alles flog. Wo ist das Lama hin? Wo ist das Apaka hin? Oh, es ist geflüchtet. Ich mag das nicht, wenn man von mir flüchtet. Ich bin ein netter Mensch. Ich entsafte keine Pols. Ich bin nicht Beppo. Doch. Mach es. Mach es. Beppo ist die dunkle Seite so. Mach es. Entsafte die Pols. Digga, halt, dieser Winnie-Winnie, der geht mir so hart auf den Sack, alter. Marcel, hast du einfach mal überlegt? Vielleicht bist du einfach nicht gut. Okay, wir beruhigen uns alle. Nein, 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 nein. Scheißruhengras, oder was, Junge? Meine Fresse. Die Katze liegt in deinem Stuhl drin, ich hoffe das ist dir bewusst. Wenn du den Stuhl auch nur einen Zentimeter bewegst, bist du so hardcore in Tara drin. Dass wir zum Arzt müssen. Ja dann frag sie doch. Was machen wir? Yo Tara, ey Mietz, Mietz. Was machst du da? Bitch, geh da weg. Wenn er über dich fährt, müssen wir wieder zum Arzt. Du bist so scheiße teuer. Das fiel mich tatsächlich getötet. Was hast du denn? Geh auf mein Computer, wo du nicht lief, Tara. Nee, geh. Hast du gerade echt bitte zur Katze gesagt? Guck. Guck, Arthur ist immer mal kurz. Guck, Arthur ist immer mal kurz. Guck. 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 Er kämpft hier gerade mit der Katze. Guck. 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 Ich hab 100 Euro in das Aquarium gesteckt. Wollen wir mal eine Füße? Raus mit der Fieße. Ich muss das so betrunken sein, Kevin. Was ist meine Wille? Oh mein Gott, ich hab den gerade so in die nächste Dimension gekickt. Das ist nur meine Wünsche. Kann man das nicht als Ton machen, ne? Was ist nur meine Wünsche? Alter. Was ist mit meinen Fischen? Ja, jetzt erschießt mich auch noch ein Maid, Mann. Was ist mit meinen Fischen? Mein Fischer. Mein Fischer. Fein theoretisch, Beppo. Ich bin jetzt Level 30. Ich könnte jetzt ein Mammut nehmen. Ne, der ist 37. Ne, meiner hier ist 30. Ja, da kannst du ihn nehmen. Aber du kannst nicht den Bus machen. Ja, da fick ich weg. Ja, da fick ich weg. Aber was mach ich mit dem Mammut? Du kannst das Mammut reiten. Nein. Aber ich will meine Wünsche. Ah, wo ist Monique? Monique würde jetzt mitsagen. Du kannst schon nachzählen. Ich bin jetzt zu spät. Ruf sie an. Monique, was ist mit meinen Fische? Ruf sie an. Wünsche. Meine Tür zu, geht die Schachttüre nicht mehr auf. Du Fotze. Ja. Also jedes zweite Wort in dieser Doku ist einfach du Fotze. Erhalt dein Maul du Fotze. Ja. Genau so sieht es aus. Hm, schliegender Stein. Oh Gott, WTF. was ist meine wäsche was ist das denn der hund kommt nicht ins tierheim doch dann pass auf dass ich dich nicht in den käfig stecke mit der bierflasche in der hand ja meine wäsche karine ist in die nächste brust gefallen oh mein gott ich habe aus versehen das mammut angegriffen oh mein gott beppo der kampf nein ich wollte den wolf ich wollte nur den wolf haben liebes mammut jetzt krieg ich so den arsch versohlt von dem mammut tut mir sehr leid ich wollte sie nicht stören können wir können alles alles ganz easy miteinander bereden okay sie müssen aufhören es war kein es war keine absicht ich habe keine absicht eine mauer zu bauen nein der wird dich jagen und ja weg er schlafen gegangen jetzt habe ich ihn wieder sauer man kann überall ist für alles vernünftig reden müssen sie ich bin nicht mit mir kann man reden da geht so eine blaue fähre nicht nur meine wäsche alter wenn ihr mein mammut tot macht dann mache ich eure mütter tot wieso meine fische also wenn wir den bekommen leute dann fange ich aber an zu schreien alter ich habe nicht genug bälle er bleibt nicht drin er bleibt nicht drin und dann habe ich nicht genug bälle da bleibt er nicht drin niemals bruder du nervst mich ist er wieder raus ja jetzt bin ich gearscht ich habe keine bälle welche kaufe jetzt habe ich nur noch blaue bälle und wenn er drin bleibt fünf prozent schon nein komm versuch aus den umbringen ich habe keine sphäre schieße alter eine blowend auf ne er nimmt die gar nicht an scheiße egal ich komme noch mal wieder ich komme wieder keine frage wieso habe ich löschen im dach ich habe löschen im dach ach man also meine wische also diese blöden schweine bleiben dann für nie drin welche schweine was macht sein noch da ja schreit die leute bestimmt an die leute bleibst du nicht drin du hohen sohn ja doch er ist drin ok ok oh mein gott was ist denn hier passiert es ist sogar noch mehr von meiner base weg ja das kann nicht sein da ist irgendein bug im spiel bettung dank und das steigen macht der zeit für die gehen nach einem tag wo ich es gebaut habe das ist ein dinger base was du hast mega film fragt naja deswegen bei mir ist alles kaputt ich habe keinen plan darum außer es ist einer von ihnen der was kaputt macht ständig werte pädobär sind ja guck die halbe wand da ist weg da habe ich vorhin erst repariert das kann nicht sein pädobär hat kinder gehört auf der anderen seite hat kinder gehört und wollte ausbrechen ja ich check's halt nicht weil ich habe das vorhin repariert oder es ist halt viel zu steckig in deiner base und dafür machen sie die franz auf ja es ist ja oben auf ok man hört halt nur hinter mir das arbeiten wie im konzentrationslager halt da guck feini hier was der macht vielleicht passt meine base auch einfach es ist zu viel ich habe kein plan das nervt mich kommst du jedes mal zurück fehlt ein teil von deiner base jetzt war ich hoffe dass den ähnlich gut geschützt wird den der mod gemacht wird von pokémon am polwert denkst du der wird zerstört mhm nintendo schürzten im spiel mhm im real life ah stell mal vor im spiel wäre auch lustig ja der wurde doch erst gebannt warum macht er ihn denn noch einmal damit sie ihn verklagen und sein leben zerstören ja das ist wie der typ der gta da geleakt hat und der hat lebenslänglich und das schon mit 17 ach diese katze geht mir so auf die pfote man die wird immer hier sein ich weiß nicht warum du hast so einen fetten kratzbaum aber es ist schade der typ von gta weil so jung und so talentiert dass er mit einem amazon firestick und einer tastatur einfach bei rucksack game gehackt hat also das ist schon eine kunst guck dir das an der hat doch einen schuss hier der fein so du gehst raus hier raus mit den fischern nachher holt jemand über ihren schwanz weißt du weil wir gucken nicht immer hinter uns ich war ja schon auf deinem geburtstag schon fast über sie gehört ja sie hat halt gar nichts hier zu suchen in dem zimmer raus mit den fischern das fisch so groß aber das legt sich so flach als wäre sein teppich ja und du siehst sie nicht und dann fährst du mit dem stuhl drüber da wird nicht die böse obwohl sie die dumme ist es ist so wie der teppich von den afro ja ich wurde übrigens gerade als cheater bezeichnet ja marcel warum cheat's du denn auch du bist also der wo cheat's und regst dich auf wenn jemand dich richtig erwischt hm nein marcel warum cheat's du denn cheat's doch nicht naja ja jemand sagt zu dir mit zehn kills du würdest cheat's warte mal ich geh mal kurz im spielschat ran mit zehn kills na wohl na doch ich geh mal kurz im spielschat ran bin gleich wer da jetzt gibt's prügel immer noch mit zehn kills ein cheater wissen die nicht was ein cheater ah ist schon wieder eine mauer weg er beleidigt jetzt kleine kinder pass auf ich verstehe ihn nicht mal wenn er sie beleidigt bei mir werden sie alter getötet ja wow kein problem mehr punkto medikamenta hier zu stellen das geht mega schnell bei mir werden sie alter getötet ich habe ich kann teppich freischalten und wie hast du sie genannt genannt der hat sich angehört wie 14 alter was er gesagt äh wie soll ich mit controller cheaten alter und guckt euch mal meine key des dings an cheat 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 ach da ja ich bin rausgegangen ja wieso cheat's du denn ich würde echt leider mal ein paar leute treffen die die mich die ganze zeit beleidigen oder sowas weißt du einfach mal wissen was da für ruhepratzen hinter stecken die einfach mal ganz gepflegt ins gesicht spucken ich gerne mal machen das macht man aber nicht ist mir egal die haben es verdient ach mach's halt du halt mich jung sehr gerne ja siehst du dich darf nichts sagen weil dann heißt es sofort Kim ja wenn du musst mir noch den den sound schicken meiner sprache ich schick mir die ich hab keine sprachnachricht noch nicht du musst oh Kim machen und dann ich muss mir sparen aber schicken ich tut dir weh Kevin wenn du das machst ich tut dir echt weh man ich tut dir echt weh man ihm tut dir nicht weh und wenn ich dir in den schwanz weiße ist mir scheißegal das macht er nicht Kim tut mir weh doch nein das macht er nicht häusliche gewalt häusliche gewalt sehr doll tut sie mir weh live auf stream häusliche ich hätte zu häuslichen ich boxe mal vor meinen Eltern boxe ich ihm eine ich hab da keine skrupe ja man sagt ja was ich lieb das neckt sich natürlich kannst du das nur es ist hier etwas umgedreht er liegt am boot und am blut warte hier er muss halt er muss halt da drauf gehen ach scheiße du bist ja schon drin was machst du denn ah peter man der Schleim bei Beutel gekippt was geht hallo endlich mit an also der andere der noch mit dazu gekommen ist das ist mein Mann hi wo ist dein Mann im Discord ich komme du bist doch im Discord ja hallo hallo er kommt nie wieder zurück weil du dich jetzt schon so scheiße benommen hast ah da der Buhr kommt nie wieder zurück so ne du fließt jetzt Schatz ne du hast ja erklärt deinem Mann dass er sein Calvin ist doch du fließt das war richtig er fließt er fließt er fliehnt er fliehnt er fliehnt er fliehnt er ist nicht angekommen das war nicht mit der Soundboard das ist Marcel ich glaub du musst die Tür einmal aufmachen Monique weil er hat nicht gezogen er hat nicht gezogen okay wie ist so schön raus mit den Viechen und meine Fische da sind sie meine Fische ja ich muss raus weißt du was das Schlimmste ist ihr habt doch bestimmt den schon einmal gesehen ne ich muss raus ich finde der sieht aus wie Marcel das war fies 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 mit den Goldmünzen kannst du beim Händler was kaufen das war fies zum Beispiel nachher brauchst du ein Weizenfeld und Weizen bekommst du nur beim beim Händler also ich finde ja dass ich aussehe wie der wie der Linke auf mein Profilbild aber nicht wie der ah ich muss raus Typ kann ich die Münzen jederzeit mit nehmen oder ist das mit Gewicht her technisch scheiße du siehst das oben links ob die Gewicht haben oder nicht ne die Münzen haben kein Gewicht ne 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 die Münzen haben kein Gewicht du kannst so viel sagen ich schlepp nie die Münzen mit aber trotzdem geht es immer wieso schleppst du die Münzen nicht dass die nehmen doch keinen Platz weg weil ich keine Münzen brauche wenn ich zu dem Penner gehe nehme ich die Münzen mit wenn ich ja nicht doch die nehmen doch Platz weg ich bin übrigens mittlerweile Level 12 12 hey ich bin 30 also im Alter oh das war irgendwie ja da steckt mir was glaube ich ganz tief im Hals pass auf das sehen ich gleich wirklich was ihr meinst stimmt so jetzt hab ich auch mehr Leben und jetzt kann ich auch mehr Gewicht mitnehmen ich muss sagen ich muss sagen wenn monique innerhalb von zwei tagen auf level 12 ist hat sie wahrscheinlich kein leben ich muss mich ganz kurz verteidigen mein mann ist glaube ich jetzt schon level 3 13 oder 14 tschuldigung der ist 15 und 15 gekauft gestern gekauft gestern ist ja 15 da ist wo jemanden sucht die ist ja 15 man kann ja mal fragen was soll das jetzt nicht gesagt was sagt man kann ja mal fragen das war nichts verwerfliches 15 ja ich wäre gern 15 ich wäre auch gern nochmal 15 Alter ich würde alles leben gewesen was du willst du weißt dass ich 22 jahre alt bin du glaubst du wohl nicht ernsthaft dass ich mir ein 15-jähriger habe ich weiß nicht was du verfolgen hast aber das ist nicht mal egal mann doch selbst sind wir noch legal Kim du musst mir gefallen tun wenn du ihn siehst früher sogar also wenn du ihn siehst im januar bitte bitte klatsch ihm eine von mir mit wen Marcel sehe ich im juni januar ist fast vorbei eine klatschen den sehe ich öfter wie benutze ich dieses reparatur set du gehst auf den gegenstand wo repariert werden muss und drückst l3 oder spielst du auf tastatur dann gehe in die option menü und guck in den einstellungen von der tastatur welche drauf und rechts steht was du klicken muss bei mir sind dass sie den options backen herr aus bei die option 3 3 ich habe mich dazu entschlossen das einfach zu zerstören und neu zu bauen ich wollte meine eiserne spitzhacke reparieren aber jetzt ist sie weg und ich mache mir einfach eine neue was war eben noch mal deine frage wie man repariert ja wie man das reparatur set auf einem metallspitzhacke anwendet ah nee das geht nicht nein du musst an die du musst an die du musst an die du musst an die werkbank reparieren das reparatur set ist nur für sachen in deiner base genau und diese bank schatz du musst an die die reparaturbank oder wie heißt das ja hier die bank schatz da die mit dem schleifstein die brauchst du musst du schon haben ja ich brauche das was ich gerade brauche und sachen die brauchst du hast du schon medizin hergestellt das dauert noch länger fünf minuten für die spritze ich habe da schon so ein helferlein der macht das von ganz allein ja ich erst mit zu eklig weit ohne witz wirklich dass der also ich habe später früher angefangen als er und was ist er schon level 15 ich glaube er macht nicht falsch er er macht es vielleicht richtig arbeitet ihr nicht sagt herr stück von die reparaturbank ich hab nie gebaut aber was mache ich falsch warum level ich so langsam weil ich habe das auch gemacht du sollst du musst schon mal zehn pols fangen von also jeder sorte dann den post an diesem turm besiegen das hat er auch noch nicht fertig nee nee dass du das ist das tutorial aber ich rede jetzt um schneller zu leveln fangt von jeder polsorte zehn stück erfahrungspunkte solange tut noch keine zehn gefangen hast kriegst du erfahrungspunkte und wo weiß ich wie viele ich schon für weiche sorte zeig dir das an unten wenn du ein zwängst zeig dir die rechts an wie viele davon hast genau oder in poldex gehst siehst du das deswegen renne ich hier die ganze zeit hin und her und fang alles ich habe zwei level gemacht und 20 minuten ja genau ich fühle mich gerade mehr als behindert komm ich übertrag euch wieder mein super tolles spiel mein so ach so tolle spiel und stimmt sie wieder so ach halt mal guck mal guck mal sie zeigt uns wie sie stirbt wo ist ja ich kann euch das leider nicht weitergeben guck mal das habe ich aus ein ei gebrütet ja dann was ist dann schon wieder bei ihm nicht richtig was macht der schmetterlinge im bauch und jetzt sind die da immer stuck das passiert schon zum keine ahnung wie viel du musst deine base größer bauen als deine base tatsächlich ist als der kreis ist weil sonst kommt die mal da raus und kommen nicht mehr rein sowieso deine base wird mal abfackeln nein darauf achte ich will das nicht wie bei euch haben ich habe auch darauf geachtet weil sie das holz ist auch so und das ist jetzt schlecht weil angegriffen wirst und die kommen mit feuer dann fackelt eine bude ab ist das so ja ja beppo und mir ist die ganze base abgefackelt dann muss ich stein zett holen und umbauen ja das ist ja ich habe gerade alles neu gebaut ich habe ihnen das auch eben schon mehrfach gesagt er ist genau an der exakten gleichen stelle wie ich ja und ich habe auch schon zu ihm gesagt du wirst bau nicht zu groß ich sag du wirst irgendwann umziehen da glaubt mir ja also die stelle wo muni ist ihr ist zu klein weil da war auch meine erste erste oder zweite base und jetzt bin ich bei meiner vierten base wo geht es dir gut wenn du hungrig bist dann geh rein die was essen ich komme später ich gehe mal einer rauchen schmecken die zimt schmecken nicht mehr die sind schon zu deinem hart alles klar jana lebst du noch ich vor gott sagen hallo jana nöchen ich bin jetzt drin also kann das auch von zu heulen okay guck dir das an kämen die rüstung 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 machen aber das ist gut dass man nicht dann kann ich aus meiner ecke wieder rauskommt ja eine frage habe ich ich habe gerade eine feldrüstung freigeschaltet wo zum pick mache ich die in deiner werkbank aber die ist hier nicht abgebildet warum nicht so sicher dass sie freigeschaltet das ja hier kommt gegenstand feld rüstung ich habe auch den cinema da ist diese bank dafür brauchst du die die große werkbank ich suche sie dir ich habe sie schon 11 level 11 hochwertige werkbank die dritte musst du bauen genau da brauchst du metall waren musst du erz abbauen was war man was fehlt mir denn hier radio bist du behindert jetzt alle verbraucht wieso machst du das denn weil er zieht in dem tutorial wann hast du das total beendet ich glaube innerhalb von einer stunde konntest du den töten den typen da das fliegt da aus mitte wie schon wenn meinst du den bus ja den hier ja konnte ich ja den kann man fangen mit so einem glitsch ja ja aber wir müssen den jahr besiegen warte bis bekommt er sagt ihr wen du am besten benutzen kann also um den platz zu machen wenn ich die überhaupt habe hochwertige mir fehlen noch sechs nägel kann ich jetzt sechs machen so viel ausrüstung perfekt jetzt mache ich gerade zwölf nägel ich krieg das noch nicht geschissen endlich nicht welches level hat der poster gute frage man das ja ich glaube er war zehn als ich ihn ich glaube zehn jahre ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ja da kann ich ihn auch gleich schon vernichten meine pols meine pols sind auch schon zwölf will hier raus nein geh aus meiner bude du gehst mir immer alles falsch sortieren die doofe ziege ist die tür zu bleibt die türe zu ich möchte irgendwie was naschen doch wusste ich box ist doch voll ich weiß ich weiß aber noch nicht was ich geh jetzt kurz gucken ich habe kapiert man jana was spielst du überhaupt was viele nicht machen okay wirklich nicht lachen das ist was ich nennen das ein farming simulator es ist nicht bescheuert als marcel sims also ich bin zwei level gestiegen ich habe das vergessen ne danke so ich habe den zu hause geguckt ich habe den gekauft ich habe den zu hause geguckt ich habe den gekauft gekauft und geguckt und wie illegal wie ich den geguckt habe oder wo wie war er war wie er war ich fand da war richtig gut ich fände mega ich finde den echt richtig mega du nicht ich weiß es nicht für mich ist johnny depp halt der einzig wahre ich habe mich verbaut ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen hey jungs was ist das hier für ein trick du bist zu schwer guck mal unten deine du bist ja voll rot ja aber warum auf einmal es kann sein wenn sie neben dir stehen und was abwerfen und du stehst gerade doof da dass das dann auf dich drauf wird stein oder holz dann bauen wir jetzt erstmal die bank nein wo bin ich denn drüber soll ich mich nochmal an den boss ran wagen oh der wird mich wieder so hardcore ficken guck mal her alter schlafen die leute alle im stream vielleicht ich bin wieder da den ersten boss ja dieses fette pikachu da ja mit welchem paul geht man am besten rein eis ah eis oh no und wieviel wieviel der level war der weißt du das noch 10 oh ich weiß nicht ich weiß glaube 12 oder 15 irgendwas echt ich hab geglaubt 10 der war nicht stark äh hast du den pinguin hast du den pinguin nicht aber nicht in meiner truppe in meinem team doch he 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 der pinguin ist auch ein ähm äh der ruchen ist wasser oder ja 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 aber du hast doch diese gillette die ist eis ja schritte ist ja auch eis ja aber die ist noch nicht so hoch vom level oder doch ne die ist level 11 2 ja das sollte klappen du schießt ja auch auf ihn ist die fellrüstung wird jetzt stärker oder ist es einfach nur hübsch aussehen ne ne die ist hat passere verteidigung oh mein gott ich werde erschossen ich renne zum boss ich renne zum boss du regelst das lauf 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 oh nein ich hab das falsche Paul genommen ich hab dieses fette lama genommen so warte mal jetzt muss ich erstmal halt nicht haben oh da muss ich verhaften ich versuche es du schaffst es den boss irgendwie zu bekommen guck mal wie gut ich jetzt aussehe doch hm ziemlich toll hören sie bitte aufhören auf mich zu schießen ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm nein 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 da ist nichts schieß doch bitte auf sie damit ich sie weg backen kann sein seid ihr dumm oder was lauf lauf einfach laufen seht ihr die nicht wenn ich streite auf deinem lama bist schneller unterwegs wem redest du mit mir ja ja nicht auf sie schießen weil dann funktioniert das nicht was soll ich machen einfach weg laufen ja ja doch auf ich will sie doch nur einfangen weil du darfst nicht einmal sie treffen aber die schießen nicht auf sie bevon doch sie machen das hier irgendwann aber heute das nicht auf sie schießen nicht einmal treffen ich glaube ich habe das schon ja dann wird es nicht funktionieren ah juck ist noch da so das heißt ich muss noch eisen sammeln why are you running ja ich fühle mich echt so why are you running so gehen wir eisen sammeln oh ey liebe oreo kekse mama mia aber nur die originale mhm tupst du sie auch in milch no ha ah geh weg geh weg geh weg wipb ich weiß nicht ob das was wird ich glaube nicht du hast auf ihn geschlossen ich bin gerade versteckt und scheiße hast du den boss gerade versucht ich probier's echt ja wenn ich brauche nicht gewinnt nicht auf sie die ganze zeit auf mich sie schießen ja auch jetzt jetzt aber wann kann ich die sache ist die gegner also die soldaten schießen nur auf dich das bedeutet du musst dich so dahin das sieht gut aus nee ich glaube nicht nee das problem ist du hast schon auf sie geschossen und dann zählt es nicht mehr der erste treffer muss von den soldaten sind du lässt mich du stück dreck lass mich in ruhe und wann muss ich ihn fangen muss ich einfach nur töten 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 monique du musst auch dein pol einsetzen den habe ich schon eingesetzt hast du angriff ausgewählt ich weiß doch gar nicht wie man das macht da steht also die hände sind gesperrt ist das normal nein 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 oh mein gott mein ständiger da ist nicht funktioniert oder wie bitte wenn die hände da gesperrt sind du hast deine fähigkeit noch nicht aktiviert aber die beim penguin kannst du die noch nicht nützen ne aber wie sag ich mein pokémon das denn dass er also würdest du mit kontrolle spieler fährst er 3 ja bei mir auch nicht bevor steuerkreis runter wo ist die darstellung gar nicht weil eigentlich geschmissen der f3 nein ich hab gar nichts geändert kann ich bitte sterben die pokémons auch naja du hast aber schon ein guter gut stück von hinten hinter oder nicht ich hasse das wenn die bosse so richtig bitchig reden komm komm schießt mich ab bitte damit ich vielleicht schon wieder ich sterbe auf 7 minuten den krieg ich niemals du musst sie am kopf treffen dann machst du kritischen starten das ist praktisch diesen bus kim zweimal in der place so habe ich will sie überhaupt nicht mehr haben wenn sie weiter so spielen ich komm da nicht weg ich hab hier ich hab hier Ich bin vor einem Paul gespawnt. Der Bruder ist hinter mir. No! Er hat noch so viel Leben, ne? Das sehe ich. Das ist doch nicht mehr normal. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich es nochmal versuchen, oder? Ja. Wenn ich hier drinnen sterbe, sind meine Sachen weg, oder? Die liegen dann vor der Tür. Vor der Tür? Ja. Okay, dann soll er mich gehen. Fünf Minuten noch. Wie weit warst du noch, Schatz? Ich habe jetzt auch noch fünf Minuten. Der hat noch 21.000 Leben. Mein Bogen ist gebrochen. Meine Viecher sind direkt gestorben. Beppo, da backt was, weil meine Base fällt auseinander. Das ist komisch. Oder deine Tiere sind aggressiv. Ich habe auch gleich keine Bögen mehr. Denkst du, das ist auch gut mehr? Übrigens? Ja. Der Pfeile hatte ich genug mitgenommen. Mein Bogen ist einfach kaputtgekommen. Und das war die Probe. Oder Kim? Hm? Ich habe schon wieder in den Turm. Hm. Ja, ich weiß, was das für Arbeiter sind, Noah. 12.000. Ich weiß, dass das Schlimmste ist. Ich habe einen Kollegen, Nick. Der wohnt nicht weit weg von Ihnen. Und er kann genauso reden wie Sie. Aber, äh, Dingens, der wohnt gar nicht mehr in Köthen. Ja, Krefeld. Krefeld, genau. Aber er kann halt so reden wie er. Und so? Und meine Möfe. Ja, ich schwör's dir. Ich habe keine Sprachnachricht von ihm, man. Ich schwör's dir. Ich könnte ihn jetzt fragen, mach mir eine Sprachnachricht. Du würdest so lachen. Oh, ey. Meine Fische, die müssen noch melden. Ich fühl's immer so lachen, wenn Nick so redet, also. Also meine Wünfe. Ja, gut, ich bin gestorben. Alles klar. Ich hab's gesehen. Also meine Base zerfällt. Das fuckt mich ab. Warum? Warum passiert das? Jetzt muss ich mein Tor schon wieder hinstellen. Zum hundertsten Mal. Und gerade, bitte. Nee, das ist mir mittlerweile so scheißegal, also. Ich fetz das nur noch rein für so da hin. Kommt, Leute, arbeite jetzt schneller. Boah, Luke, ich hoffe, es kommt kein Wait mehr rein, ne? Ich wüsste, ich mach heute nicht bis zwei Uhr. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich hab zwar Homeoffice morgen, aber... Nee, 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 nee. Oh, das hättest du nicht sagen dürfen. Du bleibst jetzt lange wach, meine ich. Nein, 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 nein. Komm, Luke, nein. Wait, wait, wait. Wo braucht man diese Holzkohle? Holzkohle brauchst du, um danach Schießpulver zu machen. Und mit Schießpulver machst du Munition. Oh. Okay. So, das haben wir jetzt gebaut. Jetzt brauchen wir noch... Das Fließband brauchen wir. Jetzt gucken dir an. Ich brauche noch Eisern. Ja, mach richtig Wusar da drinnen. Hm, ich geh mal ein paar Eier so rum. So, ich hau noch einen, damit du richtig nehm mich auch weg. Doch, ich fang morgen ne Stunde früher an. Dann machst du es spät. Ab morgen beginnt mein Vier-Tage-Woche-Dings-Plan. Dementsprechend muss ich ne Stunde früher anfangen, damit sich der freie Tag in der Woche lohnt. Oh. Ah, ich habe, ich arbeite vier Stunden in der Woche, ich darf hier acht Tage, äh, acht Tage, acht Stunden frei. Das ist ein guter Deal, du? Ach, sieben auf sieben Tage. Wir sind hier nicht in Luxemburg, um einzulande, ja. Hätte Glück hast, darfst du drei Stunden schlafen dann. Nein, wir sind hier in... Das bleibt alles sowieso. Bei meinem Stream sind ja Luxemburger. Luxemburg ist so ein Arschlochland, was Arbeiten angeht. Und ich könnte mich hier totarbeiten mit meinem Chef, würde mich mit dem Ouija-Brett zurückrufen. Mit dem Ouija-Brett? Ja. Und ich gehe in das Musikverein, dass mein Chef das hier gerade hört. Und ehrlich, ich war eine Zeit lang am Überlegen, wo ich einfach, äh, aus Hamburg gehe. Und einfach irgendwo anders sind sie hier, da kam Luxemburg natürlich auch in Frage. Aber wenn ich das so höre, arbeitstechnisch, dass ihr voll von Arsch seid, Alter. Nö. Ich bin für den ja auch cool. Ja, trotzdem, tja. Denkst du, denkst du, die Deutschen und Franzosen kommen alle nach Luxemburg arbeiten? Nö. Weil wir so gute Konditionen haben, also 51% vom Land sind, ähm, Ausländer, die hier arbeiten. Ja, aber Kim, sei froh, dass du nicht in Deutschland lebst, ey, mit den ganzen Steuern scheißen hier und all so. Ich hab sogar Joni, 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 Joni hat mich sogar gefragt, ob in Luxemburg eine Arbeit für ihn da wäre, also. Ja, man kann die Länder, da muss man keine Steuern zahlen, sie lebt nicht in Deutschland. Ja, aber Luxemburg gehört mit zu den Ländern, in denen man Steuern zahlt. Ja, wir bezahlen Steuern. Ist jetzt nicht so ein Streamer-Flucht-Ort wie Madeira oder so. Ja, Madeira ist mittlerweile aber auch nicht mehr so. Nö, das war nur noch letztes Jahr, also dieses Jahr zahlen die richtig viel Steuern, also. Du wirst sehen, dass viele von denen zurückfällt und komm. Ja. Monte will ja jetzt auch auswandern. Monte? Ja, ja. Na, Ender Pricks hat er den Anfang gemacht, der bleibt jetzt bis Ende des Jahres auf Madeira. Ja. Und dann guckt er, ob er da bleibt oder nicht. Honey Poo will auch da hinziehen. Ich mache jetzt die Tür auf, sie soll gehen, diese hohlen Nuss. Ähm. Aber vielleicht sieht sie nicht aus. Sie ist halt blond. Ich mache aber jetzt den Stream aus. Sie zieht ein. Sie sind ja heute Mittwoch, ne? Wo ist meine verschissene Maus hin? Da, Entschuldigung, Leute. Haben wir irgendwann zu raiden? Nö, wir haben einen Luxemburger, der online ist. Ich glaube nicht. Willst du jetzt offline gehen? Ich habe keinen Bock mehr zu zocken, aber ich bleibe noch im Discord. Okay. Aber wir haben echt niemanden. Soll ich zu beperate? Online, sag mal, haben sie Fieber oder so? Was? Ich habe echt keine Lust mehr. Ah, Paul wollte es verstehen. Nee, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe gestern bis so um 3 Uhr. Was? Ich habe gestern bis um 3 Uhr haben wir gezockt, oder? Ja. Wer hat der Steger? Ich spiele Animal Crossing. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe das nicht mehr mit dem, das sie mich tut. Ui, guck mal, Schatz. Oder... Erkennt man zu diesen Suri-Lon-TV? Ein feuchtes Jumbo. Boah, ey. Suchst du einfach überall in jeder Ecke, oder? Ja, ich gucke einfach sowas. Ich finde. Ostereier suchen, wie früher. Das ist ja immer noch... Auch immer noch dabei. Ich habe ein kleines Dorf gefunden. Das war's. Bringt ein Feuerbogen mit Feuerpfeilen auch was? Ja, aber du brauchst immer Feuerpfeile. Ich hab' ja schon Feuerpfeile. Ich hab' ja schon Feuerpfeile. Gerne. Wir sind zwar nur für ein Stück, aber haben es besonders... Brauchen? Du weißt nicht. Ich hab' ja schon gesehen, dass der andere Penner auch wieder streamt. Welcher, Chris? Ja. Nö, den folge ich noch nicht mal. Aber du folgst Steger? Ist das Turtalk? Äh, ja, aber ich hab' den nicht mal rausgenommen. Wo? Ah, nee. Ey, hier ist ein Händler. Der macht das ja übelst schnell. Die will ich auch haben. Wann kann ich Pokémon's beim Händler verkaufen? Ja. Ich muss noch ein bisschen sowieso mal aufräumen. Weil mir geht das halt ein Sack. Der kommt mit mir. Ah, der ist Level 30. Zaubern, weil so Leute angezeigt werden, die... Okay. Nee, doch noch nicht. Aber du kriegst nicht so viel mit deinen Pols. Ach, ja. Wo wir gerade dabei sind, ich muss Salva rausnehmen. Aber bis jetzt hab' ich sie halt immer geschlachtet. Schlacht und dann kriegst du wenigstens noch Ressourcen. Ja, das stimmt. Weil du kriegst nicht genug... Was sagst du die alle? Du kriegst nicht genug Geld dafür. Weil die Sachen sind übelst teuer beim Händler. Ich hab' gefragt, wo du bist. Mach' mal Karte. Da. Aber... Meister, wie macht man das nochmal? Na, da oben ist der Eisbläck. Ja, die, die, die... Die, die, die... Die, die, die... Was? Oh, ich bleib schon mal da innen im Turm. Ich weiß nicht. Wie lösche ich das? Ah, hier. Paneele. Löschen! Setzen wir Johnny dazu. Na gut, Leute. Verpiss mich. Nein. Bleib! Doch. Bleib! Was mach' ich mit mir? Oh Gott, Marcel. Das war's du. Das hab' ich gesehen. Ich hab' gar nichts gemacht. Ich hab' gar nichts gemacht. Ich bin grad' auf meinem... Ich hab' gar nichts gemacht! Gar nichts! Ich bin grad' dabei, mein Twitch umzuändern. Ja, komisch aber... Ah, nee, ja, okay. Tschüss, Marcel! Tschüss! Das ist nur eine Idee, die das macht. Hehehehe. Tschüss, bye-bye. Winke, winke. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Oh mein Gott! Ich hab' den Krasse! Na geh' jetzt weg! Mann! Ich mein' da geh' gar nicht, so ein Shiny! Oh Gott, Mann. Wo? Wo bist du? Wo? Wo? Ich guck' ich... Ich will nicht das mit Ton gucken bei dir, weil ich hör' mich selbst reden und das guck's mich schon an. Aber wo? Ah, da! Was ist... Was für ein ist das? Mal schauen. Boah, ich hätte so keinen Bock mehr. Ich hab' fast geschlafen im Stream. Ich hab' den ganzen Tag geschlafen, wenn man sich krank meldet. Was ist das? Ein Fuck? Was ist ein Fuck? Was ist ein Fuck? Was ist ein Fuck? Ich glaub' Johnny ist auch eingeschlafen, der Penner. Der wird so krass'n Jack-Lag haben. Ja. Oh Gott, Amerika, bist du hier hin, ne? Hier hab' ich ja... Feuerpfeil und Feuerbogen kann ich dann herstellen. Ja. Du musst beides machen. Ja, ich hab' ihn. Ja, Webber hat ein Fuck. So, fries mal ein Tuck-Tuck. Wo krieg' ich noch mehr dieser komischen Dinger dann her, dass ich mehr Feuerpfeile machen kann? Äh, du musst Feuer-Pokemon, äh, musst du schlachten. Die Fox? Die sind, die mit, die mit... Ja, die sind aber direkt bei dir da in der Ecke. Die mit dem blinkenden Schwänzchen. Ich kann auf jeden Fall eigentlich mal schlachten, also ich kann ein Paar schon mal schlachten, ja. Alter, warum schlachten die alle? Ich verschließ' die einfach nur. Die kriegen ja Humane. Äh, meine Pokémons, die ich hab' meine. Polz. 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 Jetzt kommst du mit Polz. Wenn du keine Anzeige haben willst von Nintendo, sagst du Polz. Feine Anzeige von Nintendo? Die sind ja alle... Jemand, wenn's ein Pokémon, dann kommen sie. Das sind Polz. Als wenn die dann Stress machen, Alter. Pass auf, wenn sie vor deiner Tür stehen. Oh, das sind fixi. Wo kann ich denn meine Fähigkeiten... Hat Jana jetzt echt gelacht? Nein. Frage. Warst du nicht grade weg? Ich hab' gesagt, die bin wieder da. Ah, hab' ich nicht gehört. Ja, Frage. Mir wurde ja eben gesagt, hier mit... mit Fähigkeiten. Wo kann ich denn sehen, was ich für Fähigkeiten habe? Und wo kann ich sie denn entsperren? Du bist doch kein Pol. Äh, Fähigkeiten sei schon. Ich mein', wenn ich den Pol einsetzt, dass ich sag', er soll angreifen. Ja, bei mir... Ich hab'... Ich spiel' mit nem Xbox-Controller. Wo kann ich denn sowas nachgucken? Darum geht's. Habe ich letztes Mal gesagt, wir sehen Optionen... Pol anweisen, steht da irgendwo... runter. Vier. Ich würd' sagen, es ist das. Kann das ja ausprobieren. Ja, greif' einfach mal irgendwie an und dann... Das ist ja mein' Paul. Er muss ihn mitnehmen. Und dann gehst du raus und dann... ...schreitest du mit irgendjemandem. Ja, und jetzt musst du ihn anschießen und dann kommt der Pol dazu. Schieß ihn an. Ja. Und dann... Dann müsste er normalerweise... Ui, ist so, zack. Ah. Und du kannst ihn halt auch zurücknehmen, weißt du, wenn du das Pol fangen willst und du willst nicht, dass er ihn tötet. Dann musst du Angriff einstellen machen. Wenn ich den Boss dann aber getötet habe, ne? Ja. Krieg' ich ihn dann auch? Nein. Dann musst du ins Dorf, dann musst du da eben einen... Das ist nämlich ein Glitch. Oder ein Hack oder ein Cheat eher. Ein Glitch. Du musst dann ins Dorf, dann musst du da einen anschießen. Der muss dir hinterherlaufen. Der muss dann mit reinkommen in den Boss, ne? Und dann muss er den Boss anschießen. Dann irgendwann blockiert der Boss in der Ecke und wenn er dann in der Ecke blockiert ist, kannst du ihn fangen. Rieses. Ja, es ist das Gewurschtel, deswegen faxt es mich hier so ab. Den einen habe ich zu easy bekommen, den anderen, der andere will nicht. Jetzt muss ich wieder... ...Paldium und... ...Metalse. Weppo kennst du einen Erik Steffen von Mettendorf? Ne, wieso? Gerne, ich frag nur, weil ich soll den anscheinend kennen und ich weiß nicht, wer der Kerl ist. Das sagt mir mal nicht. Das ist okay. Oh, ich hab Neil gefunden. Witzig. Wie, wie kann ich die jetzt schlachten, die Pauls eigentlich? Ich hab noch nie einen Paul geschlachtet. Äh, mit dem Messer. Ja. Hast du das Messer freigeschaltet? Was zum Teufel, was für ein Messer? Fleischvermesser. Da gibt's ein Schlachtermesser. Ja, Schlachtermesser. Hast du noch nicht? Guck, Fleischball. Ja. Ja. Warum schießt du sie nicht einfach tot? Warum musst du sie denn so brutal schlachten? Und wie soll ich sie denn tot schießen? Kann ich meinen eigenen Paul töten, wenn ich ihn weiß nicht mag? Warum willst du deinen eigenen Paul töten? Fang dir doch einen anderen. Hä, die musst du doch irgendwann aussortieren, wenn du so viele hast. Was bist du denn für eine? Die muss man aussortieren. Nee, meine hängen immer noch in der Box. Nö, ich find's gut, Vieh. Was bist du denn für eine, Mann? Ich hab meine auch einfach geschlachtet, die ich doppelt hab und so. Ah, nein. Dann machst du ihn den Entsafter. Das ist ein bisschen mehr human. Was? Ich hab keinen Entsafter. Wo ist der entsafter? Wo ist der entsafter? Ihr braucht einen Paul ins Saft, hinten. Hinten. Da müssen die lilafarbenen. Hoch. Da. Nee, da. Hoch. Hoch. Oder runter. Antike Technologie braucht man das hier. Da. Und da machst du dann dann 10 oder so Pauls rein und die machen dann ein anderes Pauls stärker. Ich gucke ich meine Pauls sauberte den Herzen am Fließband. Ah, ich siehs. Deswegen sagt Beppo ja immer zu seinen Pauls, seid ihr nicht, arbeitet ihr nicht, kommt ihr in den Entsafter? Ja, guck, mein Schaf arbeitet richtig vorbildlich. Sonst wird es in den Entsafter nicht gesteckt. Das ist ein fettes Schaf, Beppo. Ja. Ich bin stolz auf den Schaf. Nenn ihn Wollpups. Jetzt rennt er weg. Jetzt hat er gern Bock mehr. Meine Medizin, Medizinbank hier, ne? Ja. Guck, der, äh, Tartöner suche Bus. Das wird so lange dauern, bis du, äh, Medizin gemacht hast. Da stehst du gute 5 Minuten. Was? Jetzt kommt mein Vogel da. Was? To craften? Stehst du da? Ja, du hast die Hexe noch nicht. Ja, äh, entweder die Feuerhexe oder die Nachthexe. Oder, äh, sie kann die fangen, oder den, den grünen da, Curry. Ja, die Lilly. Kann Curry nehmen. Nein! Den, 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 das Tier. Ah, ja. Curry. Moni. Sie kann eher den fangen, als, da stehst du ne Ewigkeit, Moni. Da stehst du ne Ewigkeit, das jetzt zu craften. Was? Versuch's. Da stehst du echt ne Ewigkeit. Warte. Guck ich. Du Arschloch. Nein. Nein, es gibt nur bestimmte, die Medizin machen. Deswegen sagen wir. Ja. Kennst du den grünen? Der aussieht wie ein Evoli mit dem Stein auf der Stirn. Ja. Der macht Medizin. Äh, die Hexe, Catrice. Was? Aber auch dein Cinnamod, was du hast. Ja. Der auch, der Schmetterling. Da ist der grüne. Ja, der macht, guck, siehst du, Medizin ist das, das, wenn du guckst, bei, über seinem Arbeitsstatus. Oh. Kim warst du schon hiesischen. Siehst du ja, siehst du ja dieses, äh, die, ah, diese Schüssel. Die sind zum Schlachten. Was war ich suchen? Der, äh, der fette Käfer. Ich hab noch gar nichts gemacht. Nee, nee. Nee. Ich, ich glaub, ich, ich loote mich ja auf 47 und dann ficke ich die halbe Medizin. Guck mal, was für eine Axt er hat für den Baum. Ich mag die von Pederberg, lieber. Deine Base ist kaputt. Ja, ich weiß, ähm, da muss ich die Oase etwas verschieben. Aber das ist nicht so schlimm. Die kommen da nicht rein. Äh, so, wie es jetzt hier mit, ähm, ja, Medizin hab ich angesetzt. Die sieht voll billig aus, diese, äh, Fließband. Aber gut, äh, ein Fließband hätten wir. Mein Plan jetzt ist, ich werde den ganzen Boden hier aus Metall machen. Okay. Danach kommt der schwierige Teil. Ich muss meine Polebox entbauen und wieder neu bauen. Das heißt, alles geht hier wieder kaputt, da hinten. Das muss ich dann wieder neu bauen. Und wenn hier die Polebox auf der Metallbox steht, mache ich, ähm, hier noch eine Wand drauf, dass es drei Wände sind und mache dann komplett zu. Bob der Meister, können wir das schaffen? Und dann da seitlich, genau da seitlich, kommen zwei große Treppen, die drei, äh, Treppenbreit sind. So, ich mach dir, glaub ich, den Alert rein von Bob der Baumeister. Kommt eine zweite Etage drauf. Und da kommt die Zuchtstation. Bob die ganze Industriezone, Mann. Ja. Und dann werden ein paar von diesen Maschinen unten, weil unten wird die Produktion sein, oben wird die Zucht sein und dritte Etage wird meine Wohnung sein. Das Penthaus. Ja. Momentan habe ich den Entsafter hier im Haus und ich habe drei Container. Ja. Du hast den Entsafter dahingestellt, als müsste der angebetet werden wie Gott. Ja. Guck. Ich habe vorhin Paul abgefackelt. Und hier sind meine Eier, die schön... Ach, du brauchst Hilfe. Du brauchst echt Hilfe. Oh Gott. Ist wieder Krieg auf Twitch ausgebrochen. Hat... Warum? Hat Trimax wieder Ärger gemacht. Nein, KuchenTV hat, äh, gegen Twitch gewonnen. Aha. Warum habe ich so Steinmangel? Das ist nicht mehr normal. Was ist eigentlich mit ihm los? Kann man ihm irgendwie mal helfen? F. W. Streicheln. Komm her, ich streichle dich. Ich geb dir ein bisschen Liebe. Ja. Gib deinen Pauls Liebe. Was? Der guckt sich Harry Potter an im Stream. So, Füttern. Hier kriegst du ein paar Pilze. Na, kann man schon mal machen. Nein, ich kann es nicht machen. Du musst dich anmelden auf Amazon Prime, sonst hast du keinen. Dürfen wir Filme gucken auf Twitch? Eigentlich ist das nicht erlaubt. Der hat über 1000 Ziffer. Ja, es ist eigentlich nicht erlaubt, weil damit musst du dich strafbar seitens von dem Streaming-Portal, wo du dein Abo hast für die Filme. So, ich überlege, ob ich diesen kleinen Faktenficker gleich nochmal versuche zu töten. Da regt mich richtig auch, deswegen sag ich das so. So. Du gehst erstmal in die Box. Du gehst auch erstmal in die Box. Du kommst mit. Ich geh jetzt mal wieder etwas Äußern sammeln. Oh, wie dumm. Ich hab auch ein heißes Ei, aber keinen schon mal. Du kommst mit. Du kommst mit. Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen helfen. Hab ich gerade geklingelt? Was? Ah ja. Ja, ja. Das Streaming war so. Spielt niemand Dark Souls oder so? Ich guck das immer echt gerne an. Oh, Hannipur. Komm, wie süß. Ich kann Hannipur nicht aufstehen, weil sie halt ne hohle Nuss ist. Man kann ja sympathisch sein und dumm sein. Nein, sie ist nicht mal sympathisch. Das ist ja das Problem. Ist ja alles gut, wenn du dumm wie ne Nuss bist. Aber ultra krass sympathisch. Aber sie ist weder das... Nein. Komm, wir gucken mal Tecken, weil ich warte, ich will mir Tecken kaufen. Oh, dafür muss ich erstmal Level 13 sein. Okay. Was war das noch? Okay. Ja toll, kaufst du dir Tecken für 80 Euro und dann ist das Schmutz. Hast du es schon gekauft? Nein, aber es ist Tecken, verstehst du? Mhm. Es ist Tecken. Ich liebe Tecken. Die Leute kaputt zu schlagen. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? Das wird erstmal genug sein. Unter 1000 ist nie genug. Ja, aber wenn ich den Putzi da gleich noch angreife. Es ist so dunkel hier. Spielt jemand Valorant? Ach, die meine Fresse. Meine Zuschauer. Hui. Muli spielt Valorant, ne? Na ja. Mein mir da auch. Dann sagen wir nix dagegen. Das ist aber nett. Dankeschön. Ich hab das einmal gespielt, das war jetzt nicht so meins. So, ich hab jetzt 1, 2, 4 Wasser- und Eis-Pokemons dabei. False. Du weißt schon, dass Wasser-Pokemon-Schwarz sind gegen Elektro. Ja. Ja, du musst Eis-Pokemon-Pokemon-Kiss. Jetzt hab ich Eis und Wasser. Das ist was anderes. Aber die Wasser-Attacke ist halt nicht so effektiv. Weil als Alternative könntest du Feuer mitnehmen. Aber die sind so niedrig. Feuer oder Erde. Ja, aber die sind so niedrig. Muckst du leveln. Was hat der? Der ist Level 10, aber es ist trotzdem niedlich. Der Büro hat halt einfach einen Süßigkeiten-Shop eröffnet. Machen wir das auch? Nein, du wirst jetzt zu viel davon nachsch... Leck mich her! Oh, guck wie geil das ist! Komm, wir machen die Süßigkeiten! Leck mich am Arsch, du Penner! Ich hätte den schon recht. Ich hoffe, du kriegst richtig fetten Durchfall. Pippo, Pippo! Sie haben Pro-Patroul-Waffeln! Geil! Ich hab mir das so was von kaufen! Also ich geh, guck, ich bin, ich bin a-shoppen gewesen letzte Woche und was habe ich Beppo geschickt? Paw Patrol Kekse! Du hast auch so ein richtiger Pop-It-Shop-Junkie, ne? Ja, 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 ja! Beppo hat mir ein Teddy geschenkt am Samstag! Oh! Oh! Sie hatte Samstag Geburtstag, Schatz! Ah, alles Gute nachträglich! Danke! Alt geworden! Eigentlich hatte sie vorher Geburtstag! Ja, Donutstag, aber alles Gute! Ich muss sagen, Schatz, du bist, glaub ich, jetzt nicht mal der älteste, oder? Wie alt hast du noch mal, Kim? 29! Okay, du bist auch kein älter! Wie alt ist er? Willst du dein Alter verraten, Schatz? Äh, schau gar nicht, ich bin 27! Was für ein Jürgen ist Küken! Ja! Also, wir haben, wie alt ist er? Wie alt ist er? Wie alt ist er? Also, mein Johnny ist 32! Und der andere Johnny, der, der jetzt kurz, der vor zwei Tagen jetzt zu uns, wie alt war? 35! 35! Der ist zwei Jahre alt! Ja, dann haben wir, dann haben wir Nello! Nello, glaube ich, ist 40! Ja, Nello ist knapp so an die 40! Ja, und dann unsere Küken sind 15! Das sind Gabi und Max! Ich bin nicht unter den Küken! Nein! Wie gesagt, die beiden sind 15! Wippo, da kriegst du auch deine Sour Patch Dinger! Das ist geil! Für 299! Weißt du, den Shop, wo ich meine Vibes kaufe? Daneben ist ein äh... Kanti Factory! Ja, rein da! Und okay, kaufst du deine Vibes? Immer noch da in Frankreich! Ja! Die sind billiger! Ich zahl 6 Euro! Ich kauf sie jetzt... Ja, ich... Ich kauf sie jetzt auf der Tanko! Ja, bitte! Okay! Und ich krieg noch, äh... Dann noch eine Ermäßigung von eurem Euro pro Stück! Ich kauf sie jetzt! Gerne! Entschuldigung! Jo Bruder, wo ist mein Hund? Ich will meinen Hund sehen! Ich will mein Hund sehen! Ich ist gegessen und verdobt! Packelinio! Danke! freitag macht man mal irgendwie wenn sie wieder kurz wenn ich morgen urlaub frage für freitag und er sagt nein und ich melde mich krank habe ich krieg und dann mich ficken wirklich schlafen sie gut junger mann ich habe meinen wecker für sieben gestellt ab hier home ich gucke ich gucke ob ich termin beim arzt krieger im freitag mit kakao schlafen geht schlafen gehen er guckt noch sandmenschen ich habe glaube ich seit drei tagen keinen keinen dschungel mehr geguckt ich fühle mich ein bisschen schlecht gerade ist die kem noch drin im dschungel ach die die uhrer da die wäre eigentlich gestern geflogen aber der mann ist rausgegangen ja er ist nicht rausgegangen er wurde rausgeholt von doktor bob weil er viel zu viel abgenommen hat seine gesundheit spielt spielte nicht mehr mit was setzen sie auch den jungen da rein ist jetzt doch keine senioren da in den dschungel ja aber das waren sie irgendwie jedes jahr mindestens einsehen ja du kriegst sogar die schokolade von mister b gehen wir morgen zu dir ja noch fertig machen müssen alles wenn wir jetzt einfach nichts mehr von monik was ist das nein ich muss auch mein gaming tisch vorbereiten das kann ich doch bei ihm gar nicht zocken ja er muss hier sturm kümmern ich habe ihn gekauft ich komme es meiner also bei woher kriegst du gras mit geschmack von tropikal wenn ihr mit haben wollt karamell ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin und hier kriegst du auch von was ist das ich weiß nicht was das ist das sagt ich muss das jetzt googeln gehen da steht keine erklärung was steht denn da ist das nix da ist einfach und dies king kent tropical ist das eine droge nein das müsste eigentlich auch wie so eine jungfrau wenn es auf dem scheiß geht ist das komm arbeite schneller du hast noch 1000 fall zu produzieren das kannst du beim netto geh doch zu netto ich schwöre dir das sieht aus wie gras ich wüsste aber es ist schokolade schokolade mit krass es ist es sind weed knusper siehst du ich kaufe die und dann mache ich ihr werbung so alle 15 jährigen sollen jetzt bitte wegschalten das ist voll viel dieser dinge haben sie nicht die rosa red bull die ich hier so desperate suche trinkt die blaue naja die trinke ich sowieso gerade aber ich suche die rosa die ist neu oder trinkt die weiße die habe ich auch danke ich habe echt johnny gefragt ob er die in amerika finden würde aber nicht gefunden unbedingt haben ich kann das zweite fließt und bauen wird das hier gebaut aber bekommen wir bestellen da was wenn wir zu zweit bestellen dann ist es teurer haben wir weniger versandt aber auch mystery boxen man legende xxl 100 euro eine gaming edition mystery box pink flicks und chill wird für den schmutz so dann haben wir das auch gebaut die ich hatte das einkaufen gehen meiner mom das schicke wird die todsicher da was bestellen gibt es diese popper dinge eigentlich auf 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 amazon wo kann ich stand das andere ding bauen ach ja bevor ich kaufe mir ein ein ipad pro ok das ist das einfachste kann ich alles drauf machen also du kriegst ein popper troll zungentattoo kannst du auf so ein esspapier kannst das ich muss mich wahnsinnig gehe ich so arbeiten mann hey hey willst du was hören jana willst du was hören bist du bereit ich weiß was macht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht hier ne ich glaub nicht wow wunderschön weißt du wer auch popper troll guckt ihr hund dein bruder oder johnny ich guck das immer mit meinem neffen ich guck es einfach so ich finde das total in ordnung also johnny guckt es auch jana er wollte er hat letztes zu mir gesagt ja dann gucken wir popper troll zusammen ich guck jetzt mal popper troll was ist das für material was was ruckierockt warte mal bin ich doof bin ich doof ja oh danke wow du fragst wie antworten den den kann man nicht töten sei froh wir sind ehrliche freunde wow einfach nur drauf also mein schatzi ne der der kann mit der tastatur und so alles besser umgehen mit seinen großen fingern alter ich mit meinen kleinen kranken kriegt da nicht mal was richtig hin und spiel mit dem xbox controller wenn ich jetzt gerade nicht stehen geblieben und hätte mein schatz sie die ganze zeit zugeguckt ne dann hätte ich jetzt nicht das ei gefunden was hier lag suchst du aria ich hab grad einfach nur mal so eins gefunden ich war eigentlich grad auf dem weg zu das spawnt immer neu an dieser stelle ja und denk dran du brauchst einen brutkasten für die ich hab schon brutkasten entschuldigung und das sogar vor meinem schatzi guck da ist der bus was bedeutet das eigentlich hier da steht jetzt etwas warm bruttempo plus 50 prozent ja du kannst der heizung daneben stellen lass uns mal so sein eine heizung ja und auf welchem level kriegt man zum teufel nochmal eine heizung guck mal auf was ich sag's wie einfach heizung 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 wo ist sie die heizung ja ich hab so vieles wo ist die heizung ich glaube die wäre ganz am anfang ich hab die noch nicht freigeschaltet weil ich sie nicht gebraucht habe äh da 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 wo ist sie denn er hat doch noch 6000 aber hast du nicht geschafft ok also weißt du was noch viel viel mächtiger ist als das eis na pflanze pflanze macht viel 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 mehr damage äh stufe 17 kriegst du die heizung das stimmt ich hatte dieses caprite capri dieses grüne teil da ja ja ist ja eigentlich logisch ne pflanzen leiten kein strom und dadurch sind sie ja eigentlich gegen elektro deutlich stärker gut in pokémon ist es so dass eis und erde stärker sind von den attacken her ja aber das problem ist dass die halt bei elektro trotzdem schnell drauf gehen durch die attacken was mit feuer feuer ist halt dasselbe prinzip beziehungsweise elektro aber du brauchst ja was was bisschen länger durch hält damit du auch bisschen schaden machen kannst also klar die machen deutlich mehr schaden als pflanze oder so aber pflanze kassiert kaum schaden und macht vom verhältnis her trotzdem genug schaden ja was jetzt nun feuer oder soll ich pflanze 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 nehmen okay ich nehme zwei pflanzen und den rest habe ich nur eis und wasser weil ich habe ja ich habe mit dem letzten den du da hast habe ich gewonnen ja capri ich mach erstmal so oder mach ich so oder mach ich so oder mach ich so oder mach ich so ja das klingt gut guck mal ein fettes pikachu ist erarbeitet ja äh capri capri passt schon hallo ja capri sonne naja dann wollen wir den mal bisschen füttern füttern sie müssen ja auch stark sein ne also ich habe diesen lift munk genommen ich weiß nicht ob du den hast aber ach der mit der kleine grüne der die mediziner ja genau ach so ja der ist bei mir level 3 das ist das geht nicht ach schade bei mir ist der level 14 und der ist Bei mir ist er jetzt hier unterwegs, der kann jetzt hier ein bisschen mithelfen. Wenn du den Affen hast, den Affen könntest du auch noch nehmen? Ja, den Affen, den hab ich mit. Okay, tanze ihn. Guck dir doch tanzen. Ich versuch's jetzt einfach, wenn's wieder nicht funktioniert, funktioniert's wieder nicht. Nichts Verbot. Was guck ich da gerade für einen Unsinn, Mann? Der ist mit seiner Badewanne weggeflogen. Was? Ja, ich guck Pop hat schon. Und du darfst, wow. Er hat in die Badewanne gepuppt und da ist so eine große Blase entstanden und dann ist er weggeflogen mit der Badewanne. Er hat in die Badewanne gepuppt. Ja, gepuppst, ja. Gepuppt. Schatz, ich kann mein Jumbo-Aid, glaub ich, aufmachen. Jumbo-Aid. Jumbo? Was? Oh, wie lange das dauert. Wie lange noch? Brot-Tempo plus 100%, aber er braucht immer noch fast drei Minuten. Obwohl das Ding da schon seit einer halben Stunde drin liegt. Ja gut, die größten Eier brauchen zwei Stunden. Echt? Ja. Viele 50 Minuten, ja. Ah, okay, dann kommt das hin. Ah, noch fünf Minuten, dann ist mein Zer... Die kleinen brauchen, glaub ich, zehn Minuten, fünf Minuten, so. Ja. Ein zerfuschtes Ei, äh, riesenei, ich seh, die brauchen richtig lange. Zum Glück kann man nicht nur einen Brutkasten bauen, sogar mehrere, ne? Kann man? Ja, ja, du kannst so viele bauen. Du kannst 50 bauen, wenn du willst. Was? Ja, ja. Bei Costa und so waren auch drei. Okay, gut zu nix. Ah, ich hab auch drei. Ich glaube, ich werde hier zur Richtung... Ne, ich geh noch Eisen sammeln. Eisen ist wichtig. Haben die meine Pugwelle hier fertig? Wie ist das mit dem Eisen? Eisen müsste auch fertig sein. Eisen ist fertig. Habe ich schon fast zum Flicken? Ja. Ah, ich brauche Eisenbauern, ich hab keinen mehr. So gut, ja. Stimmt, kann ich noch ein Bett bauen? Äh, habe ich noch genug Stoff? Das falsch. Zwar, Kim, die Butter gibt sie mega schön jetzt. Hm. So, der los die Lasten. Wuhu, 13. H-Qualitativ Butter für sie. Oh. Hm, hier muss ich offen lassen, sonst buckt das wie bei dir. Hm? Ich muss hier offen lassen, sonst buckt das genauso wie bei dir. Dann hängen die hier alle fest. Das ist natürlich ärgerlich. Die Frage ist ja doch... Ah, dadurch... Ich müsste sie hier wahrscheinlich dicht machen, damit sie nicht aus dem Kreis rauskommen. Und gar nicht erst die Möglichkeit haben, hier hinzugehen. Okay. Du kannst auch eine Tür einbauen, um die Tür zu machen, ne? Ja, aber sie kommen ja trotzdem irgendwie dahin. Da war ja komplett dicht vorher. Du meinst wegen Reintragen, dann... So wie du. Nö, dann lasse ich einfach offen, dann sollen sie da rein und rausgehen. Sehr schön. Gut gearbeitet, Jims. Sind das Luxusbetten, die du erbaust, Bebo? Ja. Mhm. Die sind richtig schön. Aber ne, noch scheiß viel Platz weg. Dafür wird meine Böse ja auch umgebaut. Ich habe jetzt schon angefangen, hier den Boden fertig zu machen. Hier, Schatz, guck mal. Platz. Das ist ja hier Bebo's Base, ne? Bebo? Ja. Guck mal ein bisschen nach oben so rum, damit du ihm das zeigen kannst, wie groß deine Base ist, weil du so groß bauen musst. Guck dir das mal an, du musst so groß bauen, weil du irgendwann keinen Platz mehr hast. Das ist sicher. Ja, das geht doch fit. Das wird nimmt sehr viel Platz an, die Fließbänder. Ich habe in meiner Base, wenn wir das gestern oder vorgestern, sechs Stunden gearbeitet. Was brauche ich überhaupt für die Dicken? Dann, die Ultrasphäre, brauche ich natürlich hochwertiges Metall. Au, 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 wow. So, jetzt muss das Ei aber langsam mal fertig sein. Let's go. Ich habe bei mir in der Basis nur Bosse drin. Hey, ein Panking. Und was, ein Panking? Ja. Oha, den kannst du auch fangen, ey, so ein Boss ist das auch. Ja. Ja. Das kann ich für Räume... Boah, was für ein Fresssack. Hm. Tim? Hm. Guck mal, hier ist diese rote Base, ne? Ja. Meintest du nicht, soll da irgendwas bauen? Wir haben da gebaut. Hm. Da ist nämlich der Boss Panking und wir haben sofort für die Tür von ihm gebaut. Genau. Riesige Stelle. Okay. So, das habe ich gemacht. So, ich versuche jetzt nochmal gegen den kleinen Bastille zu kämpfen. Äh. Guck zu, nebenbei. Ja, ich bin jetzt erstmal kurz wieder überfordert. Nein, schick Capri-Fri rein. Ich kann grad nicht. Ich bin grad selbst mit mir überfordert. Hast du... Er ist tot. Pinguri, das ist tot. Nein. Noch lebt er. Hast du ihm gesagt, dass er angreifen soll? Ja, bin ich der Meinung. Dann wechsel jetzt schnell. Er ist jetzt fixiert auf Dingens. Oh mein Gott. Mach Capri-T rein. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen. Mach es während dem Laufen. Du kannst mit unten links Control kannst du hin und her. Oh mein Gott, ey. Lass ihn an, greift er an? Geh auf Distanz, geh auf Distanz. Dann bleibt er mehr weiter in Polen. Ich weiß nicht, ob er angreift. Ja, ich glaub er greift an. Er greift an. Das siehst du an den Schadenszahlen, die da entstehen. Siehst du? 316, 72. Und währenddessen greift du auch an auf den Kopf. Äh, du musst sie treffen, nicht den Polen. Ja. Lauf! Mann! Lauf, weil wenn er dich kriegt, ist es vorbei. Ja, du hast schon kein Schild mehr. Ja, du musst kurz was essen nebenbei. Oh Mann! Wo ist sie? Oh mein Gott, er hat ihn weggefickt. Ja, er hat ihn weggefickt. Ja, sie ist tot. Schick Schild hier rein. Ich bin gerade überfordert. Du hast einen Ball geschmissen. Ja, ist okay, Digga. Alles gut. Ey, ich bin richtig überfordert. Merkt man mir das eigentlich an? Ja. Warte, ciao. Alter, die hat einen Hubschrauber, Beppo. Wie cool ist das denn? Der springt immer in meine Richtung, der kleine Hurensohn. Die eine hat einen Hubschrauber. Und der eine hat ein Boot. Ich finde meinen immer noch am coolsten. Komm, Moni, ich motiviere dich. Ja, bitte. Beppo geht's dir gut? Oh, Junge. Guck mich nicht an. Geh doch woanders hin. Verpiss dich, Junge. Ich will dich nicht. Keiner mag dich. Versteck dich hinterm Pfosten. Ich mach das immer. Beim ersten Bus geht das noch. Beim zweiten Bus nicht mehr. Doch, ich hab mit der Fang gespielt vorhin. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Immer auf den Kopf hat der Ullen. Bin überfordert. Ich bin leicht überfordert. Ich schaff das Safe nicht. Doch, ich schaff's nicht. Konzentriere. Du hast noch eine Minute 20 für 3000 Damage. Dann hast du die Hälfte und die Hälfte der Zeit ist um. Je mehr Damage du jetzt machst, umso besser. Mein Pokémon ist aber gleich wieder tot. Ja, dann schmeißt du das nächste. Schmeißt den Affen. Immer Distanz halten. Alter, warum ist er immer so schnell? Ich hab keinen Bock mehr. Ehrlich nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Ehrlich. Wirklich. Ich raste gleich richtig aus. Hast du keinen Bock mehr? Nein, ich hab keinen Bock mehr. Warte. Ich bin immer überfordert mit Kämpfen. Kalt nur für'n Freund. Oh Mann, hör doch auf, wenn man meine... Ich kann nicht ohne meine Pulse gegen mich kämpfen. Moin, bleib einfach, bleib chill. Nee. Ich schaff das nicht, bis ich fertig bin. Relax. Du bist jetzt schon 1000 Damage über der Hälfte. Dein Affe ist tot. Ich hab aber... Ja, Mann, Schatz! Ja, ich wollt's nur sagen. Das ist nicht witzig, ich hör auf den Lachen. Wo ist er? Oh. Ich find's gut. Versuch dir zu helfen, nur du fuckst dich so an. Ich... Digger, ich hasse das. Wenn ich gerade mitten am... Ruhe. Du machst das sehr gut. Ich hab nur noch einen, Paul. Du hast noch 4 Minuten. Den hast du easy in der Tasche. Wenn ich nicht sterbe, ja. Jetzt kann ich Fehler machen. Schatzi. Wirklich, weißt du was? Die Pfeiler haben dir nix getan. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mann, such dir doch jemand anderes zum Spielen. Nee, Leute, ehrlich. Ich hab keine Lust mehr. Was mach ich, wenn ich keine Pauls mehr hab? Dann musst du alleine kämpfen. Dann kennst du dein Leben. Nimm mir Distanz. Mit so wenig Leben du noch? 9.000. Du musst zwischendurch was essen, damit sich dein Leben wieder regeneriert. Wenn er nicht die ganze Zeit auf mich fixiert wäre, würde ich das gerne tun. Du musst halt dann Situationen nutzen, in denen er nicht auf dich fixiert ist, ja. Jetzt zum Beispiel ist gut. Du musst halt Multitasking machen. Du hast das schon gute Idee gewesen. Ja. Auflauf, lauf, lauf. Auflauf. Alter, mein Discord geht einfach aus. Oder warum? Weiß denn, weil ich es ausgemacht hab? Ich wollte eigentlich mein WhatsApp aufmachen und dann hab ich das gedacht. Ich glaub schon, die schläft der Antwort. Die muss man. Wie viele Minuten hab ich noch? 2. 2. 2. Alle meine Ports sind tot. Er ist ja jetzt nur noch auf mich fixiert, ne? Ja, du schaffst das. Sehr gut. Lauf, 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 lauf. Geh hinter die Söder. Geh hinter die Söder. Geh hinter die Söder. Ups. Mein Gott, das ist hier besser als Bundesliga. Ich bin auch einmal abzipiert. Weg, 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 weg. Ja, das ist aber ausgewiesen. Pass auf, das läuft dir hinterher. Ich hoffe, du hast genug Pfeile, Mann. Ich schaff das nicht. In zwei Minuten. Glaub an dich. Es ist nur eine Minute. Aber du schaffst das. Kein Druck, kein Druck. Ich bin eh gleich tot, Alter. Kein Druck. Ich schaffst das. Boah. Glaub an dich. Ey, ich hab auch an sich geglaubt, als er alle Pokémon gefangen hat. Also, wo ist Bad Boy jetzt? Hier ist Bad Boy. Ich gucke gerade. Monique zu? Ja. Ich muss so den Bildschirm wechseln, damit ich Monique Größe habe. Es ist übel spannend, dass du siehst. Echt? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob du es hinkriegst für nur 20 Sekunden, also. Ne, krieg ich nicht. Aber jetzt weißt du, wie du dich nächstes Mal anlegen musst. Aber du hast richtig gut gearbeitet dazu. Du hättest es fast geschafft. Nein. Schade, Schatz. Aber es gab so Situationen, wo du überfordert warst, wo du die Pokémon-Monster in Scheiße geschmissen hast. Und? Die solltest du versuchen so zu schmeißen, dass sie die Aggro auf sich ziehen. Und dann musst du auch drauf achten, wenn du siehst, dein Pokémon ist low. Und wenn... Ja, genau. Wenn du siehst, dein Pal, Paul ist low, dann... Du isst was, gibst dein Pokémon, dein Paul was zu essen und siehst dann, wenn du siehst, dein Paul ist low. Das überlegt er immer. Siehst du die Aggro kurz ein bisschen auf dich und behältst sie auch auf dich, damit dein Paul sich wieder ein bisschen heilen kann? Ja, aber Junge... Dann sterben deine Pauls nicht so schnell. Ey, wirklich, ich bin so aggro. Ey, Mann, warum hat das denn nicht funktioniert? Gib mir das Mammut! Oh, Göttchen. Ich hab mir jetzt auch nochmal fünf Pauls geschnappt und geh da nochmal rein. Ihr könnt eben auch beim Stream zugucken, ne? Also macht mal auch ein bisschen so Druck, ne? Wäre super freundlich von euch. Man kann sich nur einen ansehen. Nein. Genau, nicht beide. Auf Discord kann man sich nur... Nein. Doch? Nein, du kannst mehrere gucken. Nein, du kannst mehrere. Kann ich beide ansehen? Ja. Einfach auf den Plus neben zuschauen gucken. Oh, Mann. Ich stehe den Stream ansehen und da sind... Okay, jetzt guck ich jetzt beide an. Hm. Und Beppo. Ich hab auch Beppo offen und ich hab mein Schatzi auch offen. Ich hab dir so lange zugeguckt, dass ich ausgehungert bin. Ich muss erst mal kurz wieder Leben kriegen. Mal so ne dumme Frage. Hat der auch einen Namen oder heißt der Schatzi auf seinem... ...Personalauswahl? Oh, nee. Da steht Schatzi, ja. Ich nenn ihn nur Schatz. Ich kann nichts dafür, dass du deinen Mann... ...immer nur mit seinem Vornamen ansprichst. Er heißt halt so. Er heißt Pascal, aber ich nenn ihn immer Schatz. Pascal, okay. Okay, das ist der sechste Pascal aus Deutschland, wo ich keine... Pascal ist hier sehr vertrieben, der Name. Sagt man das so, vertrieben? Verbreitet. Verbreitet. Guck mal, die Emma. Jede zweite heißt Emma. Vielleicht geht sie jetzt in mir und ist bitte doof. Ihr seid so nicht gut. Ich geh da jetzt einfach mit 300 Leben rein, scheiße. Ich schaff das schon. Was ist hier? Also Jana, ich muss sagen, dein Bild irritiert mich. Was ist das? Bitte hör auf. Bitte. Komm bitte auf. Das irritiert mich jetzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du redest über alles. Oh mein Gott, das ist irgendwie... ...mitten in der Nacht mit so einem Scheiß wieder weg. Ja. Es ist pink. Es ist pink. Ist das ne Vernachläden, oder was? Was ist das? Ist das ne Vernachläden, oder was? Es ist auch pink. Als ich mein Bild, ich hatte Kim Posteball immer als Bild, ne? Und dann habe ich dieses Bild von mir gemacht und plötzlich ist jeder so, wer ist denn das? Ja, ich, du Vollidien. Du hast mich doch im Twitch, im Twitch gesehen. Wer soll das denn sonst sein? Oh Gott, ich heule. Es verwirrt's halt, weil man hat immer nur dieses scheiß Discord-Logo gesehen. Und... Nämlich verarscht? Ne? Nicht transportiert. Rudi, ich hau dir wirklich deinen Arsch... Du hast doch einen Arsch auf, wirklich. Ab in die Box, wenn du nicht hörst. Ich hab Bränen wegen den Augen ein bisschen bewusst von dich. Voll lachen, bitte? Ja, natürlich. Aber... Ganz ehrlich, das Profilbild irritiert euch. Okay. Dann lass es dich irritieren. Ist okay. Mhm. Mhm. Du wirst aber jetzt nicht auf WhatsApp ändern oder so, weil da muss ich mich darauf vorbereiten. Schön ruhig bleiben. Bitte schnappen, ey. Oh Gott. Letztens auch! Jemand hat sein Profilbild so geändert bei WhatsApp und ich so. Hä? Ich hab gar nicht gepeilt, weil das war. Ich will gar nicht wissen, wer das war. Sonst lach ich wieder. Ich weiß gar, ich glaub Monique hat ihrs geändert vor kurzem. Ich weiß... Deswegen weiß ich auch, wie Pascal aussieht. Ein WhatsApp-Projektiv. Nee, auch WhatsApp-Projektiv. Ja. Deswegen weiß ich auch, wie er aussieht. Marcel hat es uns, glaube ich, auch geändert. Mein Mann und ich passen richtig gut zusammen, oder? Wie die Faust aus Auge, ey. Doch, stimmt. Das Schlimme ist, seine kleine Schwester, ne? Ja. Sie sieht fast so aus wie ich. Wir könnten Geschwister sein, sie und ich. Aber seid ihr echt verheiratet, oder sagst du das immer nur? Wir heiraten? Wir sind bis jetzt noch verlobt. Ach so, okay. Hehehe. Ist schon alles geplant? Eigentlich wollten wir dieses Jahr im Juni. Ja. Wird aber nix, weil wir das Geld zusammen haben. Also, das wird es wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Was sag ich jetzt? Glückwund? Ihr müsst mir helfen, Leute. Ihr wisst, dass ich richtig dumm bin. Was sollst du denn? Musst du regeln! Musst du regeln! Musst du regeln! Wie ist das, dass ich so dumm bin in solchen Sachen? Das freut mich, oder? Das hört sich doch gut an. Das hört sich toll an. Das hört sich toll an. Kim will am liebsten sagen immer ein Bye-Light. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wieso alle Sachen weiß ich nicht sogar. Ui. Ja. Ich weiß nie was. Ich freu mich für euch. Danke. Ihr wisst, dass ich verinnert bin so. Oh ne. Geil. Ja. Immer wenn Leute mir das so sagen, wir werden heiraten, bin ich immer so. Ah. Was ist das? Das freut mich so. Das freut mich so. Das ist wirklich stark, ey. Mann. Ich brauch noch mal 100 Dinger. Das ist wirklich alles. Was ist das? Komm, Pascal. Du schaffst das. Ich werd nicht heiraten. Das ist auch was tolles. Glückwunsch. Komm, Kim. Kevin packt dir die schon vor. Ich will Kevin. Willst du, Kevin, keine Kette am Fuß packen? Nein. Warum nicht? Ich will weder Kinder noch Kevin heiraten. Mh mh. 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 Ich hab keine Kinder. Ich hab gar nichts. Ich hab keine Bogen mehr. Warum verprügeln die. Wir flaschen mit dem Sackle besser. Hast du nicht den Baseballschläger? Der macht mehr Damage. Mh. 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 Der hab ich nicht. Mh. Oh. Und die Fackel? Macht die mehr Damage, Kevin? Mh. Die Fackel wäre ideal, weil der ist Braum Damage, ne? Mh. Mh. Tmm. Mh. 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 Momentan hab ich 3500 Pfeile. Ich sehs, ich hab 1300 irgendwo. Mh. 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 Ja, wenn er jetzt nicht weggefetzt wird. Wollen wir auch noch mal sehen. 13 Pol, bitte. Alles klar. Kannst mal wieder mitkommen. Ich werde mir jetzt noch mehr von denen einsammeln. Und wieso ist der Level 12 und rot? Warum ist er tot? Äh, rot? Ich wollte gerade tot sagen. Weil der stärker war, als du ihn gefunden hast. Aber er wird auf deinem Level runtergespawnt. Ja. Ich weiß, wenn du jetzt ein Level 49 erfangen würdest, wäre der Level 12. Aber wenn ich jetzt auf Level 13 gehe, dann würde er auch automatisch auf 13 gehen, oder? Weil er war ja eben... Ja. Ja, okay. Aber Beppo hat zum Beispiel ein stärkeres gefangen und das wurde runtergestoßen. Ja, ich habe zum Beispiel das eine. Bei mir ist Level 50. Na, ist das, wenn du nicht overpowered bist. Was dumm ist. So, ich werde mir jetzt noch mehr von denen... Aber auch wenn sie runtergestoßen sind, sie sind trotzdem stärker als die durchschnittlichen vom gleichen Level. Ein Anubis muss doch eine Maschine sein. Auch Level 1. Ach ja, du sagst gerade. Ich guck mal, ob mein Eif fertig ist. Weil ich glaube, das ist... Wenn du nach links gehst, dann müssen welche sein wollen. Ich glaube, ich habe ein Anubis-Eif gefunden. Das müsste jetzt fertig sein. Mal schauen. Ich mache Kippern noch, dann geht's. Sei Anubis, sei Anubis, sei Anubis. Ja, mein zweiter Anubis. Ja, den habe ich da schon gefangen. Wieso ist das denn... Spawn die immer wieder? Ja, ja. Ja, die Eier spawnen immer auf der Gröschen-Stelle. Du musst sie ja zehnmal fangen, dann kriegst du ja so einen richtigen Baba-Bonus. Es geht für jedes Porn. Irgendwo waren hier doch die Pflanzen-Programmationen irgendwo, oder nicht? Oh, scheiße, ich muss etwas aufräumen, meine Box. Ich bin bei der letzten Box. Die sind überall. Warte, lauf mal da. Ah, Schabalubis. Da waren aber welche. Ich muss sie auf jeden Fall hochleveln. Deswegen will ich direkt schon stärkere haben, und nicht Level 3 oder so, weil mit denen kann ich ja nichts anfangen. Was bist du denn? Das ist der Elefant. Es ist gut. Hast du ihn? Ja. Glückwunsch. Das ist ohne Fall. Glückwunsch. Ich habe ihn mit Fackel geschlagen, den kleinen Pischer. Warum machst du den? Ich will den auch. Ich habe gesagt, okay, keine Pfeile mehr, dann flamme an. Ey, das ist voll unfair. Warum? Einfach eine Maschine-Ski. Ich habe gesagt, warum? Ah, weil ich gut bin. Nö. Nö. Ich finde das richtig frech gerade. Ja, das ist todesfrech. Ich weiß mein Schatz. Du schaffst das auch noch. Wann denn morgen? Wann du groß bist. Beppo? Ja. Raus mit den Fischern. Ja, aber Beppo sucht sich manchmal die Klatsche. Ich sag's dir nicht. Immer wieder so nachschneid. Scheiße. An meinem Geburtstag hat er danach gebetet. Der hat so ausgeteilt, der Buhr am Samstag. Ich schwöre es dir. Ich mache das Fenster auf. Ich war in der Küche. Er war auf der Terrasse. Ich mache das Fenster auf. Sagt der Penner zu mir, ein Big Mac bitte. Ja gut, dein Fenster zu Küche sieht aus wie so drei. Na ja, Mann. Ich hätte ja auch ein Waffen zu sich schießen können, wo die das aufmachen. Die auch ne Frau hat ihn den ganzen Becher und alles ins Auto geschüttet. Noice, noice, noice. Du kriegst jetzt noch was in die Fresse und dann kriegst du noch mal. Noch mal in die Fresse, okay, warte. Ich mache das heute. Egal wie lange es dauert, so lange bleibe ich wach. Was? Ich brauche noch mal ein 100 Minuten. Wie lange bleibe ich wach. Ist mir egal. Ja, ich nicht, ja. Ja, doch. Ich brauche noch mal eine Haltung. Ich brauche noch mal eine Haltung. Ich brauche noch mal eine Haltung. Die Kim muss dich schon unterstützen. Ja, ich brauche noch mal eine Haltung. Ich brauche noch eine Haltung. Ey, ich habe jetzt zwei Tage Kampen gefeiert. Ja, und heute ist der dritte. Sagt der klar? Ne, heute ist der zweit, ja. Ja, also. Morgens ziehe ich Homeoffice durch und wenn die mir auf den Sack gehen, dann mache ich Freitag auch noch. Er geht mir auf den Sack mein Chef und er muss das merken. Wo habe ich das denn jetzt hin gepackt, Mann? Ja, ich habe den Deckel für meine Wave verloren. Das ist halt gerade echt nicht einfach und das macht mich gerade echt fertig und das macht mich richtig mad. Was? Du hast den jetzt schon noch nicht... Digga. Du hast den einfach mit einer scheiß Fackel gekriegt. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Na? Ich habe immer kurz bevor meine Pals gestorben sind... Jetzt sag ich schon, Pals. Immer kurz bevor die gestorben sind, habe ich die wieder reingenommen und habe das nächste geschmissen. Und dadurch haben sie in meiner Tasche ihr Leben wieder aufgeladen. Dadurch hatte ich nicht nur 5, sondern ich hatte gefühlt 13, weil die immer wieder aufgeladen haben und am Ende sind dann doch noch 2 gestorben. Aber da war es nicht mehr so richtig. Und mit der Fackel habe ich eigentlich nur dafür gesorgt, dass ich ab und zu aggro kriege. Die hat nicht viel Damage gemacht. Nein. Hat auch ein bisschen mit Skill zu tun, Monique. Du willst wieder auch Stress mit mir, oder? Ja, man kann den Skill dafür erhaben, man muss aber trotzdem wissen, was sinnvoll ist. Und in dem Fall, wir denken daran, die Pokemons vorher wieder einzusammeln und wieder hinzuschmeißen, wenn sie vollgeladen sind. Ich bin dafür viel zu überfordert in der Situation. Ja, du darfst dich nicht so stressen, das ist das Problem. Aber das tue ich, das ist das Problem. Hey. Du kannst die Pelz, aber auch... Du musst nicht auf 3 drücken, damit du einen weitergehst. Du kannst auch eh gedrückt halten und mit dem Mausrad drehen. Dann geht da auch automatisch einen weiter. Vielleicht ist das von der Steuerung her leichter für dich, einfach von Tastatur nach der 3 zu suchen. Halt mal eh gedrückt und drehe mal dein Mausrad. Siehst du? Okay. Und dann schmeißt du. Das ist wahrscheinlich deutlich leichter für dich, oder? Als wenn du nach 1 und 3... Ja. Was geht denn bei dir ab, Pepperdiscopoga? Nee, das ist er hier. Er lädt immer die Partie wieder auf. Ach so. Wie der da steht. Und wenn du das nicht schaffen solltest, Schatz, mach ich das halt für dich. Einzelschussgewehr. Gerne. Cheat. Hm? Gerne. Cheat. Ja? Ja. Okay. Polymerplatten. Wo kriege ich denn Polymerplatten her? Was will der? Die wachsen auf Bäume, Pepperdiscopoga. Nee, das glaube ich nicht. Die Polymerplatten kommen von wo? Der ist ausgehört und schwer verletzt. Okay. Irgendein Pokémon bei mir. Wo ist denn das? Öl wird unter anderem ausreichend für einen Schuss. Wo kann ich Polymerplatten herstellen? Da, da. Kann ich stehen. Na, hier kann ich stehen. Nee, hier kann ich sie nicht herstellen. Nee, hier kann ich sie auch nicht. Polymerplatten. Werkbank. Ja, ich suche grad die Wertbänke ab. Okay, das schläft. Dann mach ich ihn, dass wir kurz sprüxeln fertig. Kann ich nicht, weil ich weder mit halbarem noch hohen hab. Okay, nice. Aber hier kann ich auch keine Polymerplatten herstellen. Auch nicht beim Ofen. Ganz blöd. Das ist das einzige, was du jetzt noch nicht geguckt hast. Nee, auch nicht. Oder worauf. Nee, das glaube ich auch nicht. Wie können dir denn alle hungrig sein? Hier ist doch cool. Hey, wo kann ich Polymerplatten herstellen? Ich hab die aber schon freigeschaltet. Die sind hier. Ja, süß. Aber Polymerplatten aus verarbeitetem Öl wird unter anderem für die Herstellung von Waffen benötigt. Ja, gut. Dann muss es an der Waffenwerkbank sein. Ja, und das ist die hier. Hier wird den Waffen hergestellt und da hab ich das Ding nicht drin. Oder ich kann die nur auf die... Ah, ich denke, ich weiß, woran es liegt. Quatsch. Ähm. Dort. Ich muss die zweite Waffenbank bauen. Habe ich die schon freigeschaltet? Nee, das ist für die, äh, Pulsphären. Wann kommt die nächste? Soll ich das kurz für dich machen, gleich schützen? Ja. Versuch es doch noch einmal, Monique. Du schockst das. Mach das. Nimm deine hunderttausend Pfeile. Hunderttausend? Du schockst das. Du schockst das. Nimm deine hunderttausend Pfeile. Den habe ich gebaut. Und du brauchst ja eh noch kurz nichts hier. Ja, habe ich auch alles gebaut. Etwas kalt. Nee. 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 bin ich bescheuert ich habe das ding 100 pro freigeschaltet das kann doch nicht sein warum steht bei dem war immer noch etwas kühl eine heizung ich habe nie was daneben gebaut und die sind alle ganz ausgebrütet 17 17 dann kannst du die bauen ok ich glaube dass man sich googeln kann nicht sein dass ich ja ich dachte wir googeln nichts was gesagt du kommst klar mit allem allein ja aber es macht keinen sinn es macht keinen sinn ich habe nämlich alles freigeschaltet was man so für die den bau von den sachen braucht ich bin wieder auf der ganz dunklen seite bei tic ich habe jetzt feile 370 bei mir das müsste reichen sondern sie bleibt noch auf tic tic ich muss ja gleich mal jemanden zeigen dann gefällt mir auch mein schatz so ich habe keine fackel dabei mein schatz und dann sind so ein speer wurde sonst schwer noch für den fall der fälle erst mal reparier ich meine rüstung das ist eine gute idee warum sind meine ganzen tiere hungrig i don't get it warum bist du was machst du im baum jungen wie bist du da hingekommen ich bin auch hungrig da ist doch genug essen ist doch bedient euch süße gibt mir einen mitschel mit mitschel ja mit zwei l am ende ja von gemächten weil das erste mir vorgeschlagen werden ja ich kenne den geworden der typ egal wie mich klar glaube ich habe mit der rette war jeder einer magen geschwürt anderes depressiv ich kann noch eine dritte drittes lager bauen wie schnell das noch mal geht bei denen oder dass sie so depressiv werden und so das ist voller abrufe so bauen wir hier noch ein ein bett vielleicht wollen wir schlafen nein ich habe keine fasern mehr nein nein schande ich bin ich bin und füße wo ist denn dieses toll Bin ich dumm? 28 Das ist diese Protektion, die ich brauche. Aber wo finde ich die? Ah, jetzt verstehe ich. Mir fehlt die hier noch. Das ist die, wo ich mit Zement bauen muss. Gut, das heißt, ich muss Zement jetzt mal herstellen. Zement und Eisen. Ey, Steinmangel des Todes, Junge. Wieso hast du einen Mangel an Steine? Ja, habe ich. Habe ich auch, ich weiß auch nicht warum. Habt ihr nicht den Steinbruch, wo ihr eure Pols die Steine abbauen könnt? Doch, aber der kommt zu nichts, der Typ. Ehrlich. Holz läuft gut, aber Stein läuft irgendwie nicht so gut. Dann müsst ihr vielleicht einen anderen neuen stellen. Die Katze. Die Katze habe ich. Aber die ist nur am rummotzen. Depressiv und so. Ihr müsst ihr Liebe schenken. Das mache ich. Wie oft habe ich diese Katze einfach nur geknutscht und geknuddelt. Oh, hat sie nicht geführt. Mir ist das egal. Sag jeder eins, sag doch, warte. Ich bin doch nicht Liebe, die sind da zum Arbeiten. So, dann suchen wir noch einmal mit Hilfe. Oh, gute Schaf, hast du ein kleines Faser rausgeschissen. Hier ist auch so ein richtig Hardcore Cheater, gell? Wer? Er baut seine zweite Base immer neben einem Boss. Und dann lässt er den Boss zu sich kommen in die Base. Und dann greifen alle seine Pols an. Der Fuchs, ne? Das ist mal keine Dumme. Ja, ich habe das hier gerade gesehen auf TikTok. So, ja, wenn... Oh, bei Herz. Entsetzen tun es nur, raste ich auf. Wieso schlafen jetzt weinig? Sehr schlicht da, warum? Aber das ist schonisch, das ist sehr gut. Jawohl. Wunderschön. Ich glaube, ich weiß, wie ich meine zweite Base, äh, meine dritte Base baue. Äh, wunderschön. Das gib ich da auch rührt, äh, Kim. Waa? War das gut drehen? Für, äh, was du die dritte Base freischalzt? Waa? Äh, ich gib da auch rührt ins äh, Hai hinzumachen. Das wärst du nur gesehen für was, äh, hoi. Oh, hi ist ein Scheuny. Oh, Rimm ist scharf. Nimm ihn. Guck, Kim. Du gesehen. Oh, Photoshop. Scheiß. Oh, mein ganzes TikTok ist voll mit Call of Duty. Das ist schon krank. Wie kann ich ihm denn das geben? Weißer, Kopf, Feuerspeize. Verklick mal dem. Mein kleines depressives Etwas. Digga, will der mich verarschen? Hör doch auf wegzurennen. Oh, keine Note. Wie kann ich ihm die Scheißmedizin geben? Oh, du nimmst den in deinen Inventor. In die Pollbox. Zurück in die Box? Ja, und dann klickst du auf ihn, gibst die Medizin und dann schmeißt du ihn wieder ran. Yay, ich hab mein zweites Schaf. Äh, ne, Entschuldigung. Geh auf dein Inventar, auf die Medizin und dann gehst du auf ihn. Entschuldigung. Mein Inventar? Gehst du auf benutzen und dann, äh, ah, du musst ihn in dein Team holen, ja. Ah. Und dann schmeißt du es auf sehen. So. Komm mal kurz da hin. Du kommst mal kurz hier hin. Oh. Da. Kann ich ihm nicht geben, ja? Dann ist es die falsche Medizin. So. Nicht, äh, jede Medizin ist für alles gedacht. Ja. Schade. Ja. So, du findest ein depressives etwas, geht er wieder raus. Oh. Uhhh. Guck, die Heideplatz. Wie viele Eisen sind die High West. Ich glaube ich hab die Medizin einfach mit. Du hast den Platz oder du hast noch einen anderen Platz, die habe ich auch markiert. Warte, wo habe ich die markiert? Die habe ich auch markiert, ja. Da sind die Wiener Dinos, ja. Töte sie, töte sie. Sehr schön. Komm Monique, ich möchte noch diesen Boss sehen. Du willst noch den Boss sehen, ja? Und dann gehe ich ins Bett. Sonst komme ich nicht auf. Oder du hast die heute Platz nach Kim. Ja, die habe ich auch schon überlegt. Weil du hast auch so viel Äußern für aufzubauen. Ja. Aber das wird ein Arbeitslager dann? Ja, das wird ein Arbeitslager hier wieder. Ich bin glaube ich nicht bereit. So, was hast du gemacht, Schatz? Du hast sie auch wieder zurückgerufen? Genau, wenn ich gesehen habe, dass sie langsam mit Leben kritisch wird bei denen, habe ich sie wieder reingerufen und habe das nächste geworfen. Okay, lass mich einfach ausrasten. Okay, lass mich einfach ausrasten. Let's go. So, jetzt werde ich hier wieder rumschreien wie so eine Behinderte. Du schaust das. Lass das Paul raus. Okay. Du hast gar keinen Paul draußen. Nee, ich kann nicht mehr. Hallo. Ich bin stuck. Sie geht schon viel gestresst, viel zu gestresst da rein. Du musst viel geschmeidiger sein. Ja, chillax. Ich kann relaxen nicht. Relax. Ja, was bewegen sich denn so häufig? Geht's so gut, oder? Geht's so gut, oder? Ja. 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 Hii. Karamba. So, aber kannst du mich mal in Ruhe lassen, jetzt? Was ist denn da jetzt? Wohl, ich muss sowieso hier Eisn sammeln. Oh, ich verstehe diese Tik Toks nicht, wo die Leute was essen und du guckst dir das so an. Wieso guckst du das so an? Ne, weil die frisst hier gerade das so an. also Honig und ich denke mir sowas gibt nicht die Falschmädchen Jesus Wow ihr geht eines voll ab beim Essen Mädel du gehst mir so richtig auf die Eier, Alter, wirklich ich hoffe du verreckst an Ebola oder so Gott, du machst den Ball richtig nicht Ja, ich war nicht rechtzeitig, cool haha ne, ich krieg das nicht hin viel zu gestresst ich bin bei sowas immer gestresst, ja bitte jetzt bin ich da drauf gestresst ja nee, warum also doch, ja, warum ja oh, Entschuldigung war nicht meine Absicht ja hast du jemand gestört ich kann nicht mehr, ehrlich ne, ist nicht alles gut sag doch nicht, ist alles gut guck doch mal, wie viel Leben der immer noch hat also, du bist doch gut dabei hey ja einfach dranbleiben jetzt schaffst du's come on, bleib drin du hast schon ihm ein gutes Stück Leben weggenommen oh mein oh mein Schau! Oh mein... Meinsch, blabdrehend durch Stück Scheiße! Das ist so nett, Mann! Oh, wuch 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 wuch! Wichtig! Scheiße! Ich hab' kein Blatt! Sag mal, chillt ihr bitte euch alle! Ich hab' keinen Platz mehr! Ja, chill doch deine Nicole, bitte! Ey! Ja, mach' meine Fresse, ey! Ich hasse dieses Spiel gerade so, dass du... Wegen solchen Sachen könnt' ich wieder den installieren, ehrlich! Hör' doch auf mir hinterherzulaufen, du Homo! Such dir doch andere Freunde! Das ist so nett! Ja, ich hab' keine Fresse! Ja, ich hab' keine Fresse! Und dann können wir das so! Ja, ich hab' keine Fresse! Und dann kann ich mich schon mal genauer. Jo, das war falsch. Schön. Oh! Naja, lauf doch noch langsamer Uschi, hm? Wie wär's denn damit? Ja, ne, ne, ne. Was geht's noch? Oh, ja! Versuch mal gleich irgendwo in Deckung zu gehen um kurz was zu essen und auch deinen Tieren Futter zu geben. Jetzt ist eine gute Möglichkeit. Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein Pinguin ist tot. Oh mein Gott, mein Pinguin ist tot. Oh mein Gott! das wieder nicht sagt das nicht gut gute zweieinhalb minuten und er hat nur noch 9000 leben ja eben hatte ich mehr mehr geschafft er trifft mich auch jedes mal junge digga was steht denn noch immer hinter den kack wenden da ist schon wieder ein schein ich meine der springt auch immer dahin wo ich bin man ja schatz was versuche ich denn hier die ganze zeit immer wieder anzugreifen ja ich kann jetzt nicht die ganze zeit in deckung bleiben dann tötet er mein pokémon dann sucht er mich sowieso und ich muss ihnen ja auch irgendwie ein bisschen damage geben ja aber du musst ja nicht offensiv stehen ich hab eh keine zeit nur dafür ja 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 jetzt gestorben ja 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 Das wird nix, ich warte noch bis ich, weiß ja nicht welches Level ich dann sein werde, bis ich das überhaupt habe. Du musst dir vielleicht eine Sache wiederholen. Sicher. Teleportier dich doch dahin. Komm und bleib drin. Bleib drin. Ich mach das gleich. Komm, gib mir eine Chance. Das Spiel macht mich so aggressiv, Alter. Weil das nicht funktioniert. Ich kann sowas nicht, wenn ich unter Stress stehe. Bin dann halt automatisch gestresst. Das ist eine Balance. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Maaan, bleib drin. Hm. Come on. Come on. weiß jemand wo man gut an hohen kommt von den hirschen das gebiet dass das anfangsgebiet wenn du da etwas runterläuft den berg wo das mammut von stufe 36 rumläuft wo käme noch zu den schweini doofer uhrstrengen zu fangen im camp wie fandest du meine niederlage ich war doch gar nicht so schlecht das habe ich nicht gemacht ich war das ok keine panik das war doch gar nicht so schlecht mein schatzi macht gleich den hier und die pauls machen den ich kann immerhin noch lachen ich kann immerhin noch lachen bis hier auch nichts schlimmer ist ich hasse sowas frag wirklich da kannst du meine männer fragen ich bin da so sensibel in den sachen ist nur ein spiel alles kann hexenwerk ich bin alt geworden warte nur dass du den christisch kriegst erinnerst du dich noch an culture candela ich hab hier die ganze zeit so irgendwie so von früher tik toks und da ist eine die hat ständig tokio hotel und dann bin ich so wie alt ich bin ich hab voll der tokio hotel film tokio hotel war beste das hier muss ich Marcel schicken süße wisse nicht alt oh wir sind scheiße ist nicht schlimm ich krieg ständig was von red bull geschickt als würde ich so viel red bull trinken leute tschüss mal ja du konsumierst jeden Tag ja ich krieg immer so videos weißt du wie wenn red bull im angebogen ist wo ist meine karte wie wie du 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 wo ropor ich mein Researchers Mengen dass ist es schon wieder repariert gut gleich loslegen mein schatz ich mach dann eine schnelle nummer raus das nervt mich dass die ganzen tiere depressiv sind und magengeschwüre haben man streichelt sie ja auch und so und das bringt halt irgendwie rein gar nichts das eine fische richtig verwöhnt er ist immer noch depressiv des todes ich glaube da muss man eine zeit lang aus dem verkehr gezogen werden das habe ich mit der katze auch gemacht hat nichts gebracht sie bleibt depressiv soll er heulen mir doch egal weiter wir sind so lieb zu unseren tieren ja ich check das halt nicht man muss irgendwas dagegen machen können ich habe noch ein asax gekriegt schmutz habe ich doch schon das habe ich doch schon und er kann auch nichts der eine ist sadist und der andere steht isolierung elektro schaden minus 10 prozent das ist ja klasse schuhe beboten wird ein video was ist das schönste in luxemburg zu leben der öffentliche transport ist gratis ja das ist sehr traurig wenn das das schönste ist was es in luxemburg gibt aber ich mich jetzt aus dem fenster schmeißen oder nachher naja für leute wie in deutschland wo größte teils mit der bahn fahren wären dass das paradies und kommt hier zwei stücke sind jetzt online wo ich schreiben müsste aber ich habe keinen braun ja jetzt wenn ich amerikan pie gucke nein wird mich schlecht bitte ich kann das nicht mehr wegen der sache also mir wird schlecht wenn ich das sehe wie war das nochmal eine warme melone der typ hat eine legante in meinem kopf von meiner schule eine warme melone man so der hat schon den preis für die beste kreativität verdient wo er wer bänkt eine warme melone ja wie nett ich komme in einen stream rein und dann heißt es was machst du denn hier dann gehe ich wieder weg da gehe ich wieder entschuldigung famous oh mein Gott so wollen wir mal gucken wie es den Pauls jetzt hier geht scheiße das immer den geht es doch immer scheiße so level neuner der 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 so ich muss das fließband bauen so ich brauche noch äh ja geil wenn ich beim medbed wieder reingehe kommt wieder ein clip von mir ich weiß ganz genau wenn ich jetzt schreibe sagt der heike wie wie geht's dir zack schaudert das ist ja gut eben immer wieder für schreiben oder nun dachte ich ich meine ist es heidex ist schon ist ja sie schon dran ok ich schreibe trotzdem vielleicht kommt aber ich bin dann eine eine und dann ist noch nicht drin das heißt es kommt noch kein shout out so kommt ich hi die 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 es ausgemacht schatz und ich spann das ist ein stream das ist immer spannend Wir müssen noch warten, bis sie wieder volles Leben haben, Schatz. Oh, ich könnte eigentlich Schüner reinsetzen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, es ist ein richtiger Marsch. Du musst drei Monate am Stück 100 Punkte haben und wir haben gestern schon mehr Krass darüber diskutiert. Wie 100 Punkte? Ich verstehe es nicht. Wir müssen drei Monate lang 100 Abos haben, um eine gewisse Summe ausbezahlt zu bekommen. War es echt jetzt? Und da sind wir nicht drin. Also ich komme da mit Glück ran. Aber so Leute wie Marcel oder das Problem ist, Matt kommt auch nicht ran. Worum geht's? Das ist ja voll assi, oder? Ja. Deswegen werden einige wahrscheinlich auf Kick wechseln. Worum geht's? Ja, aber das ist doch schon ewig geredet, oder? Ja, aber ich habe bei Kick schon alles eingerichtet, um zu wechseln. Was ist denn Kick? Kick ist es, ist die Konkurrenz von Titsch. Und dahin wechselst du? Ja, weil... Wenn Titsch weiter so macht, ja. Die Ausbezahlung ist den Scheiße. Ja. Wir verdienen einfach absolut gar nichts. Wir stecken so viel rein in unser Material, in unser Setup, das kostet ja auch nicht... Wie gesagt, ich habe ein PC von 3000 Euro jetzt gekauft. Und jetzt kriegen wir das ganze Geld wieder weggenommen, weißt du? Ja, läuft gerade nicht so, oder wie? Also, ab welcher Summe kriegt ihr das denn ausbezahlt? 50 Euro Minimum. Mehr nicht! Also, du musst ein Minimum für Auszahlung, war damals bei 50 Euro. Wenn du 50 Euro bei Twitch erwirtschaftet hattest, konntest du eine Auszahlung anfragen. Das war die Minimum zu machen. So Schatz, willst du? Mhm. Die großen haben es jetzt besser, weil die keine Grenze mehr haben und wir sind am Marsch. Ja. Ja. Jetzt Plätze tauschen hier, ne? Ja, das Ding... Warte kurz, warte kurz. Matt hat kein Affiliate, Leute. Ja. Ja, noch nett. Noch nett. Er hat gesagt, er will eins machen. Hallo. Jetzt leuchtet ich bei ihm auf, ey. So. Das ist das Problem. Ich hab ja auch... Mein Prime ist, glaub ich, bei Marcel. Marcels Prime ist bei mir. Weißt du das? Wir switchen die unter uns, weil für ne Prime Abo bekommst du mehr als normales Abo. Und das... Du hast auch mein Prime Abo bekommen. Siehst du? Und das wird uns jetzt gar nix mal bringen. Ne. Aber Kim, du konntest wieder zugucken, oh mein Boss. Weil ich bin dabei, ich guck nebenbei dazu. Also ich meine, ich werde auch mehr hier auf Kick streamen. Weil ich streamen nicht, ob du Kick. Das fuckt mich halt ab. Ich hab mir so viel Mühe gegeben, die ganzen... Meine ganze Twitch-Community aufzubauen und die kommen nicht alle rüber auf Kick. Ja, ich hab Kick nicht. Was? Keine Ahnung. Ich weiß, ich geh auf YouTube und TikTok dann. Bei TikTok kann man dir ja kein Abo. Doch, kann man. Doch. Auf TikTok kann man auch Abos. Und bei TikTok kannst du dein Abo als Creator selbst entscheiden, wie teuer ist. Richtig. Boah, Matt ist richtig sauer. Ja, ich versteh's. Ja, ne. Montana Black hat genug Geld, Mann. Wir können uns nix aufbauen, solange Twitch uns nicht die Chance gibt. Ja, ne. Montana Black hat genug Geld, Mann. Genau so wie Trimax und Elias. Ja. Sogar Grund, sag ich. Aber das haben sie nur gemacht, weil überall die Großen sich beschwert haben. Und weil sie halt mehr haben von den Großen, da sind sie der Bitte nachgegangen und dafür müssen die Kleinen wieder leiden. Aber das ist dumm, weil Kleine können genauso groß werden. Einer von uns könnte auch irgendwann in zehn Jahren munter sein. Es kann alles passieren, Deco. Aber Süße, das heißt, ich soll gar nicht mehr auf Twitch anfangen, oder was? Wenn das jetzt schon so... Mach es ein, du hast kein Affiliate. Du kannst es machen, aber bis du den Erfolg hast, verdienst du nichts. Ja, aber dann ist doch besser, wenn ich gleich in das andere rübergehe, oder? Mach beides. Ich hab mal einfach... Dafür ist es besser, Multistreams zu betreiben. Dann kannst du eine Community auf allen Plattformen aufbauen. Okay, okay, okay. Also ich streame ja, äh, prinzipiell ja auf Twitch und habe meistens entweder mein TikTok-Stream laufen noch, äh, vom Stream oder, äh, auf Klick-Stream ich. Oder manchmal, wenn es so ein spezieller Stream ist, dann direkt auch über YouTube. Ich hab's ja aufgegeben, tatsächlich. Also, ich hab ja immer versucht, ich war auch live, ich hab auch 24 Stunden Stream schon gemacht und all den ganzen Fragen. Hat alles nichts gebracht. Anscheinend bin ich zu unsympathisch gewesen zu den Menschen oder so. Mit Kamera und dem ganzen Scheiß. Ich hab mich halt nicht verstanden, weißt du? Lebt noch? Er lebt noch. Sie ist doch gerade gestorben? Er lebt noch. Achso. Ich muss mal schnell Pinkel gehen, ich werde gleich wieder. Boah, jana, ich hab mich gerade... Ich hab mich gerade voll in eine penible Situation gebracht. Mich oder dich? Mich. Warum? Vor eineinhalb Jahren war da so ein Typ auf Fortnite, mit dem ich mich echt gut verstanden hab, weißt du? Mhm. Und... ne? Und er wollte mehr und alles und ich hab da komplett abgebrochen. Wir haben uns so krass zerbieft und jetzt ist er online und ich hab mal reingeschrieben. Und plötzlich, ja! Ja, wollte sich mit mir treffen, aber ich wollte halt nicht. Wie kannst du denn nur, ey? Ja, ich hatte keinen Bock, tut mir leid. Ich wollte halt nicht, äh, gebänkt werden. Gebänkt? Ja, warum wollen solche Typen sich mit dir treffen, süße? Ja. Du bist schon nicht zum Lego-Steinchen spielen. Ja, war gut. Ja, ist einfach so. Ich glaub, ich bin einfach für Wimpern nicht gemacht. Kim, du weißt doch noch, als ich dir meinte, wie er das zu dir oder wie er gezeigt hatte mit meinen Wimpern, ne? Ja. Ich hab dir doch meine Wimpern gezeigt, ne? Ja. Ich hab dir doch meine Wimpern gezeigt, ne? Ich hab ja auch gar keine mehr. Alter, immer diese Sache. Gibt's Kevin noch? Bist du noch mit Kevin zusammen? Kevin hier, Kevin da? Ja. Ja, mein Freund hat immer noch Kevin. Die Leute haben so, so eine Fixation auf Kevin. Aber erinnerst du dich an die Situation mit Salva? Das war genau das gleiche. Genau das gleiche. Jeder hat gefragt. Oder war's nicht so? Weißt du, dass die ganze Community von Salva meint, wir wären zusammen? Gut. Letztens hat Phil mich angesprochen, meinte er, ja, kannst du Salva mal sagen? Wer soll sich bei mir melden? Meint ihr so, ja, was ist das mein Problem? Ja, ihr seid doch zusammen. Ich so, ich bin doch nicht mit Salva zusammen. Aber ich dachte, ihr hättet eine Fernbeziehung. Ich, um Gottes Willen, nein. Nein. Salva war einmal hier, aber, äh, ne? Hä? Nein, vergiss das. Das hier war sogar noch vor der Zeit von Beppo. Mit Torben. Okay. Okay. Du bist ein Schatz. Leckerfucker mio. Du brauchst uns hier füttern können, ne? Ich hab gerade tatsächlich nicht darauf geachtet, Entschuldigung. oha danke mein schatz bitteschön ich habe ihn besiegt hast du das gesehen wie ich ihn besiegt habe ich habe gesehen wie du mit schüttet hast ja ich cheaten nein ich glaube ich habe den zu früh gedrückt ich cheate doch nicht was denkst du denn aber jetzt ist das tutorial auch endlich vorbei wow es wird so spät aber ich gehe jetzt dann auch ich wollte jetzt pennen gehen sind aber bestimmt nicht mit euch ich bin schon macht ausrede ich bin becker ich arbeite nachts habe zwei stunden geschlafen heute morgen ich fange abends um acht an bis morgen zum vier fünf tage die woche und jeden mittwoch zockt sie mit mir jeden mittwoch grundsätzlich jeden mittwoch ja mittwoch mittwoch ist normalerweise bei mir wenn jemand fragt machst du dies das sag ich nee das ist jana tag entweder kommen die leute dazu oder sie lassen stehen weil es ist jana tag und samstags kommt sie auch manchmal dazu nur wenn sie diesen samstag dazu kommt muss die johnny ertragen oh mein gott nein ja tut mir leid da wird jetzt festes inventar bei mir wo kriege ich diese antiken bauteile her kriege ich dir nur von diesem antwort ja bitte antike bauteile wo kriege ich die aus den schatzkisten glaube ich oder bebo ich bin mir nicht sicher aber ich glaube sind die schatzkisten es kann sein ein kaputter antiker apparat der bei ausgrabung entdeckt wurde enthält eine fehlende information über verlauptechnologien ist extrem wertvoll begehrt ich denke sind die schatzkisten ja das klingt logisch ich habe zwei stahlschlüssel ich mache mich auf den weg eine weiß ich auf jeden fall sieht so ich habe doch hier ich kann doch reiten so wie mir hast du urlaub chemie chemie hauft mich chemie zu nennen ich hasse das was das Spiel macht so süchtig, süßer. Du spielst wie mit deinem Spiel, wo du Cardons ausgepackt hast. Oh Gott, wie wie Idioten hab ich das ausgepackt. Genau so süchtig macht mich grad Flade Valley. Das hab ich übrigens auch von bei ihr gesehen. Ich bin nämlich da noch mit dem meine Gang, Gang Gang. Dann packen wir dich nicht rein. schon wieder auf dem toilet ja oh gott was war was das war ich habe dazu gehigst was mache ich dann nämlich jetzt lp nämlich ausdauer angriff gewicht warum mein gott oh mein gott halt die klappe jana jana gehen diesen stream rein bitte und sagt mir nicht dass ich ja was wie heißt er ich wünsche ich gerade zu tode die heiße xxd macht unterstrich night xx ja ja guck ihn dir an guck mal man ich bin voll nett und er geht immer voll aufs perverse raus weil der weiß julian hat auch mit uns gespielt ist auch cool ich bin gleich wieder da um Ja, gut. Warte, Yana. Ich bin wieder dach. Beppo? Ja? Wo kriegt man antike Teile her? Antike Teile kriegt man in verschiedenen Kisten. Herr Pascal hat das gefragt. Ich muss mal gucken, ob man es auch von verschiedenen Pols kriegt. Jetzt ignoriert er das gekonnt. Nein, nein, ich suche gerade. Nein, nicht du. Ich rede vom Screen. Nein. Da bin ich wieder. Nein. Jetzt gehe ich voll drauf. Was ist das für eine Spitzhacke, die ich jetzt wollte? Steinspitzhacke. Das hält eine Metallspitzhacke länger? Ja. Das ist wie in Minecraft mit Steinspitzhacke und Diamantspitzhacke und sowas. Metall ist natürlich Robosalzstein. Ich bin gar nicht müde. Hier ist Sauerstoffwechsel. Ich bin halt echt ein Stück müde. Und dann müssen wir jetzt in die Teilspitzhacke. Okay. Also an der großen Stück wieder hier, ne? Aber selbstverständlich an der große Stück. So was ist das für eine Frage? Der überliest mich grad mit Ausricht, oder? Wenn du jemanden in Fortnite spielen willst, er ist ein Fortnite-Gott. Echt? Ich schwör sie, das ist ein Gott in Fortnite. Also Pascal, ich denke, du kriegst sie mehr in den Kisten. Okay. Hab ich gesagt? Ja, hast du gesagt. Ich hab den größtenteils der Pols gefangen und da ist keiner, der die drin hat. Okay. Wo krieg ich nochmal Erz her? Stein. Von den Erzsteinen. Das sind die Steine, die so... Diese braunen? Die braunen. Die haben immer so einen kleinen Glitzerfunken oben an der Spitze. Irgendwo hatte ich hier so einen braunen. Wie? Mein Hühnchen hat sich das Bein verstaut. Das ist ja perfekt. Abreißen, Chickenwing draus machen. Radikal. Hier ist dann jetzt mein Hühnchen, der das Bein kaputt hat. Irgendwo hatte ich hier doch so einen... Spawnkisten wieder neu? Ja. Ja. Die? An derselben Stelle. Ich glaub schon. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch. Doch, doch. Ich glaub, ich erweitere hier noch. Oh, es geht bis dahinten. Das könnte ich ja rein theoretisch dann ja höher machen, ne? Hochbauen. Ich werde ja irgendwann mal gucken, dass ich weiter ans Rote gehe und dann gucke ich, dass ich meine Base wieder woanders hinbaue. Oh, das wird ja so schön. Ich freu mich jetzt schon nicht. Ich würde in deiner Stelle etwas warten, dass du deine Paul Station weiter ausbaust, weil dann kannst du gleich die zweite Station bauen und dann kannst du die, dann ist der Umzug einfacher. Oh, so werde ich das auch machen. Bei wie vielen, wann, wann, wann ist das denn soweit? Das siehst du, wenn du deine Paul Bank erweitest. Das siehst du, wenn du das Upgrade kriegst. Okay. Okay. Aber Level 10 sagt der Schatze ja gerade schon. So, das heißt. Achso. So. Ja doch hier. Max Anzahl von Arbeitsplatz im Lager. Okay. Ich glaube, wenn du von 10 auf 11 gehst, dann steht hier Anzahl möglicher Lager 2 von 2. Okay. Also ich brauche jetzt nur noch dieses Level und dann kann ich quasi ein neues Lager machen. Okay. So. So. Ich gehe jetzt noch Metall sammeln, für das ich endlich mein Fließband bauen kann. Ich würde mal kurz gucken, ob die Jungs eigentlich auch noch am Zocken sind. Oh, Schatzi. Hm? Er ist ganz alleine. Wer? Costa? Nee. Steven? Steven. Okay. Ich gehe dann zu ihm kurz rüber in Call. Ich komme auch gleich. Okay. Ähm. Danke für die ganze Hilfe und netter Abend. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Gerne. Schön war's. Viel Spaß euch noch. Danke. Und bis dann. Tschau. 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 Ja, ich mach jetzt auch aus, ey. Mein Kumpel ist doch neu, ne? Ich bin vielleicht auch nicht drüber. Boah, meine Augen kommen schon sehr nütziger. Ja. Ich weiß du so, wenn ich jetzt aus dem, seinen Chat rausgehe, wird dann meine Nachricht kommen. Oh mein Gott, kommt. Oh. Oh. Sie kommt mit 4 HP rein. Ja. Schreibt mal. Er hat 4 HP, der Boah. Aber was? Was? Gib ihm Zeit. Wenn er jetzt die Heel findet, dann fitzt er sich dadurch. Aber er wartet bis zum Ende. Mit Kills. Er ist heftig, glaub mir. Er wird die ganze Map putzen. Ja. Also wir mit deinander gesp... Also wir mit deinander kommen. Wenn er sich gut anstellt. Weil sich mit ihm gespielt habe. Ich bin richtig scheiße vollgekommen. Er hat alles gecarried. Was? Wie viel Damage macht die neue Spitzhacke. Ja, wir haben uns so krass gefetzt, wir beide. Im Stream, Off Stream. So krass, dass ich ihn blockiert habe überall. Und dann haben wir miteinander gesprochen danach. Ey Digga Pascal ist schon Level 17. Ey, ich fühle mich so mad, ne? Hm. Ich habe das Spiel schon jetzt länger als er und er so schnell. Ich verstehe das immer nicht. Was mache ich falsch? Also äh... In deiner Stelle würde ich mal auf die Produktion von Paul Ballen hin arbeiten. Dann fängst du wirklich alles, was du kannst fangen, zehnmal. Damit kriegst du schon so viele Erfahrungspunkte. Dann kommst du richtig schnell voran. Danach baust du deine Paul Station weiter. Weil die gibt dir auch nochmal so viele Erfahrungspunkte. Vor dir, vor dir, vor dir, vor dir, vor dir. Okay. Was? Weil so langsam ist es halt wirklich so, dass ich denke, es liegt halt an mir, weißt du? Es ist, äh... Wenn man nicht weiß, wie man spielen muss, dann levelt man zwar auch, aber viel langsamer als die anderen. Aber es ist egal. Du levelst eh. Okay. Und dann wichtig ist, koch viel. Kochen gibt dir so viele Erfahrungspunkte. Was auch sehr hilft ist, mach ein paar Hühner mehr in deinen Stall, weil allein Spiegeleier gibt dir so viel Erfahrung. Boom. Okay. Weil irgendwie ist es halt, es macht halt einen schon, schon mehr, muss ich sagen. Er wird den Nuin holen, Jana. Ja! Es ist echt krass, ey. Boah, der spielt die Fortnite-Runde mit 4 HP Leben, ne? Haha. Er findet kein Heal. Irgendwas habe ich hier richtig verschissen. Wow. Oh, das weiß ich nicht, mit der Zone weiß ich nicht, was du bekommst. Weißt du, dass ich damals Geld verdient habe, als der Luxemburg, ähm, äh, das Turnier gewonnen hatte? So, bei was? Bei Fortnite Duo. Äh, der Luxemburger, der die 900 Dollar gewonnen hatte, beim Turnier. Okay. Das war ein 13-Jähriger und das war ein Bruder eines Kumpels von mir und der hatte mein Quater-Code und wenn, äh, so ein Name beim Turnier gewinnt, gewinnt der, äh, Quater-Code mit daran. Was? Ja, ich bekam dafür 200 Dollar. Ja. Ich hab's gesehen. Ich sag's nicht umsonst, dass er ein Snipergott und Fortnite Gott ist, also, 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 er kann Salva noch so labern, wie er will, tut mir leid. Torben ist, ist um einiges besser. Er wird nervös. 4 HP ist gefährlich. So, dann guck ich jetzt. 5 Spieler. Es fehlt mir tatsächlich ein... Warte, kann ich da jetzt nicht hinbauen? Einbauen? Äh, dann ist die, äh, der Boden da nicht gerade. Wat ein Schmutz. Alter, das Auto mehr, gell? Hm? Was? Er braucht Lou, er braucht... Oh, er hat heal. Oh mein Gott. Tom, 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 Tom. Oh mein Gott. Ich kotze gleich. Doch. Komm, Tom. Auch ne Raber. Oh mein Gott, er ist Elite-Spieler. Der Bu ist Elite-Spieler. Und so, was wir mit mir spielen, Elite-Spieler. So, ich geh jetzt. Ich hab richtig Hunger, ich muss noch was essen, wenn dann geh ich pennen. Und ich glaub' ich geh auch gleich. Okay. Ich glaub' er hört sonst besser auf. Ich glaub' die Telefonieren gerade mit mir. Okay. Okay. Warte, warte kurz, Jana. Ähm. Also, ich geh' dann auch schlafen. Okay. Und dann macht langsam. Und dann hört wir jetzt nachher. Jana, ich zieh' dich kurz mit. Ja, boah. Ähm. Und nicht beim Probieren uns. Gleich zum Samstag oder so. Okay. Kannst du das? Okay. Tschüss. Tschüss. Tschau. Was denn? Tschüss dann. Tschüss. Hm. Warte mal. Du kannst gleich nochmal sagen. Beppo hör mal kurz zu. Dann kannst du das an Kim sonst weiterleiten oder so. Ja, okay. Warte. Er kommt kurz im Call. Er erklärt das ganz kurz. Er ist sein Kumpel gerade. Er hat ihm was erzählt. Mit den... Mit den Bauteilen da. Hallo. Jo. Ähm. Ich bin grad da zum Kollege drüber. Der ist auch schon ein bisschen länger in dem Game jetzt. Ähm. Der hat gesagt, in Kisten kommen die vor. Aber... Du kriegst deutlich, deutlich mehr, wenn du Bosse klatscht. Also auch nicht nur die in Türmen, sondern die auch so rumlaufen. Ah, okay. Das hast du direkt gemacht. Bin auf Chillit losgegangen und hab direkt vier antique Bauteile von dem bekommen. Oh, geil. Okay. Also nicht, dass ihr irgendwie jetzt an den Kisten rumstruggelt, falls ihr die mal braucht. Einfach Bosse klatschen. Das geht deutlich schneller. Toll Stress. Danke. Ja. Viel Spaß. Jo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Au. Oh man, ey. Ja. Sindra hast du. Was? Nein, ich hatte mit meinem Mitbewohner gesprochen. Hm. So? Ich überlege gerade, ob ich jetzt ein bisschen... Wie komme ich in das rote Gebiet hier? Wo? Hier drüber so? Äh, einfach da weiterlaufen, genau. Okay. Geh jetzt ein bisschen das rote Gebiet erkunden. So, wo ist denn mein... mein Hotte-Hü, wollte ich schon sagen. Ey, nicht weglaufen, ich will dich reiten. Komm her jetzt. Mein kleines süßes Lama-Rama. Mein kleines Alpakachen. So, da gucken wir mal. Jetzt kann ich das Ding bauen. Das tut mir leid, aber ich brauche so ein bisschen deine Sachen. Bin ich ehrlich? Das tut mir echt... Oh, das ist echt... Manchmal ist das echt, dass es so schmerzhaft das zu tun. Oh, es töte. Das tut mir leid. Du kleine süßes Ding. Und was willst du jetzt von mir? Die bleiben in den normalen Bällen, glaube ich, nicht drinnen, ne? Schatzi? Wie hast du so einen Wächter gefangen? Was für ein Ball? Bei mir bleibt er nicht drinnen, der hat kaum noch Leben. Das geht schon, aber es ist halt mehr Glückssache. Mehr Glückssache? Ja, endlich. Gefangen! Juhu! So. Gut doch, absteigen! Ja, die sollst du immer befreuen. Okay, in dem Fall war er hier... Was ist ein Ball? Die geben eine noch ein bisschen was zurück. Okay. Ich komme direkt weiter im Moment. Okay. Das ist ein Block. Ich gehe auch schon nach unten. Mmm! Wow. Wir können nicht auch nur die Bitchsache, der da ist z. einfach einject Okay? Das habe ich so gehört. 10 Junge resol Fragen bekommen, So funktioniert das? Geh ich jetzt eigentlich gerade richtig? Ja. 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 Die kann sogar mit dem Pokemon auch töten. Vielen Dank. 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 Ich glaube, ich habe den nächsten Platz für meine Base gefunden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist, Schatz. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings... Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings... Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings... Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier, wo Dings die Base ist. Guck mal, ich bin hier. Guck mal, ich bin hier. Guck mal, ich bin hier, wo Dings... Das war's für heute. Ich will ihn haben. Ich bin aber auch nicht so weit. Oh, das ist ja echt mies. Irgendwo war hier noch Rauch. Sand, Regen. Das muss doch keiner mitkriegen. Ich bin wieder da, kleiner Notfall. Alles gut. Ich komme zurück. Ich habe gerade ein Pokémon gefunden, was ich haben möchte. Aber der ist einfach Level 20. Ah, der wo eben Wasser ist. Nee, nicht der. Ein anderer. Der große meinst du? Oder? Nee, ein anderer. Okay. Kannst du mich jetzt fragen, tatsächlich, welchen ich meine? Ich kann es dir nicht beantworten. Oh. Ähm. Reden wir nicht drüber. Ja. Scheiße, wo war ich jetzt? Da bin ich gestorben. Ich habe auch übrigens, habe ich jetzt schon einen neuen Spot gefunden, wo ich meinen Platz machen möchte, mein neues Lager. Ja. Das ist gut. Ja. Das finde ich tatsächlich auch richtig gut. Da habe ich das schon markiert. Da ist eine Stelle, da will ich hin. Okay. Ich dachte, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Reise. Oh, wie süß seid ihr denn? Oh Gott. Ah, die Zuckerwartenhunde. Oha. Wenn du die tötest, kriegst du Zuckerwatte. Das ist cool. Nee, der große, der war eben hier, den ich haben wollte. Der ist richtig schön. Der ist brutal schön. Den würde ich liebend gern haben, bin ich ehrlich. Aber der war Level 20. Das geht nicht. Also ich sage niemals nie und das würde nicht gehen, aber ich glaube, bin der mich nicht tot. Ja, alles mit der Zeit, also du kriegst die noch. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich versuche mir jetzt den Hund zu schnappen. Schnell alles mitnehmen. Von mir. Schnell alles ausrüsten. Oh Gott, ich bin grad überfordert. Merkt man das? Oh nein. Egal, nimm. Ist, ist. Wo ist er jetzt hin? Da. Warum ist er so schnell? So. Kann er mich schnell töten? Wenn nicht, kannst du auch einen Pol zur Unterstützung nehmen, dass er ihn mit dir schwächt. Und bevor er stirbt, rufst du deinen Pol zurück. Du musst halt nur abwägen, dass du ihn nicht zu viel schwächtst. Ich versuche ihn nebenbei noch zu fangen. Okay. Ich versuche einen Bruch, okay. Oh, der hat... Oh. 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 Okay. Reden wir nicht drüber. Ich laufe nochmal. Hast du keinen Kopfschutz? Weil, wenn du keinen Kopfschutz hast, dann stirbst du schnell. Ich hab leider noch keinen Kopfschutz. Das kann ich doch noch gar nicht machen. Doch, normalerweise kannst du schon die blaue Feder machen. Blaue Feder? Das da? Ja. Federhaarschmuck? Ja. Der schützt dich vor Herzschutz. Das will ich gleich mal im Lager machen. Oh. Jetzt ist genau hier eine Kiste. Wetten, ich brauche einen Schlüssel dafür und ich habe jetzt meine Sachen nicht dabei? Oh, nee. Brauche ich nicht. Das sind die lila Kisten, die du Schlüssel brauchst. Da ist er. Den will ich haben. Ah, der, ja. Oh, der ist doch wunderschön. Den hast du auch als Bus. Oh. So, dann wollen wir mal wieder zu meinen Sachen gehen, ne? Hallo. Ist er schlafen gegangen, schatzi? Ja. Er war schon seit heute morgen. Ähm, Paul-Wilds såggen hat die ganze Bay Storm gebaut und so. Ich hab da auch. Ich hab da auch ein riesen Projekt noch vorher... ich glaube man kann da auch richtig viel machen du kannst wirklich viel bauen also das bauen kennt fast kein limit das glaube ich also ich hätte nicht geglaubt dass die neue spitzfacke die ich jetzt gemacht habe so ein unterschied macht ich habe feuchtes und ich habe ein gefrorenes ich eben gefunden aus den grünen eier kannst du auch diesen polz in der du gesehen hast das sind dann die saftigen grünen ich will jetzt eigentlich die base attackieren nicht so wie eben machen eigentlich was heißt attackieren ich will die nicht attackieren ich bin wieder den pol befreien aber die hat man eben holz die sollen mir hier bei der produktion schnell 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 die sind abgelenkt schnell die sind abgelenkt auch was bist du denn für ein süßes ding und ich befreien wir jetzt aber ganz schnell meins tschüss danke so jetzt kann ich meine waffe noch mal was bauen oder annie das muss ich auf der waffenbank machen das ist wieder so eine 15 schütze von fließband und da kann ich einzelschutzgewehr wenn du diese base base dinger hier siehst also du siehst rauch oben hochquallen dann würde ich ja am besten hingehen an deiner stelle und die befreien dann kriegst du dir auch ich hab jetzt glaube ich zwei drei neue pokémon hast du meine dampfe irgendwo gesehen nee ach doch hier nee ach doch hier so neue rüstung das ist gut ich reparier mal meine alte ich bin ehrlich scherz ne am liebsten würde ich jetzt schon zu dir gehen und sauber machen dann glaub ich gerade bockst dann können wir eh nicht machen deine mama ist dann schlafen koch drauf ach ich brauch wieder hochfertiges aber die kann ich schlafen ach scheiße ich muss mein schild aufbessern koch drauf müde ja ok dann hab ich alles jetzt kann ich mir die pokémons ja auch angucken ne hier guck mal schatz oh tschüss guck mal die haben mich geholt und den ist das ein shiny das ist ein shiny oder wenn er so drei äh sterne hat bei seinem namen äh dann ist es ein shiny dann ist also wenn es da unten äh unten sterne sind ne ja dann ist es ein shiny wenn es da sterne hat dann ist es ein shiny drei stück ne das sah aber grad so aus ich dachte das wäre der gewesen ich hab nicht ein shiny das ist nicht schlimm aber das hörst du wenn du rumläufst und du hörst so ein äh sehr seltsames geräusch dann weißt du dass es anscheinend der gegend ist ok ich brauch noch palladium aber geil der ist level 19 oh ja ich muss das hier auch bauen aber es gibt genug zu bauen sieht es hier aus bauen wir noch mal ein Einzelschussgewehr fertig wo bekomm ich Weizensaat her weißt du das äh das kriegst du von einem grünen Paul Moment ich kann dir auch zeigen welches äh das ist äh das ist woher okay ist äh das ist hier äh das ist Streaman ja ich sehe keinen streamen bei dir ne er ist live äh Bebo du müsstest äh achso du kannst glaube ich nicht nebenbei streamen machen oder Bebo Ähm, wenn es jetzt... Mal, was müsste es gehen? Ich guck mal. So, abgeschafft. Das findest du... Ein Moment. Oh, scheiße. Was hab ich getan? Ähm, das findest du hier in der Region. In welcher? Die gelbe. Das ist im hinteren roten Bereich. Ah, ja. Okay, da war ich noch nicht. Aber jetzt hab ich einen Grund, da mal hinzugehen. Wir müssen da hin. Das sprung ich gleich aus. Da hochgehen. Alright. Ah, das ist jetzt eigentlich die hier. Aber hab ich dann Kugeln für dieses Teil? Natürlich hab ich dann keine Kugel davon. Was kostet denn mich die Kugeln? Könnt ich 19. Ah, kostet mich aber auch sehr viel Hochwürdiges. Oh Gott, wie krieg ich denn... Muss ich Leder herstellen? Ähm, Leder kannst du von verschiedenen Pols erhalten oder du... Äh, ne, herstellen kannst du es nicht. Ich weiß, ich kann meine Restung nicht mal reparieren. Aber mein Hauptschlug muss ich doch hier irgendwo machen können, oder? Hier. Eine bitte fragt mich denn nicht. Okay. Das heißt, das nächste, was ich mache, ist... Das hast du die Federhaarschmuck schon gemacht? So kannst... also das ist... äh, für dein Köpfchen. Das ist kein Kugeln. Das machst du, äh, halt... als... Was war das jetzt, Beppo? Dann kriegst du weniger... äh... Du kriegst weniger Schaden, wenn die Pols oder die Gegner dich am Kopf treffen. Hm... Dafür ist das gut. Garte tippen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, das nächste ist dann... Die Schrotflinte, die ich herstelle. Wobei, Stufe 40 könnte ich... Die nächste Rüstung... Und wieso steht da halt ab und zu bei den Technologien ein unbekannter Gegenstand? Wie kann ich das... dafür sorgen, dass das nicht mehr ein unbekannter Gegenstand ist? Äh, das sind meistens Pols. Äh, Pols, die du noch nicht gefangen hast. Ah... Okay. Da hab ich auch noch jede Menge, wo ich noch nichts habe. Wobei, ich könnte auch den Kühlschrank herstellen. Wir hatten gar kein Energy gekauft, ne, Schatz? Nee, aber ich hab ja noch Red Bull, wenn du willst. Deine. Hm? Danke. Mhm. Üh, überfressen, erschöpft, depressiv, was ist los bei euch? Wer überfrisst dich hier schon wieder? Oh, Häschenmensch. Du machst mich fertig. Du musst mich dann überfressen. Jetzt werf ich dich erstmal da hin und dann müssen wir jetzt mal ein bisschen kuscheln hier. Noch ein bisschen kuscheln? Ey, nicht weglaufen. Hallo? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Füttern. Hier kriegst du noch ein Brötchen. So ein bisschen streicheln. Und warum ist der erschöpft? Dann müssen wir den mal ein bisschen aus dem Gefecht ziehen. Kann ich dir nicht auch sagen, dass wir irgendwie eine Pause machen sollen oder so? Hm, das geht leider nicht. Wollt genug Box. Das kann ich mir ja nicht mit angucken. Nee, warte mal, du bleibst, du bleibst da. Du sollst nicht mit rein. Dann gehen wir wieder Eisen sammeln. Ja. Jetzt geh ich mal meine zweite Basis besuchen. Oh je, hier ist ja richtig der Hölle los. Pack mich dich mal mit rein. Ihr habt genug Essen? Wo kommt ihr an die Zuckerwatte her? Ah, von ihm da. Aber die sind alle depressiv. Was läuft mir durch? Ich hab doch alle kuschelige Betten. So. Dich behalte ich mal. Da kannst du froh sein. Dich behalte ich auch mal. Dich behalte ich. Du wirst auch geschlachtet. Gott, wie sich das anhört, ey. Du wirst auch geschlachtet. Du wirst geschlachtet. Du wirst geschlachtet. Du wirst geschlachtet. Du wirst nicht. Ich glaub, dich behandelt ich noch. Bleib mal da. ich brauche mir tolle bochern für das ich muss mich hier mal ein bisschen aussortieren das ist ein bisschen ich weiß was das problem hier ist die brauchen entspannung ich muss hier unbedingt ein teil bauen für entspannung wenn man mehrere lager hat ist es ja anstrengend du musst dich wirklich um alle lagern kümmern das glaube ich dass das anstrengend ist für die nächste stufe brusch noch zwölf von denen hier könnt ihr noch eisen herstellen so wenn ich jetzt in meinem team habe ja wie kann ich die jetzt schlachten dann drückst du vier nimmst das erst mal nimmst du das messer das schlachtbeil in die hand dann drückst du vier und da gehst du oben auf schlammbeil schlachten das geräusch dazu das hat irgendwie gerade weh in der segel schon ein bisschen brutal ne so ist das leben das ist da schon das ist schon ein bisschen doll im grunde genommen fängst du die oder okay du könntest sie auch so töten aber ich ansafte sie lieber ja aber ich habe noch keinen safter auch guck ihn dir an wenn er mich so anguckt schlacht so dann gehen wir wieder eisen holen was brauchen wir für zement naja pass auf brauchen wir auch wieder stimmt ich habe ja die neue rüstung das ist eine 150er rüstung ui die sieht geil aus muss ich auch viel mehr leben so jetzt habe ich nur noch zwei zum schlag so jetzt was stimmt oh gottchen der wollte gerade was wegtragen das tat mir jetzt ein bisschen weh aber konnte man das beim normalen pokemon auch die schlachten das wäre nicht kinderfreundlich gewesen das ist auch nicht kinder gemäß also kein stück ist das kinder gemäß so wer greift mich jetzt hier an zum teufel oh nein ich brauche meine bälle jetzt ich habe mir die frage gestellt wer wo ist diese musik äh mein mitbewohner schaut gerade wie das da auch sind in der stube leute ihr dürft sie nicht töten hallo lasst mich hier raus nein na toll das habt ihr super gemacht toll dankeschön den wollte ich fangen ja den findest du oft in der nacht aber wo an mehreren stellen das sind so hübsch naja wenn du die beschreibung liest findest du die nicht mehr so hübsch wieso ich sag nichts du liest danach die beschreibung pokedex hm aber wo ist denn der abgebildet welche nummer musst du suchen aber weil du ihn nicht gefangen hast kann es sein dass du noch keine beschreibung hast aber ich hab ja auch die die ich schon mal gesehen habe werden mir auch angezeigt so wie der hier da ist er doch aber ich hab wirklich keine beschreibung ich kannte es hier gerne voll welche nummer war das ach so warte er war nummer ja ich hab's gefunden 69 ständig auf der suche nach dem nächsten one night stand zeigt früher nur interesse an andere pols macht sich in letzter zeit aber auch immer öfters an menschen ran ernsthaft jetzt ja alter das ist eine prostituierte pol ach er ist trotzdem süß oder sie ach geiles lied wenn es bleibt er ernsthaft ich kriege ein schild da draus wow danke für nichts spiel Naja, ist doch gut. Du kriegst Erfahrungspunkte. Ja, das stimmt. Bei den Chilet hast du noch nicht zehnmal gefangen. So, dann kann ich das Chilet auch hier reinholen. Wenn das Chilet hier ein bisschen was machen, dann wird das gelevelt. Und macht dir einen Gefallen, such dir deine Kiste. Such dir was? Äh, also deine Waren, die du einlagerst, äh, sortier sie, dass du sie einfacher findest. Ja, das hab ich schon gemacht. Ich hab schon ganz viel sortiert. Aber die bringen die Sortierung ja auch immer, wie du hier siehst, wieder durcheinander. Die können die auch töten dafür. Ja gut, du musst denen eine separate Box geben, damit sie nicht deine Hauptbox durcheinander machen. Ja, aber die packen mittlerweile überall hin, wie du hier siehst. Da haben sie jetzt auch hier wieder was reingepackt. Ich verstehe das immer nicht. Dafür sollst du Räume machen, wo abgesperrt sind. Da kommen sie nicht dran. Smart! Daran hab ich nie gedacht. Schatz, hast du das gerade gehört? Was denn? Damit die Pols deine Boxen nicht auseinander bringen, weißt du, was du machen kannst? Hm? Du machst einen Raum, wo du es absperrst. Dann kommen sie da nicht rein. Hm? Daran hab ich nie gedacht. Ist das egal, sollen sie durcheinander bringen? Ich kann ja eh auf alles zugreifen. Deswegen stört mich das nicht. Aber wenn du sortierst, ist es halt schon echt ätzend. Also ich hasse es, in die Kisten rein zu sehen und ich sehe nur Chaos. Deswegen guck ich da gar nicht jetzt rein. Ich hab eine Kiste. Wollen die hier durch, die Pols? Weiß ich nicht. Ja, verschiedene schon. Es ist einfach heftig, wie schnell ich jetzt Erdsaft bauere. Das wäre halt echt kacke, wenn wir hier durchkommen. Ich hoffe, die Haltbarkeit von dieser Spitzhacke bleibt. Ich hab nämlich keinen Bock, jetzt alles wieder umzuswitchen und danach da hinten zu packen. Möchte ich ja jetzt immer wieder umräumen, umbauen. Rüstung beschädigt, okay. Aber ich will den da hinten jetzt haben. Hey, ich hab euch ein... Wollt ihr... Die wollen mich doch nicht. Nicht aufregen. Ich freu mich aber schon auf den ersten großen Update von Poloet. Es wird bestimmt einiges geben. Man merkt aber auch, dass sie sich wirklich um das Spiel kümmern und so. Also, es wurde schon angekündigt, was im neuen Update reinkommt. Also, eine neue Gegend. Und Mewtwo. Und zwei neue Pols. Einer davon hat Mewtwo. Das, was wie Mewtwo aussieht, kannst du schon machen. Weil das ist eine Kreuzung mit verschiedenen anderen Pols. Das finde ich auch so geil. Du kannst die Pols kreuzen, nämlich. Da gibt es auch im Internet schon eine ganze Liste, was mit wem du kreuzen kannst und für was für einen Pol. Zum Beispiel, ich habe Anubis, habe ich so erhalten, weil Anubis ist ein Level 45er Pol, der in der freien Welt rumläuft. Und das Ding ist einfach unmöglich zu killen. Und du kannst es aber ganz einfach erschaffen mit zwei Level 20er Pols. Entschleuten, ihr solltet aber etwas den Hofer präumen. Also, es geht nicht, dass hier alles rumliegt. So, da werde ich böse. Überliegt scheiß Holz und Steine. Also, Leute. Also, du hast ja gesagt, wenn ich da alles absperre, wenn die Türen zu sind, kommen sie auch nicht rein, richtig? Die kommen dann auch nicht rein. Muss aber daran denken, jedes Mal, wenn du rausläufst oder die Station verlässt, dass die Tür auch abgeschlossen sind. Und stelle sie nicht an eine Wand, wo sie von hinten rankommen, weil sie können durch die Wand Sachen auch in die Kiste setzen. Wieso können die durch eine Wand... Ja, stell dir keine Frage. Weil ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ich manchmal Sachen drin habe? Die Tür ist abgesprüht. Und da ist mir aufgefallen, dass verschiedene wirklich durch die Wand Sachen in die Kiste machen können. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen cringe. Von den Pols. Aber sie würden es nicht hinkriegen, wenn ich jetzt hier oben dicht mache und hier oben das erweitere, ne? Genau, wenn du es zumachst, dass sie nicht unten entlang, weil sie können genauso unten an deine Kiste rankommen. Und ich würde die Kisten in der Mitte im Raum aufstellen, wo sie wirklich von keiner Wand irgendwie an deine Kiste rankommen. Wenn ich hier oben bin und ich habe hier unten sowieso alles dicht gemacht, dann werden sie es hier unten ja nicht schaffen können, ne? Nein, die Wand dann nur von den Seiten. Aber nicht, wenn sie nicht hier hochkommen. Sie können doch nicht von hier unten nach da oben packen, oder? Verschiedene Pols sind groß. Also ich würde meine Wand sowieso immer mindestens zwei übereinander setzen, weil verschiedene können über die Wand springen. So viel ist, was man beachten muss. Ja, mit der Zeit lernt man, wie man die Teile bändigt. Weil zum Beispiel das Ding hier ist sogar fast so groß wie die zwei Wände. Also verschiedene Pols sind richtig groß. Komm, Vögelchen, mach du mal Feuer, weil der andere hat keinen Bock. So, was haben wir noch zu bauen? Das ist alles gemacht. Ach ja, richtig. Ich wollte den hier noch bauen und den hier noch bauen. Also wenn sie mir angezeigt werden, dann können sie da das Bauen hier helfen, oder? Weil sie werden mir gerade angezeigt, dass sie helfen wollen beim Bauen. Ja, da wollen sie dir helfen, aber wenn sie nicht dran kommen, dann können sie dir nicht helfen. Also warte ich jetzt kurz, um zu schauen, ob sie rankommen, ja? Wenn sie klug sind, gehen sie von unten rein. Außer du hast alles zugemacht. Ne, ich habe alles zugemacht. Dann werden sie es nicht schaffen. Genau, ihr kleinen Hühnerköpfe, das ist meine Base, meine Kisten. Ich entscheide, was hier reinkommt. Und hier wird Holz und so reinkommen. So, genug Eisen aufstauen. Und Pols haben halt das Problem Treppen hoch zu gehen, ne? Also verschiedene können keine Treppen hochgehen. Okay, ein paar können auf jeden Fall die Treppen hochgehen, wie ich gerade gesehen habe. Ich muss hier, glaube ich, mal dicht machen. So, wie sieht es mit meiner Eierproduktion aus? 19 Eier und hier keine Eier. Wie sieht es hier in der Kiste aus? Gibt es hier Eier? Hier gibt es keine Eier. Da habe ich jetzt eigentlich wieder Leder, nachdem hier so ein paar Tiere gestorben sind, oder? Ja, Tatsache. So. Wichtig ist jetzt, dass ich den Bodenfleisch noch fertig mache. Es nervt mich, dass mein Hirsch die ganze Zeit überfressen ist. Ich kann auch nichts dagegen tun, ehrlich. Eigentlich schon. Du müsst ihn ersetzen durch einer, der die Fähigkeit hat. Äh, wie heißt das jetzt nochmal? Ich habe verschiedene, die diese Fähigkeit haben. Obwohl es sehr praktisch ist. Fasten-Profi. Fasten-Profi? Ja, das sind Pols, die sehr wenig essen. Also, die brauchen nicht viel zu essen. Okay. Wie ist die Bodenplatte? Ich bin zu dumm. Ehh. Das ist ja. Das geht nicht. Ah, Mist. Falsch gebaut. Was ist das jetzt? Ja. Das geht nicht. Ehh. Das geht nicht. So. Wieso stoppt da meine Musik die ganze Zeit? Was brauche ich um die zu bauen? 25, ja das geht Fischer bei Eis sind auch voll Was? Ziga! Gleich werde ich hier zum Tier Warum stoppt meine Musik automatisch, Schatz? Weiß ich nicht Nervt mich gerade Gibt es bestimmte Abstände wie oft man geradiert wird in der Nacht? Sehr schwierig Das ist Zufallsprinzip Okay Ah, scheiße Ja okay, gut Muss ich Muss ich ein paar Pols entsaften Was ist denn? Ja 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 Guck mal Schatz, ich öffne wieder ein Ei Ja Freut das Ei Ja Mh Da schein ich mich mal weg Und ich mir weiden Guck mal Irgendwann Ein bisschen hab ich da jetzt reingesammelt und das reicht mir erstmal. Okay, meine Kühlbox jetzt eigentlich schon verzieren, oder? Ja. Was kann die Kühlbox denn eigentlich? Dein Fleisch frisch erhalten. Mein Fleisch frisch erhalten? Jep. Puh, wo pack ich das dann hin? Scheiße. Er ist noch hier mit reinpacken. Oh Mann, sieht ja gar nichts. So, ein bisschen drehen. Was ist für ein bisschen zu tun, oder? Was war das vorhin, als du mit Steven gespielt hast? Halb zwei. Halb drei. Okay, ich muss zwar auch gleich schlafen gehen, weil ich hab morgen Termins bei Physiotherapeut. Hab ja morgen eigentlich auch noch ein bisschen was vor, mein Schatz, ne? Hm. So, die steht jetzt schon mal. Muss ich nur kurz bei den Technologien gucken? Das ist jetzt, ne, ist immer noch nicht freigeschaltet. Muss Level 14 sein. Wie weit bin ich denn von Level 14 entfernt? Nicht mehr viel. Guck mal, Schatz, ich hab ein bisschen schon was von der Karte weiter freigeschaltet. Ist das nicht gut? Und hier packe ich meine nächste Base hin. Ich hab schon markiert. Was ist das Medizin hier? Was ist das mit dem Teufel? Ja, da sind wir wieder sehen. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das war ein Dach. Oh, mein Schatz, die Maus, alle. Oh, warum backst du denn da jetzt fest? Da ist doch extra eine Mauer. Ja, geh weg. Jetzt hör auf daran zu backen hier, ey. Oh Gott, die wollte ich da gar nicht hinbauen. Also gleichwertig sauer hier mit dir Spotify, Alter. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Geil, Alter. Auf dem kannst du auch reiten, glaube ich. So, jetzt haben meine Pauls ihren eigenen Schlafraum. Das ist doch cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Diese zehn Betten. Neun Pauls. Passt doch. Apropos, ich muss doch noch ein bisschen mehr spawnen. Oh, ne. Ne, du ja. Meine Musik ist schon wieder ausgegangen. So, rein. Hier noch so ein paar. Hier schon mal eine Kiste hin. Die können da nicht rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Alter, meine Fresse. Entschuldigung, ich muss mich hier mal ein bisschen aufreden. Stopp da rein. Das ist ein Problem. Die sind die Kiste von der Kiste. Was ist das? Wait a minute, hat sich da gerade jemand reingepackt? Wie zum Teufel? Brody, das ist doch alles abgedacht gewesen, oder nicht? Ne, anscheinend nicht. Das ist also zu groß, mein Freund. Was? Ach, der hat sich hier, da war, der eine war hier drinnen. Also muss ich hier mal ein Dach reinzimmern, damit er hier nicht mehr reinlaufen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So kann er nichts mehr anrichten. Was macht ihr hier? Ähm, come on. Warte, wo bringt ihr jetzt das Holz hin? Hallo! Ihr Spastis! Ja, wer hat euch ins Gehirn geschissen? Oh mein Gott. Du bist behindert, das Pinguin. Oh, meine Frise, ey. Den muss man echt noch was beibringen. Kleine Idioten. Die geben sich Mühe. Ja, aber das ist ein bisschen zu viel des Guten. So, mal gucken, was das alles da hier macht, wenn ich das hier reinhaule. Und... Die gibt es hier. Die... Wie geht es hier? Wie... ... Lass die Scheiße Steine liegen. 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 Ich bin schon wieder hungrig. Das ist auch was, was mich nervt, ständig dieses hungrig sein. Hallo, mein kleines überfressenes Etwas. Soll ich mal eine Pause machen oder so? Du solltest ja gleich wieder essen gehen und weil ich dich streiche, Junge. Ich glaube, ich tausche den Hirsch jetzt kurz aus. Vielleicht bringt das ja was. Ich werde mal eine Pause machen. Ich werde mal eine Pause machen. Genau, so ist es richtig. Ja, so ist es richtig. Ja, so ist es richtig. Was machst du da, Schatzi? Ich habe entsaftet. Das war auch schon entsaftet. Warum sammelst du von jedem 10 Stück jetzt immer oder? Wenn du levelst übertrieben schnell, du bist schon Level 18 oder so jetzt, ne? Ich bin Level 13, ich level todeslangsam. Das passiert aber automatisch. Ich weiß ja nicht, wie du vorangehst. Ich sammle nicht alle Pokémon, aber wenn ich weiß, zum Beispiel wie von dem Hirsch jetzt. Ähm, ich habe ein Pokémon, was ich jetzt unbedingt entsaften will, also den Hirsch, also den will ich nicht entsaften, sondern den will ich ein bisschen stärker machen, weil der ein bisschen nachhängt. Ähm, und ich weiß, mir fehlen auch noch welche von dem. Jetzt fehlt mir noch einer, dann habe ich 10 voll. Bei dem. Ja, aber es geht jetzt ums Allgemeine, du bist so schnell, ich bin Level 14, ich habe das Spiel länger als du. Guck mal, was. Es geht darum, wie schnell du levelst, wie du das machst. Und das, er macht eigentlich das, was ich dir gesagt habe. Er fängt sich die Pokémon, äh, die Pols, die er noch im Fangbonus hat. Und du kannst halt von jedem Pol 10 mal Fangbonus bekommen. Was Witziges, er guckt ja nicht mal danach, deswegen, deswegen sage ich das ja gerade, weil ich... Ich brauche doch nicht danach gucken, wenn ich es weiß. Stört mich. Ja, aber... Das ist halt... Hab ich jetzt meine... Ich mache nicht nur das, ich mache alles Mögliche. Ich bau viel ab, ich geh viel Eisen fahren, ich suche Eier, brüte die durchgehend. Also ich habe durchgehend Eier, jetzt, seitdem ich die Brutmaschine habe, da drinnen, die ausbrüten. Äh, ich erkunde, ich fighte, guck mal, ich habe einfach mal kurz, weil ich Bock drauf hatte, hier diesen 23er Kingpacker. Packer, Packer, da geklatscht. Obwohl ich dachte, den schaffe ich gar nicht, aber... Irgendwann auch mal nachgegeben. Was mich aber jetzt gerade gerne interessiert, das frage ich dich jetzt bei Brow, weil Kim meinte doch vorhin, die Eier, die du dir eingesammelt hast, die spawnen da immer und immer wieder. Ja. Also die Spawnstelle bleibt gleich, die Eier verändern sich. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich überall Eier gefunden habe. Du kannst dir das doch markieren, bestimmt, auf der Karte, oder nicht? Ja, dafür muss ich... Ja, doch, du kannst du markieren, aber jetzt muss ich dafür dann... ...wieder anfangen, neu zu suchen, wo ich welche gefunden habe. Wo ich weiß, aus dem Kopf, da spawnt immer eins. Auch direkt vor unserer Baseboard immer eins. Ja, das markiere ich mir gerade. Ja, das habe ich mir auch gerade markiert. So. Ich weiß zwar nicht, was ein Symbol das ist, aber ich nutze es jetzt für Ei. So, dann weiß ich... So, dann weiß ich... Den Stern habe ich genommen. Dann weiß ich... Da, da, da... Hier... Und auch immer eins. Ich habe mir gerade eine riesen Baustelle gemacht, aber gut. Ich ziehe durch. Du hast eine riesen Baustelle gemacht? Ja. Wieso das denn? Wie du siehst, habe ich jetzt all meine Stationen abgebaut. Jetzt habe ich eine riesengroße Fläche hier. Ich bin jetzt am... Den Boden zu begradigen, dass ich eine eine große flache Ebene habe. Und dann werden hier drei Wände hochgebaut, weil hier wird der unteren Bereich, wo nur die Produktion stattfindet, dann kommt ein zweiter Stock drauf, da ist rein für die, ähm, ähm, äh, für die Brütung, also, äh, das Weiterbilden von Pauls. Und dann kommt noch ein dritter Stock drauf. So habe ich definitiv dann keinen Platzmangel. Immer dieses Musik anhalten, wirklich, das ist gerade richtig abfuckt, Mann. Ja, Mann, ich bin so dumm eigentlich, ja, echt. Du bist gar nicht am Schlafen, Buri. Der braucht mal ein bisschen Hilfe hier nachts. Und dann kommt noch ein dritter Stock drauf. So, das mit der ebenen Fläche hat gut funktioniert. Um jetzt Material zu sparen, müsste ich... ...dies aus Stein bauen. Ist am Schlafen, ist am Schlafen, alle sind hier am Schlafen. Oh, voll süß hier, meine kleine Paul-Station. Hm. Da freue ich mich gerade voll darüber, das macht mich richtig glücklich. Ja, meine Pauls, ein Zuhause. Zack. Ich fühle mich wirklich kurz löschen. Ups. So, dann brauche ich einmal... ...ehh. Hey, warum greifst du ihn jetzt an, Mann? Du sollst ihn schlafen lassen. Lass uns den armen Elefanten in Ruhe, sag mal. Ich tumte nicht mit dir. Ich tue sie ein Schlafen. Dann böse ich noch. Sieojier judge. Puh. Okay. Und den habe ich jetzt schon drei gefangen. Jetzt gib mir den Tombat. Ich will jetzt endlich mal einen Tombat haben. Okay, der macht nichts, um ihn zu wissen. Juhu, ich habe jetzt mein Tombat. Neiße, Scheiße. So, steigen wir mal ganz kurz ab, packen wir dich wieder ein und dich raus, schmeißen dich raus. Jederzeit immer wieder Versuchung. Wie keine Paul-Bälle mehr. Hier, nimm mal. Nice, jetzt habe ich auch schon drei von denen. Irgendwo war doch hier die Hängebrücke und da war doch irgendwo auch ein Ei. Oder nicht? Ich glaube, ich liege doch falsch. Nein, ich war nicht falsch liegen, hier war doch auch ein Ei. Ha! Den Platz habe ich mir auch gemerkt. Na, Schatz, war das gerade anstrengend, ja? Mhm. Übelst konzentriert hier. Wo sind wir hier? Noch ein paar Eier. Ich brauche mehr Eier. Wo wusstest du aus dem Kopf noch wo noch ein Ei war, Schatz? Hm? Wo wusstest du aus dem Kopf noch wo noch ein Ei war? Bei uns an der Base sind zwei Stück. Ja, bei der Hängebrücke hier, ne? Hm. Ich glaube, von Hängebrücke weiß ich nichts. Da, wo wir auch den getötet haben, hier, also den Chillit, wo wir den auch her haben, hier, weißt du, da, diese Hängebrücke hier. Hm, nee, ja, doch, da ist auf jeden Fall auch eins, aber das habe ich mir jetzt nicht markiert. Hier ist auch noch eins. Die Stelle markiere ich mir auch. Guck mal. Aber du kannst nicht so, doch, du kannst 99, ich mag das jetzt nicht, ja, bitte. Hier, hier ist eins. Ähm. Ein, so. Warte. Wo war das genau? Hier daneben? Direkt unter dem Viecher. Gesundheit, ja. Dankeschön. Gesundheit, Entschuldigung, Fahrrad, voll konzentriert. Ja, ganz gut. Weil ich hier gerade noch Eier zuhau. Weil ich mir denke, das muss doch nicht so schwer sein, dass hier noch mehr Eier rumliegen. Wäre schön, wenn es einfacher ist, die zu finden, weißt du, sitzt man so. Boom, ich sehe es direkt von weitem, so, weißt du? Leicht, aber er ist ja langweilig. Was ist das? Achso. Okay, erst mal. So, die Cam wird sagen, ich bin einfach nur krank im Spiel, was ich baue. Ich bin einfach nur krank im Spiel, was ich baue. Drei. Und vier. Jetzt habe ich auch schon vier von denen. Wo hast du denn überall bei uns in der Base, da in der Nähe, Eier gefunden? Elphidran ist Level 30. Das wird schwierig. So, die erste Decke ist montiert. Jetzt riechst du mich gerade, mein Hase. Nein. Öffnen wir mal die Karte. Zoom mal auch beim Lager rein. Ich kann nicht weiter reinzoomen. Okay. So, das eine hast du dir schon mit dem Stern markiert, ne? Ja, ja. So, und jetzt unten, siehst du, doch an der Ecke, warte. Oh, du siehst interessant aus. Wo schaffe ich den? An der Kante von dem Berg? Oh, die ist ganz schön verfressen, die Frau hier. Mein Charakter. Immer nur am Fressen, ey. Was sollst du es mit uns machen, den ganzen Tag da auf der Insel? An der Kante von dem Berg. Schatz, welche Kante? Ich bin jetzt da in der Nähe. Achso, ich bin da noch nicht in der Nähe. Alles klar. Hast du? Nee. Also, hier siehst du jetzt mein Lager. Das erste, die erste Etage. Warte, warte. Oh, Tisch. Voll riesig. Hier unten wird nur Produktion betrieben. Danke. Da kommen nach oben noch richtig Industrielampen hin, dass die Pols wirklich sich hier wie in einer Fabrik fühlen. Das ist wirklich krank, Bebo. Schöner, kalter Stahl. So, ich muss nur noch gucken, wie ich hier noch mit der... Ich glaube, ich lasse das so tief. Das sieht richtig nice aus. Das ist wirklich so von hier aus so... Ja, Leute, arbeitet, arbeitet. Ich kontrolliere von euch. Schatz, wie meinst du die Kante hier? Weil hier war eben ein Ei. Hier war eben ein Ei. Nee, die ist oben. Ganz oben drauf war's. Also, hier oben ist nix. Zeig dir das gleich. Ich muss gucken. Ich muss einmal raus. Also, wenn du meinst, würde das Ei da hinten. Nein. Ja, kommt sowieso hin. Ich glaube, ich bin da hinten dran. Ich lasse doch die Musik an, Junge. Meine Fresse, Eng. Wenn ich drei auf drei Platten mache, dann müsste ich quasi hier öffnen. Und hier die Treppe beginnen. Alter Mädel, geh doch die Kacke hier hoch. Bist du behindert, oder? Entschuldigung. Ich muss mich ein bisschen aufregen, ja. Ich finde das schade, dass du nicht zu 100% markieren kannst. Geh doch da hoch, Mädel. Oh, sag mal. Da oben war ich eben. Da. Und da war nix. Okay. Aber du hast gesagt, da wär was, richtig? Du hast das doch markiert, oder nicht? Ja, direkt da bei uns an der Kante irgendwo. Ich hab das selber wahrscheinlich gar nicht mal richtig markiert. Ich lösche den mal kurz. Warum löscht er den nicht? Ich muss auf E und dann, also auf den Marker selbst und dann auf löschen. Erstmal muss ich kurz wieder. Ja, das geht. Ist das ja bescheuert, oder was? Niemals. Bis dahin. So. Dann machen wir hier mal ne Treppe. Wo ist die Treppe? So. So. Hier. Und dann. Hier. Genau. Ich glaube, es war ein Treppen genügend. Ich trete jetzt ja ein bisschen Overkill. Da kann ich eigentlich die anders montieren. Da brauche ich nicht. Da kann ich die Treppe auch hier montieren. So. Mach ich hier auf. Ich hoffe, das fixen die auch noch. Dass du genauer markieren kannst. Dieses Ungenaue ist ja todesnervig. Ich war hier gerade ein Ei einsammeln. Da war das drüben. Weil da ist ja auch gleich die Base. Nur zur Base gehen. Und dann? Wobei, das sieht richtig scheiße aus. Ich mach das mit Platte. Ja, klar. Da ist das Ei. Ah, oh mein Gott. Aber da, wo ich eben auch nochmal markiert hab, Schatz, ne? Ich bleib jetzt hier stehen. Da ist noch ein Ei. Da ist noch ein Ei. Und da ist noch ein Ei. Das ist voll. Das ist voll heftig. Wie ist der, da musst du noch ein kleines bisschen hochklettern. Da musst du nur die zwei Kanten hochgehen und da musst du unter dem Speeg hochgehen. Von einfach. Guck mal, wie viele Eier ich jetzt habe. Warte, da. Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Achso, dass du auch erstes Glück in eine Ei hab. Sechs. Sechs Eier. Sehr gut. Ich bin eben gestorben. Warum? Level 24. Der war ein bisschen zu stark. Kann mal passieren, dass man sich überschätzt. Also was heißt, nicht in dem Sinne, er war zu stark, aber er wollte einfach nicht im Ball bleiben und ich wollte ihn nicht töten. Und dann hat er mich letztendlich getötet. Ich hab irgendwie trotzdem nur 4% Chance drauf gehabt, dass er drin bleibt. Ja, du hast ja auch später, ähm, ähm, nicht direkt jetzt, äh, andere Bälle. Ja, ich hab schon ein paar andere Bälle, aber ich wollte die nicht wasten. Ich hatte 150 von den normalen dabei, ich dachte, irgendeiner wird schon passen. Wie bei Pokémon selber früher, da hat man auch lieber erstmal die ganzen schlechten Bälle gewasstet, bevor man seine guten, schwer zugänglichen Bälle beopfert hat dafür. Ich bin ein sehr penibler Mensch bei Pokémon. Ich hab, äh, ein Monk in mir, der sagt, ich muss jedes Pokémon mit einem normalen Pokéball fangen, auch die legendären. Ja, ehrlich. Und das hat sich in den Jahren nicht geändert. Ich muss noch heute die neuen Pokémon immer alles mit dem normalen Pokéball. Und es hat sich verstärkt, als man ja jetzt, wenn man zum Pokémon Center geht, sieht man mit welchen Pokéballen man die Pokémon gefangen hat. Ja. Da, äh, umso schlimmer wurde es dann. Kann man die Kampf- und Kampf- und Fähigkeit der Pelz irgendwie beschleunigen, dass sie schneller wiederbelebt werden? Ähm, wenn du stirbst und es ist Nacht, dann geh einfach schlafen, da sind deine Puls miterholt. Ah. Ich glaube, es ist eine gute Zeit zum Schlafen gehen. Natürlich, ähm, du skippst die Nacht nur, äh, also du skippst nur die Zeit, wenn es Nacht ist. Am Tag schlafen zu gehen bringt nicht, dann, dann muss die Leute die lange Prozedur machen. Nee, bei mir aber war gerade genau in dem Moment, ist dunkel geworden, als du es gesagt hast. Und jetzt wieder hell. Dann ist das ideal. Klar, geht nicht, immer noch 5 Minuten. Hast du sie in die Box gemacht, oder in deinem Team? In die Box. Ah, das ist schlecht, du musst sie im Team behalten, äh, nur dann funktioniert das. Ah, okay. Aber wenn das Pokémon tot ist, ist das gleiche. Dann musst du es. Okay. Bist du nicht in die Box? Dann? Nee, wenn du es im Team hast und du geschlafen, dann, äh, bleibt, äh, dann genießt es sich direkt. Gut zu wissen. Was ist das? Das war die Team. Das muss sein, ja. Ich glaube, die, die ich behalten will, packe ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter hoch. Die, die wegkommt, packe ich jetzt da wieder hin. Also beim Bauen ist es manchmal sehr tricky, weil es manche Konstruktionen, die man haben möchte, funktionieren, aber nur in einer bestimmten Kombination. Okay, inwiefern? Zum Beispiel jetzt hier, was ich jetzt baue. Ich möchte gerne, ähm, hier eine Verkleidung habe, dass man hier nicht den Hohlraum sieht. Mhm. Damit ich aber, ähm, hier den oberen Bereich, das bedeutet, diese Platte hier, setzen kann, muss ich zuerst, hier die Treppe wieder hoch, muss ich zuerst die Treppe wegnehmen, dass keine Treppe da ist. Dann kann ich erst hier eine Wand draufziehen und dann funktioniert es auch, dann eine Treppe dahin zu setzen und habe meine Verkleidung hinten. Hm. Andersrum wird er jetzt nicht funktionieren. Okay. Praktisch nur ein zweiter Monitor, oder? Was ist das, wenn wir mal für dich bei Ebay gucken, mein Hase? Monitor? Ja, so dringend ist das ja nicht. Aber auch den, den gleichen wie ich zum Beispiel. Muss ja keine gute Qualität sein, so technisch, weißt du? Also, gute Qualität, meine ich, mit Herz, technisch, aus der Peine. Nee, der muss nicht Performance haben, der muss nur Bild übertragen können. Und was für ein Budget suchst du da an einem Bildschirm? Eigentlich suche ich gar nicht. Aber... Ich habe nur mal gesagt, ich werde auch irgendwann mal gucken, dass ich mir einen zweiten Bildschirm hole. Aber... Das ist jetzt nicht so... So unbedingt dringend. Ich würde ihn halt auch nur für Discord haben, dass ich nebenbei Discord gucken kann, so. Und nicht jedes Mal aus dem Game raus tappen muss. Ja gut, ich betreibe halt Multistream, dafür habe ich auch mehrere Bildschirme. Du hast mehrere? Ja, ich habe sechs. Ja, ich wollte es von dir das zeigen. Achso, nee, du hast es noch nicht wieder neu reingepackt, ne? Du kannst es aber noch mal gucken. Es bleibt drin. Hä, nee, ich habe das da nicht mehr drin von dir mit den sechs Monitoren, oder? Doch, doch. Du gehst hier direkt in den Chat von Trash Talk. Und da hast du es. Aber da sind nicht nur drei. Achso, von Trash Talk. Ja. Jetzt Trash Talk und dann gehst du auf das Chat-Symbol. Wann hast du das denn da mal reingeschickt? Hm, das war das vorgestern. Nee, ich sehe das hier nicht mehr. Das war von vorgestern, 29. Nee, ich habe hier das nicht. Den Trash Talk. Dann guck ich mal, ob ich es einfach kopieren kann. Oder ist das das Video? Das Video, genau. Ah. Jetzt siehst du das, Schatz. Heftig, oder? Hm, natürlich. Und hier siehst du auch allgemein... ...kannst du auch irgendwann deins reinpacken. Das ist hier Marcel, der mit den ganzen Alerts... ...die Tastatur kommt mir bekannt vor nur ein Klein. Äh, warte mal ganz kurz. Wir haben die gleiche Maus wie er. Ja, aber er hat sich mit Kabel. Ja. Da habe ich ja meins dann reingeschickt, mein neues Setup. Jetzt weiß ich nicht, wer das ist. Wo hast du das reingeschickt? Äh, bei PC selber. Ah, okay. Und das ist hier von Kim. Ach, stimmt. Der sieht man sogar, ich glaube, wo ich mein altes Setup hatte. Ja, der mit den Monster-Dosen. Das war mein altes Setup. Der mit den Monster-Dosen war dein altes Setup. Ja, und der alte Setup. Ja, ja, das da. Mit den drei Monitoren. Ja. Das ist schon... ...schon stark. Ja, ich bin ja noch komplett im Umbau bei mir, weil das war noch im Arbeitszimmer. Ja, ich lebe ja mit einem Kumpel hier im Haus. Das Haus gehört dem Vater des Kumpels. Und er lässt uns hier leben. Das ist ein Haus, wo er einfach so gekauft hatte. Und er lässt uns hier leben, wenn wir die Bude renovieren. Das ist aber nett. Natürlich. Ja. Es sind so, ich glaube, 96 Quadratmeter für zwei Typen ist das mehr als genug. Ja, definitiv. Du kannst ja gar nicht komplett ausfüllen, den Platz. Wir sind Geeks, also wir kriegen den schon gefüllt. Alleine mein Mitbewohner, der hat eine übelst große Sammlung von Star Wars. Von Marvel. Klar. Voilà. Was ist das denn? Also, er kriegt das Haus gefüllt. Ja, das Zimmer, wo ich jetzt bin, das habe ich Ende des Jahres noch so halbwegs fertig bekommen. Ist noch nicht ganz fertig. Ich schlafe momentan noch immer auf dem Boden, weil mein Bett noch nicht fertig ist. Da kommt jetzt am Montag mal die Matratze an. Ja, jetzt mit dem Knie war richtig heiß. Ich bin richtig zurückgefallen, weil ich hätte ganz gerne jetzt im Januar schon als Sachen fertig gemacht. Muss ich halt eben warten. Oh, immer Step by Step. Step by Step. Ja, also das Projekt geht noch lang weiter, weil mein Bett baue ich selbst. Das Design ich selbst. Weil ich halte nichts von Möbel kaufen. Nee, also ich komme, mein Beruf ist ja von, ich bin ja von der Möbelindustrie ausgebildet. Ähm, war in der Möbelfachschule Köln. Und, ähm, wenn du dann da mal gelernt hast, dann weißt du eigentlich, wie schlimm die Industrie dich auseinander nimmt. Ein Schrank, sag ich, ein Schrank, der, ähm, wie bei Ikea, sagen wir ein Kallax. Ein Kallax kostet ja so um die 80 Euro darum, je nachdem welche Konfiguration. Das Ding wird eigentlich für nicht mal einen Euro produziert. Oha. Und dann sagt man sich, wieso zahlt man noch so einen Preis für Möbel? Möbel sind allgemein überteuert, finde ich. Es ist, es ist extrem, also es gibt kein, äh, kein Artikel auf der Welt, der so hoch, äh, prozentual, äh, berechnet wird, wie bei Möbeln. Also bei den Möbeln finde ich das halt nicht ja auch richtig frech, weil das halt echt wirklich doll ist, ne? Wir sprechen von einer Marge von über 480 Prozent. Ah. Wieso glaubst du, dass es, äh, wie, wann es wieder heißt, Sommerschlussverkauf, Möbeln, Martin, gibt bis zu 90 Prozent, äh, auf Möbeln? Das ist nicht, weil die damit noch Verlust machen, nee, die gewinnen noch drauf. Weil jeder dann was kauft, ne? Nee, weil, äh, schon alleine im normalen Verkauf, beim Normalpreis, haben die ja schon eine Marge zwischen 210 bis 370, so bei Möbeln, Martin. Wenn die dann 90 Prozent geben, dann haben die noch über 100 Prozent Marge drauf. Und, äh, Küchen, das ist auch, äh, absolut überzogen. Und wenn du im Küchenstudio kaufst, das ist eigentlich die beste Stelle, wo man Küchen kaufen kann. Weil da kann man richtig, wenn man klug ist, mit dem Verkäufer handeln. Weil das reine Provisionenverkäufer sind. Also ich konnte, zum Beispiel, ähm, für einen Kumpel, der eine Küche bei mir gekauft hatte, ich hab die Küche ihm, äh, fast 200 Prozent billiger gemacht. Oha. Weil ich einfach, ähm, die Marsche vom Geschäft runtergeschraubt habe und meine Prämie komplett auf Null gesetzt habe. Okay. Und, ähm, ja, das macht dann schon schöner Unterschied vom Preis. Weil er hatte, er hatte quasi, ähm, eigentlich knapp, äh, ein bisschen über den Einkaufspreis hat er gezahlt. Hm. Ich freu mich schon, wenn ich meine neue Base bauen kann, ehrlich. Und dafür sehe ich es nicht, ein Möbel zu kaufen. Also, ich bin etwas handwerklich begabt und das genügt auch für, äh, selbst die Sachen zu machen. Ich bin ganz super stolz auf mich, dass ich jetzt Level 10 bin. Was ist mit dir, Pingo, Dingo? Der Chillit ist jetzt schon 14, dann nimm ich dich erstmal mit. Hä? Achso, ich hab zwei Bosse, okay. 14, 14. Das sind eigentlich alle. 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21. Ich orge den erst mal mit rein. Nein. Dann kann er wieder. Nängstens mal ein bisschen Steine mit abholzen. Ich wünsche mir wieder das nächste Ei am Ausbrüten hier. Auch schon mal fertig ausgebrütet. Oh, wer ist er denn? Den muss ich mir erstmal ankicken gehen. Der ist ja cool. Nur diese zwei Pflanzen. Die müssen halt alle auch noch leveln, ne? Egal, ich tausche dich erstmal aus. Lul, der fliegt auch. Das ist ja cool. So, die ist hier am Machen. Es ist ganz schön dunkel wieder hier in der Ecke. Ach, deswegen ist es dunkel. So. Guck mal, drei, die jetzt Steine produzieren. Hab ich niemanden mehr für Holz? Wait a minute. Kein Holz, kein Holz, kein Holz, kein Holz, kein... Doch. Holz. Kein Holz, kein Holz, kein Holz. Hm. Ich will aber, dass der gelevelt wird. Ich will aber, wie kriege ich meinen Bambi hin, dass er nicht mal überfressen ist. Ich glaube, er muss brauchen wir dann. Ich glaube, er muss brauchen wir dann. Ich habe ihn. Sehr gut, Schatzi. Let's go. Baukochtopf. Wie hast du das hier freigeschaltet gekriegt, Schatz? Den Paul N. Safter? Musst du nur die Sachen hier alle freischalten? Du brauchst, nee, 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 das hat damit gar nichts zu tun. Du brauchst die anderen Punkte, guck mal unten. Du hast ja links die ein Punkte und rechts hast du die anderen Punkte. Die blauen und die lila Punkte und du brauchst die lila Punkte dafür. Und die kriegst du durch Bosse klatschen. Nur wo ist diese Kochtopf? Hä, bin ich jetzt dumm? Äh, der Kochtopf ist Level 18, 17. Uff, den Plan. Ja, deswegen meinte ich aber, ich kann erst weitermachen, wenn ich 17 bin und da war ich 14, glaube ich. Weizenfeld. Weizenfeld hat man noch von dem Händler bekommen, oder nicht? Das kannst du ja nicht. Doch, das kannst du auch so bauen. Das ist auch Level 17, ne? Nee, das ist 15, glaube ich. Okay, okay, okay. So, davon... Okay. Was? Der braucht 26 Minuten? Das muss doch was Tolles sein. Gewöhnliches Jumbo-Ei steht da. Ja, Jumbo-Ei, ja, ne? Tschüss. So, jetzt brauche ich aber trotzdem noch, muss ich mich entscheiden, wenn ich jetzt hier rausnehme. Damit einer mit Holz fackt. Im Bauch. Ach, ich muss pinkeln, aber ich will jetzt nicht aufstehen. Wofür war nochmal der mit der Schale mit dem Dings? Das ist bestimmt Medizin hier auch, ne? Ja, safe. Und Daydream. Dann packe ich dich erst mal raus. Als Motivationscoach. Und pack dich mit rein, damit du mit Holz machst. Jetzt muss ich doch auch immer mehr Stein haben. Geht das nicht hier irgendwo nachgucken ziehen? Ihr seid ja fleißig da jetzt am Machen. Was ich noch machen kann, ist dich erst mal raus und dich mit rein. Das kann ich auch noch machen. Ja, jetzt muss ich pinkeln, geht nicht, kann ich nicht mehr. Guck mal. Nee. Der ist cool. Der ist cool. Der ist toll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nein ich meine deren bergbau die haben eben gerade erst damit angefangen schatz ja haben sie doch das ist gut level das haben sie von anfang an da fragst du mich jetzt was und der andere wahrscheinlich dann auch wo siehst du das da ist so eine 2 oben bei bergbau der andere daneben auch ja beide den habe ich für holz der ist ein bergbau finde ich jetzt aber nicht so schlimm weil dem möchte ich noch level den habe ich glaube ich aus dem ei bekommen den habe ich auch ja ich bin wieder da guck mal wie dauert das sieben minuten warte ich gehe mal wieder erst so der ist so toll das war eine halbe stunde ja das wollen wir das noch eine halbe stunde ist es dann was gutes oder was schlechtes ist gut so was meinst du jetzt schatz mit warte gemma bei mir geht das so ziemlich meintest du mit warte gemma gewöhnlich ist da steht nur ich hab jombo was soll das jetzt hier noch wissen wie der heißt hier das sind das andere futter oben daydream zum beispiel die du hast die soll auch irgendwie mega op sein ich weiß warum aber mal gucken ja 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 Das war's. ich habe jetzt auch ein entsaft aber ich muss noch warten von wo kriegt man die noch mal von den bossen oder kisten aber bosse bringt deutlich mehr ganz einfach chili noch mal noch mal klatschen wenn er gleich noch mal da ist wieder ja jede stunde ist kommen die wieder nur jede stunde etwas war ein bisschen an warum geht er nicht an die futter stelle wo ist denn der kleine spasti warum wagt er sich hier ständig das ist das ist Ich verstehe, dass ich wie sie sich da stets und ständig reinbacken können. Ich verstehe, dass ich sie nicht. Ich verstehe, dass ich sie nicht. Warum wehrst du die ganze Zeit ab, Mann? Geh doch da rein. Ich bin nicht drauf geachtet, wie viele ich schon habe. Hm, unlackig. Da sind noch ein paar Pinguine. Damit müssen wir jetzt mal hin. Die wollen wir nämlich haben. Die wollen wir nicht. Okay, nice. Okay, nice. Ich hoffe, das landet wieder vor der Tür. Ich bin jetzt gerade in so einen Dungeon gegangen. Da findest du auch sehr gut den Loot. Oh, du hast ja einen Scheuny bei dir. Deswegen den will ich auch haben. Das ist auch gerade total buggy hier. Aber meiner greift ihn irgendwie nicht an. Okay, das ist ja feuch. Greif ihn doch an! Irgendwie ist der komisch. Wieso macht er das nicht? Drei, drei. Geh du mal raus. Ich hab einen Scheuny gefangen. Ich hab einen Scheuny gefangen. Entschuldigung. Ich musste mich gerade so darüber freuen, dass ich einen Scheuny gefangen hab. Ist das nice. Einfach einen Scheuny. Und was meintest du mit dir? Gibt's ab und zu auch mal richtig gutes Loot? Ähm, zum Beispiel seltenes Erz. Oh. Kann man hier einfach nur durch die Gegend latschen? Ja, ne? Ja, natürlich, passt einfach auf. Da sind auch Gegner. Okay. Zum Beispiel findest du auch in solchen Dungeon Schwefel. Okay. Oh Gott, und wo komm ich hier wieder raus? Da, wo ich reingekommen bin, oder? Jo. Oh, wo wurde ich reingegangen? Ähm, nein, ähm, Gott, ich verzeige dich da. Im Dungeon, wenn du den Bus besiegst, dann hast du einen Teleport dafür raus. Warte, woher weiß ich, wo der Post ist? Das wirst du finden, äh, den Raum finden, weil dann siehst du einen riesen Lebensbalken im Bildschirm. Das wirst du noch früh genau genug merken. Das ist ja das Coole an Dungeons, mein Schatz. Du gehst da rein und dann musst du halt gucken, wie du dich zurecht findest. Ja, aber ich will ihn ja haben. Deswegen bin ich ja hier reingegangen. Und hier gibt's so viele Räume. Und was ist das für ein Rummelgeräusch hier? Was ist das für die Fackeln? Das sind echt richtig viele Räume hier. Da kann hier doch überall sein. Genau. Dauert das lange, bis man den Boss so findet? Unterschiedlich. Unterschiedlich hier. Hängt ganz davon ab, welche Wege du gehst. Okay, hier geht zum Beispiel jetzt nicht weiter. Ahem. Ahem. Warst du auch schon in einem Dungeon drinnen, Schatz? Ich bin gerade in einem drinnen. Ach, guck mal eine an. Hast du schon den Boss gefunden? Nee, ich bin auch noch auf der Suche. Ich bin zwei, drei Minuten, bevor du gesagt hast, oh, hier ist ein Dungeon, bin ich gerade in einen reingegangen. Aber ich sag, wie es ist, ich werde den Weg hier nicht mehr rausfinden. Doch. Am Ende kommt ja ein Portal. Ja, aber bis ich den gefunden habe, dauert das ja. Ach, Quatsch. Ach, da bin ich noch nicht langgekommen. Und ich bin gerade so froh, dass ich ein Shiny gefunden habe. Die glänzen dann ja auch so richtig schön. Die glänzen nicht, wenn du sie benutzt. Nee, nee, aber wenn man sie sieht, dann glänzen sie. Ja. Das finde ich irgendwie voll cool. Ah. Oh, was ist denn hier? Was ist das hier, Beppo? Das ist der T-Bock, darf hier raus. Hab ich den Boss schon besiegt? Nee, das kann gar nicht sein. Der Boss ist hier. Wir haben vorbei geschmuggelt. Aber hier ist ja auch keiner. Okay, dann hattest du vielleicht Glück. Weil du hast immer zwei Kisten, Schatzkisten, die dir Baupläne geben. Ja, hier waren halt zwei Schatzkisten, die habe ich gerade geöffnet. Oh, ich verlasse den Dungeon jetzt. Habe ich vielleicht coole Sachen bekommen? Ein Bauteil. Das ist immer so ein Schnelleise-Ding. Ahem. Ahem. Das war's für heute. Ah, Gott, herr. voll verschluckt man ich schwö ihn auch ihr seid auch echt richtig nervig ihr zwei kletter doch da hoch meine fresse oh ich könnte man bewirft keine leute die am boden sind ihr kleinen frechdachse ach das ist wieder hier diese alte kirche wo kann ich denn den eisvogel kriegen den anzugreifen da felscher eisvogel äh ist das ein eisvogel hier der hier peng penking ah das ist ja penguin den kriege ich dann da drin wo ist er denn da so jetzt habe ich sechs bette drei äh okay wollen wir die nächste noch ha ja 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 Okay. Nein, jetzt bin ich gestorben! Scheiße! Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt richtig. Okay. Schnellreise. Die Sachen spawnen dann auch direkt vor der Tür? Ja. 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 Nur woran liegt das, dass ich das nicht geschafft habe? Falsche Pulse, Flash mitgenommen. Da wäre Feuer, glaube ich, ganz gut, oder? Hm, er ist ein Eiswasser, also Elektro würde da besser gehen. Okay. Okay. Dann einmal mit Base zurück. Okay. Was ist das denn? Ein... ...Virtual... ...Amulett? Accessoire, oh. Was ist das denn? Ja. Jetzt werden wir die ziehen. Dann haben wir auch ein paar Steine. so ihr habt dann hier schöne zwölf bette wird dann Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, mein Jumbo ist eisfertig. Ja. Mal gucken, was ich da rauskriege. Grinatale. Hm. Was kriegen wir hier raus? Chill it. Wow, feuerfeste Unterwäsche. Chillig. Irgendso ein Technik-Kantbuch und feuerfeste Unterwäsche bekommen. Wunderbar. War aber auch komischer Dungeon. Gefühlt 18 Eingänge und alle hatten irgendwann ein Ende. Dann bin ich ganzen Weg zurück, hab angefangen, mich nur noch links zu halten, damit ich mich nicht mehr verlaufen kann. Ich mach jetzt schon extra hier ne, sag ich jetzt mal ne Schublade, für die, die ich entsaften werde. Wenn man die entsaftet, dann kriegt man doch auch die ganzen Sachen, oder nicht? Du kannst die nur spezifisch auf ein Pol übertragen, das vom Entsaften. Du kannst, du hast, musst vier Pols opfern, für ein Pol. Das heißt, du hast zum Beispiel jetzt unten deinen Tanzsee, den Affen, weißt du? Den willst du behalten, den willst du leveln und jetzt fängst du noch vier weitere davon, die entsaftest du und steckst alles aus, den dann in diesen einen Affen. Macht das Sinn für dich? Das heißt, ihr kriegt nicht mehr die Materialien dafür? Ne. Das heißt, ich müsste sie doch schlachten. Wenn du die Materialien haben willst, ja. So ein anderes Leveln. Machst du das halt mit entsaften. Also früher oder später muss man sowieso anfangen zu schlachten. Da hast du keine Wahl. Auch so, wenn du die Materialien brauchst und vielleicht noch nicht mal das Pokémon hast, was du unbedingt leveln willst oder so, dann macht es halt wenig Sinn zu entsaften. Ich meine, immerhin habe ich ja schon mal einen Entsafter jetzt, ne? Mhm. Ups. Schon mal die halbe Miete. Woher laufe ich denn hier hin? Ne, ich kenne mich hier gar nicht aus. Schatz, das ist schon 4.07 Uhr. Was? Ja. Ich glaube, der Uhr kein Wort, die lügt. Was lügt? Die Uhr. Ich glaube, der kein Wort. Ich glaube, dann gehe ich schlafen. Wird spät sonst. Wird morgen weiter an meiner Fabrik hier gearbeitet. Mhm. Ich kann gerade gar nicht aufhören zu spielen. Ich weiß gar nicht wieso. Es macht übel süchtig, das Spiel. Mhm. So, auch scheiße gut gemacht. Also, erklär nochmal, Schatz. Ja. So, ich habe jetzt zum Beispiel 1. 2. Wie geht denn das jetzt? Erklär mal hier. Hallo. Ja, du hast jetzt... Von denen jetzt zum Beispiel. Genau. Welchen davon benutzt du? Mhm. Der ist gerade am Ackern, glaube ich. Und ansonsten auch der hier. Wer der am Acker ist, siehst du den ja nicht da drinnen. Ja, aber ansonsten auch der hier. Okay, dann nimmst du den jetzt. Ja. Der wählt den aus. Jetzt gehst du wieder zur anderen Seite, wo die anderen sind. Und da wählst du jetzt 4 Stück von aus, die du entsaften möchtest, damit das bei ihm reingeht. Und dann machst du entsaften. Und jetzt wird alles aus den in ihn reingesteckt. Muss ich aber immer 4 Stück nehmen, oder kann ich auch nur 2 nehmen? Nee, du musst immer 4 Stück nehmen. Okay, das heißt, den Rest muss ich schlachten. Okay. Was macht denn dein Ding da? Was macht der da? Welcher? Der Dicke. Welcher Dicke? Der mit den Hörnern. Warum war der gerade da im Viehstall? Kann da der was? Produziert er irgendwas da? Der Dicke da? Ja. In dem Stall? Ja. Die suchen. Da werden Sachen gesucht und dann wird das weggetragen. Da wird gebuddelt. Hast du das noch nicht gebaut? Doch. Achso. Aber bei mir stand halt nur... ...ein Schaf, das hat geweidet. Ja, genau. Das Schaf, das weidet. Und die anderen suchen? Jetzt bin ich verwirrt. Bebo? Ja. Dieser Kreis, ne? Genau. Den du anfangst aus. Genau. Der Zuchtstall quasi. Machen das nur die Schafe? Nee, nee. Alle die Pols, die dieses Zeichen mit diesem Gartenzaun haben, die können da was machen. Siehst du? Der hat einen Gartenzaun. Ja. Okay. Gut zu wissen. Was mach ich denn mit Rubin? Die kannst du verkaufen an den Händlern. Okay. Selten eine Kralle. Eine messerscharfe Kralle, die von Pols gewonnen wird. Erzielt beim Händler in gutem Kreis. Okay. Ist das schlau, von jedem Pokémon mindestens zwei Pol zu haben, die du dann halt leveln kannst? Von jeder Sorte zwei? Oder ist das unschlau? Wie meinst du das? Äh, dass du zweimal den gleichen levelst? Ja. Kannst du machen. Ist... Sagt nichts dagegen. Okay. Ähm... Wie setze ich schlaue Technikantbücher und Blaupausen und sowas ein? Äh, Blaupausen kannst du nicht einsetzen. Die musst du bei dir tragen, wenn du die, äh, über die Werkbank, ähm, herstellen möchtest. Ah, okay. Okay, gut. Arktische Trachtbauplan brauche ich nicht, weil die kann ich ja so herstellen, ne? Ja. Und alter Bogenbauplan brauche ich ja auch nicht, weil kann ich auch so herstellen. Äh, pass auf mit den Farben. Also, wenn du einen grünen Bauplan unter blauen, ist der stärker als den, wo du, äh, nochmal drin hast. Ja, okay, aber das, äh, also... Der Bauplan ist selber, ist blau, aber der Hintergrund ist grün. Okay, äh, das... Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Mhm. Und schlaues Technikantbuch? Der skipptiert, äh, ein extra Punkt, äh, für deine Entwicklung. Gibt er mir so direkt schon, oder muss ich dann auch... Du musst ihn aktivieren, also, ähm, da steht auch der Knopf, den Knopf, den du drücken musst, um ihn zu aktivieren. Ah, rechtsklick benutzen. Ah, okay. Einfach lost. Wie viele Münzen sind viele Münzen? Hm, so, 100.000. Da, bin ich noch weit von entfernt. Jetzt hab ich alter Bogenbauplan zweimal. Das ist ja doof. Hm. 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 Wer ist er denn? Der ist ja cool. Ja. So fett, oder so wie der heißt, hier. Da. Oh mein Gott. Guck mal, der ist auch noch ein Level 2. Das kann man in Shiny eigentlich. Okay. Was bedeutet nochmal die zwei Blätter? Was machen die nochmal? Äh, zwei Blätter... Ich glaube, das sind Ernte. Der macht Gas, der macht Gas. Aber da fliegt ja eigentlich immer nur rum, dieser eine Vogel da. Irgendwie, der macht nicht so richtig viel. Naja. Ich hol mir noch ein Ei. Nö, schade. Hm. Das dauert noch 29 Minuten. Wieder ein Jumbo-Ei? Tschüss, schladen. Das ist doll. Metallbarum brauch ich da. Also, das war hier. Wo ist mein kleiner Feuerteufel? Was macht er denn? Guck mal hier. Fasten-Profi. Duckmäuser. Neutralis. Paul Pelz. Endlos-Magen. Mal steil wird doch jetzt auch immer mehr. Das ist doch sehr gut. Du nervst mich langsam, du kleine blöde Biene. Schmetterling. So, komm raus. Bewege deinen Arsch. Muss ich dich jetzt noch befördern, ja? Raus hier. Ja. Ja. Das ist doch sehr gut. Das ist doch sehr gut. Das war's für heute. Und wie oft spawnen die Eier? Auch alle eine Stunde? Das weiß ich jetzt nicht. Guck mal, Schatzi. Schatz. Schatz. Ah, der da. Der kam aus meinem Ei. Der da. Der da. So, zweite Etage ist auch so gut wie fast fertig. Schatz. Das war's für heute. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Wie viel Traglast hast du jetzt schon, Schatzi? Hm. Oder? 550. 550? Mhm. Das ist gut. Oh Gott, was ist jetzt meine Traglast gewesen? 650. Meine Traglast liegt momentan bei 2200. Ja, moin. Aber gut, ich hab nur die Traglast gelevelt, ähm, weil, wie ich diese Spiele kenne, bringt es dir mehr, dass du mehr, dass du mehr, dass du mehr tragen kannst, als die anderen Sachen aufzuleveln. Ja, das stimmt. Ich level alles andere und Traglast ein bisschen und wenn ich mehr Traglast brauche, dann nehme ich einfach die Katzen mit für ein Stück. Eine gibt mir 50 Kilo, die ich mitnehmen kann, sind 250 Kilo. Also jetzt am Anfang level ich über alles andere und bringt Katzen mit, wenn ich warm gehe oder so. Weil, das Problem ist danach mit halt, ähm, mit den besseren Rüstungen. Die bessere Rüstungen geben die zwar mehr Verteidigung und alles, aber die wiegen auch viel mehr. Ja, gut, das stimmt. Das ist das gleiche mit den Waffen. Also, äh, Schusswaffen und so hast du direkt mal 35. Und danach, äh, musst du rechnen, und, äh, jedes Magazin wiegt auch nochmal. Also, wenn ich meine Taschen leer habe und nur meine Ausrüstung bei mir haben, habe ich eine Traglast, äh, von 580. Oh, gut. Basic. Und dann habe ich dann den Rest von, äh, was ich noch frei habe, um zusammen. So, aber ich gehe jetzt schlafen, es genügt, sonst komme ich gar nicht zu. Ich bin zufrieden mit dem Bau schon. Sieht richtig nett aus, richtig industrial. Und ich habe ungewollt so eine Art Schaffetage zum kontrollieren, ob die unten nacharbeit. Sieht eigentlich richtig schnell aus, gefällt mir so, wie ihr seht. Jetzt müsste ich gleich von dem 10 haben. Von dem, von dem Feuer-Pokémon da. Ja, jetzt habe ich 10 Stück von denen. Dann wünsche ich euch eine schöne Nacht, und wir hören uns vielleicht noch heute, später. Bestimmt. Kann gut sein. Ja. Außer er macht die Nacht durch. Das glaube ich nicht. Wollte ich auch gerade sagen. Oh.